So, herzlich willkommen zu einem Stream am Freitagabend. Wir hatten gerade ein paar technische Schwierigkeiten und dann habe ich das irgendwie nicht hinbekommen, mir ein Blatt bei uns zu kaufen und, ach, keine Ahnung, es war auf jeden Fall gerade sehr durcheinander. Aber jetzt sind wir online und ich bin nicht alleine, denn Ragun und Gotaxen sind auch da. Hallo. Hallo. Oh ne, warte mal. Schatz, man hört mich nicht. Ich habe die ganze Zeit... Also, doch, man hört mich nicht. Ich bin aber noch ein bisschen gestresst, aber... Oh je. So. Ja, auf jeden Fall, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Genau. 16.12. in einer Woche schon der 23.12. Die Zeit vergeht. Mensch. Oh, das ist schon krass. Ja, ich hoffe, bei euch nicht irgendwie Schnee oder so, das ist ein bisschen gemütlich. Ja, was denn? Ja, alles gut. Ja. Und danke nochmal, äh, äh, Sharky? Danke für... Sharky, ja. Sharky, ja, für 32, danke schön. Genau. Danke auch nochmal. Dankeschön. Ich habe mir eben Blood Bones gekauft. Äh, das sind diese Punkte hier und damit konnte man halt sich den Battle Pass fürs Event holen. Battle Pass. Den Battle Pass. Den Battle Pass. Den Battle Pass. Das ist doch keine Hasenkote. Als Anhänger. Du meinst, du meinst, du meinst Geklimper für die Waffe? Ja. Geklimper für die Waffe. Cool. Aber wie macht man die jetzt dann ran oder muss ich echt erst mal freischalten mit den Quests? Nein, du willst die Waffe aus, die du haben willst und dann steht da links, ähm, Coluba. Coluba, keine Ahnung. Ich muss jetzt schon die Waffe auf Deutsch, äh, auf Englisch stellen. Guck mal hier, wo denn? Und jetzt nehme ich die Waffe da. Ja, und dann hast du links da, wo die Stats da sind, oben drüber. Und da steht bei mir kein Amulett. Und dann kann ich da irgendein Amulett dran kleben. Ja, kann ich nicht. Doch. Oi. Geil, ich kann mir irgendwelche hässlichen Dinge dran kleben. Geil. Ja, geil. Ach da. Was denn? Ich bin gestern dran. Sehr cool. Ich will Geblinkel daran haben. Geblinkel. So, ich nehme... Oh man, die sind schon echt richtig cool, die, der Skin hier. Aber der ist mir einfach zu teuer. Ja, der kostet gerade 15 Euro, 100% worth it. Was, was meinst du damit? Ja, den kriegst du auch im Rabatt, äh, in einem Bundle für einen Zehner kriegst du den auch bei Steam. Ja, weiß nicht, die Anhänger... Ich brauche die komischen Anhänger noch nicht. Ich, weiß ich nicht. Ich, alles, was mit meiner Sicht irgendwie mehr, weiß ich nicht, wegnimmt oder so, ist immer irgendwie vernachteilig. Ich will am liebsten Sachen von der Farbe schrauben. Ich bin einfach cool. Das brauche ich nicht. Das brauche ich auch 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 nicht. Ich bin einfach... Ich bin da einfach sehr anfällig für. Ach, ich nehme jetzt mal die Bert hier. Ach ja, warte mal. Ich muss mal kurz gucken, was für eine Quest ich habe. Oh, ich kann auch an der Bornheim das ran machen. Oh, wie süß. Was ist das eigentlich? Das sind Schlangen, die aus Eier kommen, ne? Hm, cool. Ich glaube, das war noch aus diesem Schlangenmond-Gedöns, ne? Ja. Cool. Die muss man sich halt alle freischalten, die Anhänger. Die kann man halt mit den Events und so. Warte, was wollte ich jetzt nochmal machen? Progress, Challenge, Challenge. Muss man sich die Sachen aussuchen, die Challenges, oder macht man die so fertig? Die kannst du dir nicht aussuchen. Also die kriegst du quasi so vorgefertigt. Ich glaube, du kannst sie nur einmal mischen, glaube ich. Einmal, ich glaube einmal am Tag, weil ich kann jetzt wieder neu mischen. Ja, und das, ansonsten musst du das machen. Wow, cool. Ich habe doch letztens die Aufgabe gehabt, erziele Kopfschüsse bei feindlichen Jägern aus 100 Metern mit dem Gewehr. Dann habe ich doch neu gewürfelt, dann wurden auch aus 125 Metern. Und jetzt durfte ich wieder neu würfeln, jetzt wurden auch aus wieder 100 Metern. Jetzt sind wir von ihrem Verarschen. Ist die rechte Quest nur mit 100 Metern Headshots? Sie kann ich nicht ändern. Oh ne, die gibt es auch mit 150 Metern. Na dann. Ich habe die halt immer noch mit, weißt du doch noch, die hat 150 Meter. Das ist der halbe BFG, ja. Ja, aber du kannst die unten, die kannst du wegwürfeln. Wie entscheide ich mich jetzt? Muss ich mich jetzt entscheiden schon für einen Pakt, oder kann ich jede Runde einen anderen Pakt haben? Komm, doch wann, was du warte für einen Hunter mitnimmst. Die Hunterin, die du bei hast, die hat den Mondpakt. Das siehst du oben an dem kleinen Symbol, links da oben. Ach so, was macht das? Ja, warte. Macht der Mondpakt nochmal so? Da kannst du quasi auf deine Fähigkeiten gehen, diese Perks, die man sich jede Runde holt. Da kannst du dir die angucken. Genau. Wo sind die denn jetzt nochmal? Wenn er unten auf deinen Pakt, auf deinen Dings aufgeht, auf die Jäger und deine Eigenschaften oben. Ja. Ich habe es jetzt erst auf Deutsch gestellt, weil es ist gerade ein bisschen einfacher, die Sache immer nur zu verstehen da. Also du hast momentan, warte, ich kann es dir sagen, im Austausch für alle Schwarzwurzeln verliert dein Jäger keinen Gesundheitsblock, wenn er ausgeschaltet wird. Und das zweite? Wenn du vier vier von den Wurzelzeichen hast, dann regenerierst du kontinuierlich HP. Das bedeutet wie so eine Ausdauersprinze, die du halt immer hast. Ja. Und diese Dreiecke, also was bedeuten die? Die Dreiecke? Was wo? Dass du Höllenpackt oder was? Ach so, ja, die aussehen wie so Dreiecke. Ach so, dass du nicht, beim ersten ist, dass du nicht verbrennst. Also wenn du einen HP-Balken verbrannt hast und du hast von der Schwarzwurzel, ne, Wurzelzeichen-Dinger da einen hast, dann verlierst du davon einen. Aber dafür bekommst du auch instant deinen HP-Balken zurück. Dann hast du ein bisschen länger Zeit, um dich zu löschen. Und beim zweiten, dann brennst du gar nicht mehr, sondern du verkohlst nur noch, auch wenn du im Feuer stehst. Okay. Und die mit der Waage, was steht da? You will not lose your Hunter. Okay, okay, damit verliere ich meinen Hunter nicht. Und hier steht Monsters can see. You, but they still can hear you. Okay. Okay. Genau, ich habe den jetzt mit dem Erdenpakt mitgenommen, deswegen habe ich hier die Archäologin mitgenommen. Die hat den... Also der Erdenpakt ist echt nicht schlecht, wenn du vier Schwurzeichen hast, weil die hören dich zwar, rennen dann auch in deine Richtung, aber die greifen dich einfach nicht an. Echt praktisch, fand ich. Ja, also fand ich. Und, ähm, wenn du die legendären Hunter mitnimmst, da sind einige halt bei, auch nicht alle oder so, da siehst du aber oben auch am Symbol, dann kriegst du nochmal einen Bonus von 10%. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der einen Bonus hat. Weiß ich gar nicht. Bonus? Ja, es gibt Hande, das ist im Brunnen. Ja, irgendwer. Symbol, ich weiß gar nicht, ich kann da gar nicht sehen. Also meiner hat, glaube ich, gerade nichts. Du kannst nochmal einen Trade holen, wo du nochmal 10% Bonus bekommst. Genau. So. Mal gucken, ob jetzt, wie, mal gucken, wie jetzt Hand läuft. Hab jetzt die aktuelle OBS-Version drauf? Und für die Leute auf YouTube? Ja. Das ist richtig, richtig krass. Für Leute auf YouTube, ähm, ja, ihr bekommt jetzt nicht mehr die geilste Qualität. Die Qualität soll dann immer noch in Ordnung sein, aber, ja, ist halt jetzt das Beauty von Twitch, deswegen, ich gucke es einfach so rüber. Oh, nein, nein. Ja, aber dafür habe ich vielleicht ein paar FPS mehr, vielleicht doppelt so viele mal. Ich habe gerade Ready gedrückt, ne? Nee, hast du nicht. Aber ich finde das gut, dass die, die, ähm, die Entwickler, also das ist einfach, ja, das ist einfach ein Event gibt, was meinen Namen trägt, also. Die ganze Zeit. Ich fühle mich sehr geehrt. Jedes Event. Jedes Event hat einen Namen. Was hast du mit dem gemacht? Ich fühle mich einfach sehr geehrt. Vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Das nächste Event ist zu Ostern. Schlage Moon. Darf ich mal selber spielen? Das ist immer sehr aufregend. Aber, das ist momentan aber auch irgendwas mit Moon, oder? Irgendwie so. Ich habe auch vorhin, Moment, ich habe irgendein anderes Spiel da letztens gesehen, da heißt es auch ein Event mit Mond oder sowas. Mond ist halt einfach geil. Aber warum ist alles zu Weihnachten im Mond? Das verstehe ich nicht. Gute Frage. Das will sich auch nicht. Weil es mystisch ist und der Winter steht für mystisches. Nee, eigentlich nur für Kälte und Dunkelheit. Nee. Doch, Andi schon. Kälte und Dunkelheit. Kälte, Dunkelheit, Einsamkeit, Tod. Der bedeutet auch, keinen Pullover mehr in der Wohnung tragen zu können. Tja, das siehst du. Hat Vorteile aber auch. Weil einfach scheiße reich ist. So, dann fangen wir mal an. In der Wohnung. Ist kalt. Ich weiß ja nicht, auch zum, ich habe zu Gutta gesagt gehabt, ich möchte so gerne mal wieder ein Pullover irgendwie nachts oder generell tagsüber tragen. Er meinte so, nee, warum denn? Du kannst ja draußen tragen, du kannst ja draußen anziehen. Schön, dass du eingeschaut hast. Du hast noch eine Show, du hast noch mal einen guten Mund in den Chat. Hallo. Hallo. Es ist tatsächlich schon so. Das läuft richtig flüssig. Guck mal, mein Anhänger. Wie süß. Was, du hast, achso, du hast irgendwo geklimpert drin. Ja, das, das klimpert nicht mal. Ja, es ist, es ist irgendwie geklimpert. Alter, guck mal die Map an. Ja, das ist, der ist einfach nur rot, wenn wir leuchten irgendwie, wir sind auch kein Feuer. Wo ist das Feuer? Nein, du musst auf die Map mal gucken. Also die Map gucken, wenn du, das meine ich halt, da ist alles so, wo brennende Sachen sind. Aber hat er irgendwelche Vorteile, wenn man hingeht? Kriegt man irgendwas anderes? Nee, ne? Da brennt er wohl nur, oder? Ja, da brennt man halt. Das ist halt Feuer. Wenn du in ein brennendes Haus gehst, in der Realität, dann bekommst du auch keine Belohnung. Normalerweise kriege ich auch keine Belohnung dafür, wenn ich irgendwelche anderen Hunter erschieße. Aber hier schon. Ganz liegen. Das ist ja noch verlaufen. Warte mal, ich hab das Spiel gar nicht so laut. Und die Musik kann ich auch nochmal. So. So, das müsste es jetzt gewesen sein. Ja, ich hab jetzt vier Laternen. Wie, du hast vier Laternen. Ja, da hat die Quest gehabt. Ja, ich hab so eine Quest, da muss ich vier Laternen von so Käfigen kaputt machen. Ich muss Hives killen. Womit? Ka... Okay, das sieht cool aus mit dem Feuer hier. Aber das sollte ja für mich mitzählen, ne? Wenn du Hives killst. Ich denke schon. Ja. Burn, 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 burn. Zombie. Guck mal, da sind schon Rauchschwaden. Das ist ein Raben. Hier sind Raubis. Aber guck mal, das sind Rauchschwaden. Aber muss ich die auch killen? Äh, ich muss... Die, 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 die... Da hat ein Holzkürt-Ding. Die Leute sind da? What? Ja, ich muss ja... Sag das doch. Ich hätte es ja zu töten. Aber guck mal, ich hab das Spiel ja auf 4K, ne? Also die Rauchschwaden, die sehen aus. Wenn man hier so steht, dann sieht das irgendwie aus, als wäre... Oh, cool. Da oben sind sogar Pixelchen. Ja, das muss halt auch noch laufen auf dem Rechner. Ich will ins Gefängnis. Ich will ins Feuer. Sieht schon was aus. Guck mal, da brennt's. Ja, guck mal, das sieht aus wie ein Tornado, was hier aus dieser Dings kommt. Ja, da muss ja die wieder dargestellt werden, vernünftig. Ich muss ja gucken, weil ich mit der Engine von... Mit der Engine funktioniert, aber sieht schon cool aus. Und voll begeistert. Boah. Ja, das muss so... Ja, komm, Tornado rauf. Was denn? Da muss erklärt werden, warum. Da ist doch so ein Ding zu Punkte einsammeln. Kommt da irgendeine rein? Ich weiß es nicht. Guck mal, ich kann aufs... Übers Feuer gehen. Übers Feuer gehen. Gehen wir noch näher rein. Oh! Aber ich kann auf die Lava laufen. Oh, cool. Ach, du machst die Runde, ne? Sehr gut, ich hab Runde gewiss für dich. Ey, hier sind noch Dinger zum Einsammeln von Punkten. Ach so, stimmt. Die kurze Statue. Die sieht auch so gruselig aus, finde ich. Alter, das ist laut. Ja. Ja, guck mal, das ist wie so eine Brücke, wo man halt runtergeht. Das ist ja witzig. Alter. Ich muss hier erst mal Screenshots machen. Heftig. Alter, das schnackt aber auch laut. Nein. Oh, guck mal, mit der Sicht, das ist ja auch... Oh, Leute. Das ist ja krass, ey. Ja, ich brenne. Du willst. Normal, wenn wir durch Feuer laufen. Ah, ich bin grün, schon wieder. Okay. Was machst du denn? Ich glaub, ich glaub, wir haben das vorher. Kommt man da auch durch? So, ich hab jetzt mal ein paar... ...wilder... So, wie kommen wir mal an, denke ich, sieh da raus, hier? Tschüss. Ja. Alter, das ist echt heftig laut. Klar, das... Das Pferd liegt ja einfach so dazwischen. Burning Wall. Burn me. Ach, Leute. Aber manchmal pfiecht das Feuer auch. Hörst du das auch, wenn das Feuer so pfiecht? Hm. Jo, ist du? Jetzt hab ich grad pfiecht. Ja, das pfiecht so manchmal, das Feuer. Schön, hab ich's mir vorhin auch gefragt. Das kann mit uns kommunizieren. Oh, ähm. Aua. Wir können uns kommunizieren, au, aber... Ja, Leute, mal wird mir die Heifels angezeigt. Jupp. Ist jetzt eigentlich nur noch Feuer, oder ist er zufällig? Ich hab keine Ahnung. Boah, ich muss aber erst mal dieses Geräusch, die ich da immer gewöhnen. Ja, das ist ja heftig laut. So. Punkte. Ich spüre, wie ich sie sehe. Ach, leck mich. Ich hab grad's Ding an zu spülen. Ach, du Arsch. Alter. Vielleicht will ich aber nicht lecken. Ich hab da Pech gehabt. Vielleicht will ich abschlürfen. Ich geh jetzt einfach. Vielleicht möchte ich noch ein Nuppeln. Okay, das klingt komisch. Gut. Das ist gleich der Püte. Guck mal, es klingt hier auch wieder. Guck mal, es brennt. Es brennt. Das ist meine Welt. In meiner Welt, da brennt alles ab. Ist doch schlimm. Ist doch dein Event. Ist doch ein Moon Event, da brennt alles. Naja, okay. Ja, gut. Keine Rechnung. Ja, und dann sag ich immer gerne, burn with me. Wenn jemand dann brennt. Burn with me. Burn with me on fire. Du, du, du. Du, 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 du. Das. Du, 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 du. Fanta schreit auch, wenn du da näher dran stehst. Ja, das macht's, wenn du kommst. Das machen manchmal andere Geräusche. Nein. Ich hab den. Was hat denn jetzt gemacht? Ach so. Was hat der gemacht? Der hat draufgehauen. Du darfst ja nicht draufhauen. Da gibt's nicht so viele Punkte. Ach so, was muss man denn da sonst machen? Ein Sammler. Ja, so wie immer. Wie sammelt man den? Ach so. Ehe oder herz oder so. Ich hab voll viel Schaden geprägt. Das war auch spektakulär, der aus der Ding explodiert ist. Ich wusste nicht, dass das explodiert. Ich hoffe, Heilung. Ich wusste auch nicht, dass das explodiert. Also das ist, dass das so viel Schaden macht. Alter, man hört da keine anderen Schüsse, weil das, ach doch. Ich brauch Heilung. Hier ist eine Kutsche. Ach so. So stimmt. Warte mal, warum sind, was bedeuten eigentlich diese Dinger hier? Da kannst du so einen Pakt schließen, wenn du einen Hunter gespielt hast oder einen Hunter spielst, der keinen Pakt hat. Ja, wenn ich den mitnehmen kann, ist das auch einer. Toll. Ich bin geliebt, dass wir auch. Können wir kommen? Ach so. Oh mein Gott. Oh nein. Dass die hier keine, oh Gott, dass sie hier keine Rauchvergiftung bekommen haben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Entschuldigung. Hier gibt es schon wieder Heilung. Als ich gerade zugeschlagen habe, bist du genau recht. Hier gibt es ein bisschen Heilung. Aber es darf nicht mehr Heilung. Hier gibt es auch noch ein bisschen Heilung. Wo ist Heilung noch da? Wenn da eine richtige Heilung gibt, musst du Ragun gehen. Und wie geht es der Schakim? Stimmt. Ich habe da gar nicht gefragt, wie es dir geht, wenn es eine Woche so war. Die Mav kriegt dadurch auf jeden Fall eine komplett andere Atmosphäre. Das ist schon krass. Ja, das stimmt. Aber ich kann das auch die Leute verstehen, die sagen, Ja, so ist dann, wenn man sich zum Beispiel auch als Wetter Regen wünscht. Dann hörst du auch nichts mehr. Genau wie mit einem Feuer. Das stimmt. Das stimmt. Das war also eine gute Rüte. Wie sammelt man die denn ein? Mit F. Ach so, ich dachte, man schießt die. Ja, macht die auch mal kaputt. Auch wie die anderen Kürbisse und solche Sachen. Ne, wie die Schlange halt. Die sammelt es halt ein. Du kannst die auch kaputt... Warte, ich möchte auch noch... Also ich sage mal so, praktisch wäre es, glaube ich, wenn man drauf schießt, wenn da ein gegnerischer Hunter dran ist, weil er für dein Leben verliert. Du kriegst dann ein paar Punkte. Aber wenn du die nochmal einsammelst, gibt es sechs Punkte. Ah, okay. Hey, voll gut, danke der Nachfrage. Wir haben heute auch gebrannt auf der Arbeit, beziehungsweise geschwitzt, weil die Heizung auf 27 lief ohne Grund. Ah. Ja. Nein, da bist du ja einer auch. Das habe ich dir jeden Tag. Deswegen kann ich keinen Pullover mehr in meiner Wohnung, also in unserer Wohnung tragen. Weißt du? Weil der Rechner einfach so viel Werbe produziert. Das Ding macht Alarm, wenn einer in der Nähe ist. Ja, ja, da leuchtet auch rot. Oh mein Gott. Ja, scheiß vor uns. Ah ja. Da ist einer. Ja, ich sehe den gerade nicht mehr. Kann sein, wer von oben kommt. Da hat einer eine Shotgun. Das passieren Sachen. Da hat er einen Hit. Ja, sie ist tot. Hier oben ist einer drin. Ein Bounty liegt. Ah, scheiße. Sorry. Sorry, ich war es. Ich habe nur durch das Ding, ich habe gesagt, da kommt einer entgegen. Es sind genau zwei, die sind vier. Oder drei. Ich weiß es gerade nicht genau. Guck noch mal, ob noch woanders welche sind. Nee, das sind nur die, die sind hier jetzt irgendwo. Das schießt hier einfach durch die Wand oder? Gut so. Was? ich habe die tür aufgemacht bei mir schießt er denn immer durch ich habe dann voll hingestellt da ist denn jetzt vor ja dahin ja pass auf die sind direkt nach der ecke rum nach links wie es aussieht ich glaube da kommt noch eine ecke bei mir ist auch einer bin hier drin kommst du ja ich komme ach man scheiße ja pass auf die haben wieder schottis naja da kann man fast denken oh mein gott ich muss mich kurz heilen die liegt ja noch in dem vorraum dann kannst du eh wo war die du da hab ich mir ja schon gesagt du muni ist hier oben ne sie war glaube ich gerade bei mir ja ja Der stand aber da unten in der Ecke und hat durch die Raubrolle durchgeschossen. Ja, ich hab's halt gar nicht gesehen. Also ich hab ihn nicht vorher gesehen da. Er hat da auf mich draufgeschossen. Achso. Vielleicht nehme ich mal wieder Shotgun mit oder so. Achso, der hat halt nicht in die Welt. Also die waren sehr gut durch, äh, Wände durchschießen. Mhm. Ja. Hast du gemerkt, ey. Riecht mir wieder Shotgun mit. Deshalb, kann ich jetzt schon was bei Quest sein? Nee. So, kurz die Folge gelöscht. Boah, ich hab jetzt vielleicht doch Hunger. Bist du noch mal oder? Nee, später. Oder warte, wenn wir in der Runde reinlagen, kannst du mich wirklich das schnell rüberbringen. Okay, dann wollte ich mal eben den Hunter fertig. Ach stimmt, ich hab mich auch nicht verloren. Uh. Das ist mir gerade die Quest habe ich noch nicht für dich. Na ja, gibt Patronen. Ich brauch da meinen Anhänger zum Glück bringen. Tschüss. So. Ja, stimmt. Ähm, tschüss. So. Kann er nachluten? Nee. Nee, wir sind gestorben eben. Ach ja, stimmt. Merke ich ja nicht. Das will ich ja nicht mal. Ach, du hast Mut mit. Ja gut, ich hab meinen Hunter noch. Okay. Aber ich hab kein Nachluten. Oh. Nee. Ach, bei den Trades steht auch bei, zu welchem gehört. Wenn man zum Beispiel den Mondpakt hat und man nimmt die Widerstandskraft, dass du halt mit 100 HP wiederkommst, hast du mit dem Mondpakt sogar Voll-HP. Das ist ja cool, warte mal. Wenn du Solo spielst und dann... Echt? Jo, stimmt. Hellenpakt. Ist ja interessant. Auch bei Feuerfest. Warte mal. Toll, ich hab nur dieses Nekro-Ding, weil ich im Multiplayer nicht benutzen kann. Teilt so. Also ich muss hier wieder die Pistolen zombies killen und ich muss eine Kasse finden. Also wenn ihr eine Kasse findet, dann sagt Bescheid. So, und ich bin mal in kurz AFK. Sachen holen und dann bin ich sofort für ihr da. Bis gleich. Bis gleich. Ich muss nämlich Imos jetzt mit Giftschaden töten, deswegen. Okay. Aber leider das gesilenzte Ding noch nicht freigeschaltet und die Munition dafür noch gar nicht. So, sorry. Ich müsste mir kurz eben nochmal die Kopfhörer anders aufsetzen. Alles gut. Habe mich nicht irgendwas gefragt oder so? Dankeschön. Habe mich nicht irgendwas gefragt? Nee, ich glaube nicht. Okay, gut. Die hat gerade echt gestört mit den Haaren. Kingen die ins Ohr oder was? Ja, das weiß ich nicht. Die waren gerade irgendwie so komisch, dass sie gedrückt haben. Ah, okay. Das erinnert mich noch an früher, wo ich da noch nicht so dran gewohnt war irgendwie. Und dann mit der Brille und das hat alles noch immer so gedrückt war echt. Ja. Jetzt und früher. Und Shaki, wie weit bist du schon in WoW? Ja. Bibi. Okay. 25 Tonnen, ist ja okay. Alles hat nur Feuer. Das ist auch die neue Map. Feuer frei. Feuer frei. Bam, bam. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hab so ein Schotter. Und wenn dann besser noch Muggen, Ragun und Shet. Hallo. 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 Ich hab noch einen Schluck getrunken. Mit ne Wende anbohlen. Dann weiß ich jetzt hier. So. Ja, und es ist ein bisschen kalt gewesen. Deswegen haben wir ein bisschen Wald angezündet. Damit es ein bisschen wärmer wird. Ah. Schon direkt wieder viel schöner hier. Das war auf jeden Fall cool auch mit diesem goldenen Lauch. Und dann Feuer. Was aber richtig cool wär. Wenn jetzt damals, also vor ein paar Monaten als Weihnachten war. Wenn es dann eine Schnee-Wep die geben hätte. Das wär immer cool. Das wär auch geil. Und anstatt Regen können sie ja Schnee machen. Okay, der ist ja besser, aber musst du loggen. Hat der ja ohne Schöne. Was klar. Ach, alles gut, Schatting. Hä? Wenn du halt... Nein, das war kein Wort hier irgendwo, ne? Ich hab keinen Sinn. Ich spiel auch nur irgendwie... Also klar, spiel auch mal einen halben Tag. Aber dann spiel auch nur so. Denn ein, zwei Stunden... Momentan hab ich jetzt gestern und heute weniger gespielt. Also gar nicht gespielt. Weil ich gerade dabei bin. Weihnachtsbücher nicht immer Pils. Das ist sehr aufwendig. Nein. Oh. Oh. Was ist der Tür auf? Oh. Mauvi. Hallo? Ich bin kaputt gegangen. Komma, wie cool. Der brennende Pfad. Bitte? Hört es? Nein. Das ist mein brennender Pfad. Dein brennender Pfad. Wenn ich es Pfad nicht auf ein englisches Wort für esseka... Lassen wir das? Was? Ja, ist es. Ja, ist es. Okay, gut. Was ist das? Ne, ist schon cool. Wenn du einen brennenden Pfad hast, dann lassen wir das. Nein, sag doch mal. Was ist denn beim Pfad haben? Pfad? Du hast doch gesagt, dein brennender Pfad. Ja, aber Pfad ist ja auch ein Wort auf Englisch. Oh Gott. Was ist denn das? Hahaha. 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 Ich höre schon die auch. Ich höre schon die auch. Also wie Kurzen auf äh Deutsch. Englisch. Was? Nee, das meinte ich nicht. Ja, verstehe ich. Fliehen. Ja, fliehen tun die Leute auch noch schon. Verstinken. Hahaha. Es gibt ne Tasse, ich hab ne Tasse, war das heute morgen, Marcel geschickt. Ähm. Ja, kannst du haben. Deine, weißt du nicht, deine Pfütze oder deine Pupse stinkt. Pupse. Irgendwie ganz, also nach dem Motto, eine Pupse stinkt halt ziemlich schlimm, aber ich werde die Pfütze für immer lieben, bis ich daran sterbe. Was? Hahaha. 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 Ja, so ungefähr war's glaube ich. Hallo? So ungefähr. So ungefähr. So ungefähr. Ja, ich meine, das war doch fantastisch schon. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal. Geh mal erst den kurz hier den Hinweis holen und dann gehen wir rüber, oder? Ja, aber... Ja, aber... Ja. Ach ne, jetzt hab... Die sind jetzt... Geh mal. 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 Ach so. Ach so, der Gotak sprügelt auf irgendwas ein. Oh, da sind noch ne Punkte. Wir könnten auch nach Darren. Oder wir gehen nach Moses. Warten. Wir können auch nen Boss machen gehen. Ja, das Boss machen, die Punkte. Poins. 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 Woher kommt? Tja, er kommt? Oh, wart ich zurück, ich ziehe den wieder durch. Jaja, der muss durch Gift sterben. Ja, klar. Ja klar. Oh, guck mal, muss man hier kurz was heute ausmachen? Ja, hier hat auch immer was geleuchtet. Was ist denn jetzt los? Genau toll. Okay. Was passiert jetzt? Halt die Klappe und Watts wacht, das muss man eben kurz... Ähm. Ich musste mal eben kurz ne Sache hier ausmachen, weil irgendwie auf einmal meinte, der müsste anfangen, ihm was zu erzählen. Was hat der denn erzählt? Was? Du stinkst? Es ist red. Wer ist nicht? Da. Mit der Lanze. Die ist wieder reingelaufen. Ich hab die gerade getroffen. Ich brauche das Zeug rein. Hier. Rechts. Außer Alp. Hat nen Hit. Da hängt er am Stein. Das ist ein Fighters Team. Das ist schlecht. Ja ist ja jetzt gut hier ne? Die hat ihn weggesprengt. Hier ist irgendwas. Guttags. Du hast glaube ich keinen Sound oder so. Ich hab keinen Sound. Ja. Hallo Jeremy. Ist da aus dem Ding? Der ist irgendwo hier der Typ, aber der andere ist da an der Tür. Der ist da. Wieso hab ich keinen Sound? Hier schleicht einer bei mir. Ja. Ja. Er ist tot. Sehr gut. Der wollte mich spielen ey. Ich hab den noch schleichen hören. Hier hinter. Ah. Meine Hand. Hab mich zweimal getroffen hier vorne. So. Bin ich wieder da? Habe ich jetzt Sound? Ich hab Sound. Ich hab Sound. Dankeschön für die Info. Und äh. Hallo Jeremy's. Und äh. Danke Shaki. Da ist er. Hier hinter. Ich hab keine Ahnung warum ich keinen Sound hatte. Ich weiß es nicht. Dankeschön für die Info. Weil bei mir ist alles ganz normal ausgestimmt. Oh. Oh fuck. Hab ich. Schön. Stimmen. Hallo. Ist er doch eigentlich nur rot? Ja da ist muss noch einer mit der Lanze drin sein. Ich hab. Was ist das? Also ich hab noch eine mit der Lanze rumlaufen gesehen. Deswegen. Ja da ist einer doch aufgehoben. Das Bounty. Oh. Ja die ist dahinter. Die war rechts außen. Die ist hier? Ja die ist hier drin. Lenk die ab mit der Tür aufmachen. Ja die stand grad da oben. Leider nicht getroffen. Ja die stand grad da oben. Leider nicht getroffen. Hm. Weg da. Da hinten. Hier auf der rechten Seite. Scheiße. Ich glaub die nicht. Ja genau. Hat nen Hit. Ist tot. Ja ich bin hier immer mit dem Giftschuss gelaufen. Ja das stimmt. Uh. Lass es dir schmecken. Gut Nunger. Genau. Lass es dir schmecken. Guten. Gibt es hier irgendwo Heilung? Jetzt muss ich meine Heilung nutzen aber. Ich guck mal. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es. Hier ist es noch Special. Ach komm. Ich hab keine Ahnung warum. Wo ist kein Sound ausspuck ich? Ich hab keine Ahnung warum du auch Probleme mit dein OBS hast. Ich hab keine Ahnung. Es war jetzt ein Versuch gewesen wenn es ein Bentoilabend nicht mehr hilft dann. Ah das sieht das nicht. Ich glaube die gehen halt hier runter auch. wir müssen nach fortbeuten können sie raus können den entgegen kommen kann man auch anscheinend hier runter raus jeder kann man noch bluten wenn ihr das noch nicht noch das noch irgendwo einer schossen was ich ja mal wurde ein bisschen wasser im wasser drin war ich zu weit gekriegt was ich nicht hier achte minute die ruhig ob ich machen könnt ihr kannst du nicht nehmen es ist einfach kurz noten bitte vor dem weg kommen ich glaube nicht also nicht nur auf den kopf ja das sind schüsse von denen ja ist der rest einer noch der andere versuche ich gerade zu holen versuche mücken drauf zu werfen ich glaube sie sind jetzt zusammen ja hier unten ist direkt einer bei mir recht und ja auch mann der trifft mich aber ich nicht hier ist der brennt dann rennt bei mir warum ja haben wir alle der war ungeheben drin Der Mode von... ... ist drin. Oh je. Anschul. So. Ich hab den gut geflasht. Also genau, ich könnte eine looten. Leute, der hat die neue Waffe schon. Liegen die ja jetzt hier überall. Hier oben ist auch noch einer mit... Hier hat jemand... Also hier kann jemand... Das ist doch hier die neue, wie heißt die denn? Ewiges Leid. Ach, das ist die Martini. Ja, das ist die Martini Henry. Martini Henry mit dem Magazin. Das hab ich eben auch erzählt. Bei der anderen Leiche. Aber da hat anscheinend niemand zugehört. Hallo. Schön, dass du auch da bist. Wo kommst du her? Ich mach dir wieder Komplimente bei einem fettes Band. Danke. Habt ihr die Leiche hier unten in den Käfig gelootet? Ey, wo ist denn der Käfig? Hier. Das stimmt. Ach man, das war so ärgerlich. Ich hab extra lange, bisschen länger gezielt mit der Sprotflinte, weil der eine mich nicht gesehen hat, der mit der Nackte. Ähm... Aber... Aber... Ja... Leider hab ich ein bisschen... Also ich hab ein Millimeter sozusagen verschossen. Toll. Ich hab zuversichtlich sein sollte. Äh... Gotax hast du gehört, ne? Das ist die Martini Henry. Mit dem Magazin. Ja, ja. Ich wollte die mal ausprobieren. Mal gucken. Oder holst du die Arm. Kannst du auch gerne Arm. Du spielst ja immer sowas. Ich spiel immer sehr gerne. Ja, warte ja. Also... Ne, lass mal. Ich probier die erstmal aus. Kommt ihr? Ja? Ich guck grad, wo die eine noch ist. Ich guck grad, wo die eine noch ist. Die ich grad nen Headshot geben hab. Und ich find die nimmer. Die ist da oben. Ich hab das... Ich hab das eben gemarkieren. Meinst du die... Meinst du die... Meinst du die Schwester? Ne, die Kackenschwester? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Die liegt da in dem... In dem Turm. Da irgendwo. Ne, in dem anderen. Der Nackte. Ich verstehe, dass Kugeln sich anziehen finden. Aber dass gleich die Kleine um der Gegner fällt. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Naja, also so oft falle ich nicht um, aber ich bin halt magisch anziehend mit Kugeln. Geil. Wurde mir nett. Ja. Nyao. Ich hoffe, dass der Zaun jetzt bleibt, der. Mann, ist ja ärgerlich. Aua! Alter! Haben die dich getroffen, Mann? Alter, ich dachte, wo kommt die... Aua! Auf! Ich bin mit euch, ich treffe mich einfach nur mit meiner Bornheim. Hallo, ich hab nur noch einen Balken. Mhm, noch. 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 Gut ist sicher. Noch. Noch, noch. Das ist die Betonung, ja. Wie ich mich mit meiner Bornheim einfach so weit treffe. Von wegen von Bornheim ist scheiße. Alter, das ist auch nur Erbsenpistole. Hättet ihr mir damit nicht spielen könnt? Oh Mist. Nice Among Us? Nice Among Us. Wieso hat den Cut? Ihhh, so hell. Wieso hatte ich den gerade immer so komische FPS ein? Oh. Aua! Tut da weh! Tut das weh? Alter, ich hab's nicht mehr. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich wollte da nur testen. Klar. Ich muss gleich mal gucken, ob der Aufnahme sound ist. Oder schlecht, wenn nicht, ne? Das wäre richtig schlecht, weil den OBR schlägt alles aus. Ich höre gleich mal direkt rein. So. Wir haben 600 zu töten. Schee. Guck mal, die waren sogar zu zweit nur. Schee. Ich hab auch zwei Kills am Bastard ja. Und eine Unterstützung. Uiuiui. Ich hab auch einen Kill. Sehr gut. Schön gemacht. Ich hab drei. Angeber. Angeber. Na ja. So whale seid so ... Falls ihr euch gefallen haben... Zombień клиiv. Ja... Wieso Cultureichtig. Ich hab grad statt Fireeater Firefetter gelesen. Der Firefetter. Firefetter. Ja haha, ein bisschenpants. Das war wenn halt. Danke. Haha, ein bisschenpants. So, erstmal nämlich Bullet Grabberman. Nee. Bullet Grabber. Ich hab in der Aufnahme Sound drin. Nur Twitch hat dann irgendwie keinen Sound gewollt oder so. Ich hab keine Ahnung. Aber irgendwie hat es auch gewendet, wenn man mal kurz ein bisschen geleckt hat, war auch irgendwie komisch. Alles komischer. Irgendwie komisch. Ich mach mal kurz. Ja? Ich such einfach gerade Bullet Grabber und ich sehe es einfach nicht. Ach da. Ich hab's gefunden. Ach so, einfach mal. Ich hab Voltia mit. Achtung, Achtung. Ich hab Voltia mit. Ich tu auch schon lange. Dann hab ich jetzt auch Voltia mit. Nee. Das haben wir alle Voltia. Erziele Kopfschüsse bei feindlichen Hunter. Dann hab ich doch gerade schon gemacht. Zählt halt nicht. War doch frech. Hat das bei dir nicht gezählt eben, als ich dich getroffen habe? Äh, war ja kein Headshot. Und das war ja nur Mitleid. Das war nur Mitleid? Das war Mitleid. Mitleid. Hm, Beinkleid. Melee Weapons. Gehört dazu auch eine Shotgun? Wenn du damit zuschlägst, ja. Mann. Wegen Teamschaden. Am Ende gewinnt der Messerstecher-Team. Amnestal des Spiels. Na so. Aber es hat nicht mehr so viele Punkte, ne? Oder gibt es... Irgendwie meinst du... Weil ich hab jetzt da schon total viele... Also weiß nicht, das Streifen ist ja schon jetzt ein bisschen bei mir. Ist es nur dieser eine Streifen? Dann geht das ja ganz schön schnell, oder? Ja, davon hast du aber 50 Stück. Wie 50? Ja, du musst... Du musst mal oben auf Event klicken und dann auf Tracking oder so. Was passiert bei Tracking? Ja, da siehst du, wie viele Dinger du hast. Ach so, das heißt... Ein Streifen ist sozusagen... Also es gibt mehrere Streifen, die man erreicht. Naja, ich sag mal, der eine Streifen, den du, glaube ich, meintest... Der ist nur ein unterstützter Streifen, damit du das Hauptding fertig bekommst, schneller. Ja. Weil der eine wird alle sieben Tage resettet, der erste Streifen, den du siehst. Aber wie soll ich das denn... Warte mal, wo ist denn jetzt hier... Ach, ich kann mir ja... Questlands? Nee, Challenge. Kill Hives with Throwing Knives. Ja, muss der Wurfmöße mitnehmen. Destroy Dog Cays or Chicken Coops by Breaking the Lantern. Also muss ich mit Laternen... Finger kaputt machen. Die Damage to Enemy Hunters using Melee Weapons. Land Headshots for Enemy Hunters from 100 Met... 100 Meters. Ja, der Kapp ist aber wie auch immer. Okay, also muss ich Wurfmesser mitnehmen und ich muss gleich... wenn wir diese Hundekäfige und Hühnerkäfige finden, muss ich da diese Laternen reinschmeißen. Ja. Was zählt denn hier? Wurfmesser. Weil es sowas Wurfmesser kommt. Ja, ich muss erst mal hier... Okay. Oder warte mal. Ich muss ja nicht mit... Kann ich die auch mit... Muss ich dafür... Also sind das wirklich die Wurfmesser? Ja, Throwing Knives. Kannst du alle nehmen, ja. Damit kannst du theoretisch auch zuschlagen, außer Mortis. Okay. Wegen Teamschaden am Ende gewinnt... Ja, der messerstechende... Was? Der messerstechende Team umarmende Stardewspielens. Vor allem Morgen ist er ja auch schon einmal gespielt. Ach, wegen dem Team... Ach, jetzt verstehe ich das. Ja, schon ewig und drei Tage, nie mehr. Ja. Hab ich doch, der wird noch gespielt, oder? Ja. Es gibt sogar bald eine neue Version von Among Us. Ach so, du meinst Among Us VR oder so, ne? Nee. Wie das... Das ist wie Dead by Daylight ist. Also, dass man halt... Selber sein... Ach, das stimmt. Also, man ist da... Imposter. Und man jagt dann die anderen. Also, das ist halt dann... Among Us wie Dead by Daylight. Okay. Ja, stimmt. Ja. Klingt ja doch so. Das ist ein sicherer Gunsoomrinne. Ja. 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 wieder vorher ja schon wieder vorher raus ich weiß nicht morgens zu dritt weiß ich nicht so ein bisschen zu wenig oder so ein dbd ding ist würde es theoretisch gehen aber wenn dbd hast er kaum eine chance und nur ein killer und nur zwei überlebende ich habe angst ich habe bock auf butter jetzt jetzt ein klumpen butter ja jetzt kann ich das würden die hatte eine fackel das kippen hier drin ja habe ich die feierabend Und ich hab's vorher geguckt und gesagt, doch, rennst du durch den Feierhauten. Ich hab nicht reingetan. Ich hab nicht reingetan. Hier ist übrigens der Hinweis. Ich hab nicht reingetan. So, gehen wir hin? Ne, jetzt so lange wir brauchen. Aber das muss man halt fern noch. Nehmen wir nach Appa? Oder lassen wir sich da im Süden rum? Ja, da ist aber ne Appa. Wann? Da ist noch ne HALF. Da unten. Okay. Ist man auf die HALF geschossen? Ich nicht. Ne, ich hab den Morty da auf der Brücke bekommen. Achso. Ja. Da gibt die Empörung. Oh, da ist noch einer. Ach. Musst du die mit Giftmudi machen? Ja, ich muss sie mit Gift plattmachen. Ah, jetzt hab ich. Hab ich nicht. Achso. Wir sind feuerfrei. Ich muss sie wegmachen. Wirklich? Hier ist noch ne HALF. Ich hab's noch geschafft. Ich hab's noch geschafft. Die muss ich so extrem lauten wegmachen, wie es geht. Hätte ich ne HALF. Mit Gift. Dann wär's. Oh man ey. Das wär doch was. Das wär echt was. Alter, hier ist aber auch ein Klumpen an der Waffe dran. Wo ist denn die Lieber? Ich hör sie da schon schreien. Alter, ist aber auch ein Klumpen an der Waffe dran. Hast du da so nen Anhänger dran gemacht? Nee, da kommen schon Klumpen mit dem Waffenvorrat an den Linken. Mit dem Patronenvorrat. Achja, stimmt. Die muss ich auch noch wegmachen. Mein Gott. Du mein Messer. Mein Gott. Mein Gott. Hey. Der Scheiße. Der hätte ich nicht machen sollen. Nein, ich hab' mir gesagt, der will ich nicht. Nein. Jetzt hab' ich keinen Trainplatz mehr frei. Ähm. Ja, gut. Lässt mal mal jetzt. Wer da bliebigen? Ja, ja. Irgendwo da wo noch ein bisschen. Das ist. Hier ist noch ne Dings, ne? Morty. Der wieder kann noch. Ja, die hab' ich jetzt. Die hab' ich fertig. Hä? Ich könnte ja jetzt ruhig alle wieder verprügeln. Die könnte ja ruhig jetzt alle. Was könnte ja ruhig alle. Da ist noch ne Eif. Wo? Ja. Da war ja manchmal noch ein Pfeifel. Mhm. Das sind Kreie verbrannter Seelen. Geil. Ich kenn' dich. Du hätt' ja mann. Hallo? Hallo? Schönes Eingeschön. Hallo? okay das muss so wenn ihr hunde und hühnerkäfige seht und da ne laterne habt einfach die laterne rein also kaputt machen halt das ist dann ist ja so hell mein stil und ich rufe also ich habe konstante 90 fb ich hab sogar 100 aber Boah, ein OBS kommt jetzt mal. Ich kann keinen Dings mehr mitnehmen, ich muss nicht nachreichen, ich hab nen Trade zu viel. Wieso? Ach man. Ton. Äh. Ruhe. Oh, ich hab's mal als Ferne gefunden. Sehr gut. Versuch von? Oh Gott. Ja, ich muss halt dreimal, ne viermal. 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 Ich glaub hier ist wieder so ein Kost. Aua. Kost bei Veranstaltung. Mein Gott, hör doch auch nicht auf. Mundi. Naja, muss ich doch immer mit ner Kasse gehen. Ich muss doch mal ner Kasse. Es gibt keine Kassen mehr. Hier kommt die Kasse. Och ne, nur mehr Hunde. Kassen sehen aus. Jetzt hat sie ausgekostet. Das ist keine Kasse mehr für der Weekend-Feeling. Weekend-Feeling. Aber warum zerstreuen wir das eigentlich gerade? Ich muss hier noch kurz. Hä? Die Welt retten. Nein, aber ich dachte wir gehen hier hin, weil ich auch noch die Käfige und so. Die Käfige und so. Hä? Okay, da kommt. Vorher einer geschossen? Warte ich was, nö. Hä? 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 Das Feuer ist so viel. Geht doch kein nir. Wo sind denn diese Käfige hier von den Viechern? Na gut. Seitdem das irgendwas kaputt gemacht hat, ne? Das war ne Hive. Keine Ahnung. Da unten sind so Käfige. Ja, ich brauch gleich noch ne Hive. Ich wollte jetzt eben kurz... Äh, eben kurz. Da. Ich hab halt ne Laterne gezogen. Wieso keine Hunde oder so? Was ist denn das? Da. Doch da. Da ist ein Käfig. Da. Oh, down. Ist ne Brutbrust. Vielleicht hier ist Morty. Und wo war jetzt die Hai? Was? Äh, die hat ja Pause noch. Was? Da schießt er noch. Ja, ja. Da hat von... Aua. Hier vom Dock und da. Hat nen Hit. Oh mein Gott. Will der Meliko's Eben helfen? Ja, ich schieß auf die zumindest. Nein. Hat wieder nen Hit. Mach Mann. Da müssen wir kurz nachladen. Eieieiei. Oh mein, ich muss grad nen Paar Patronen reinwerfen. Hallo Olli! Na wie geht's hier? Schnelles eingeschaltet oder das? Hallo Olli! Olli! Scheiße, das ist auch mal um Berg. Hi Olli! Ich bin keine Buh. Mann! Ey. Ich treff ihn nicht. Von da oben! Was? Wird schlecht. Hat nen Hit. Hat nen Hit. Mussten wir in die Haltung reinwerfen. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Na klar. Warte Ahnung, positiv. Was ist die Gesichter? Die Hunde immer noch. Scheiß drauf. Hallo Olli! Na, wie geht's hier? Lass dich abtönen, ne, tönen. Jajaja. Musik streamen. Oh Gott, ne. Lass sein Gesang streamen wird. Dann nicht nochmal. Sink. Mein Gott. Meine Fresse. Weißt du, diese scheiß Zombies. Oh. Und dann diese, die hat irgendwie immer Glück gehabt, abzuhauen von mir. Ey, die hat so Schwein gehabt. Das hat mich verreden. Ah. Hab mich aufgeregt. Leute, da ist er. Nice. Kannst du mich auch mit Nikrol? Weiß nicht wo die sind. Ich auch nicht. Auf jeden Fall ist die tot. War das ne Frau? Ja. Ja, doch schon. Gott sei Dank. Weil die hat mich grad richtig heftig genervt. Die wollte einfach nicht verrecken. Mh. Ja, der rett noch irgendeiner. Oh, der rett noch irgendeiner. Lol. Sehr gut. Moment, ich hör doch da jemand. Jaja, ich hab da nämlich auch Schritte gehört. Da kommt noch einer. Da kommt noch irgendeiner. Ah. Von rechts kommt auch noch einer. Oh, was? Von rechts. Auf. Warum im Grund dann halt ich? Pass auf, da ist noch einer. Einer hat noch irgendeinen Schritt kassiert. So, versuch die mal irgendwie dahinter zu verstecken. Versuch mich mal irgendwie mit Nikrol anzuholen oder so. Wenn's glaubt. Ist auch noch einer. Hm. Danke. Muss los. Jaja. Wir schießen nicht. Oh, da oben war noch einer. Ja, da oben auf der Mauer war einer. Ja, ich schmeiß die Patronen rein. Hinter uns. Wo war der auf der Mauer? Auf der hier oder der hinter? Ähm. Rechts. Nimm den Turm. Ach, der Endlocker. Der ist irgendwo dort, der andere. war. War hier gerade. Habe ich leider nicht getroffen. Okay. Ja, der andere ist da oben am Turm. Der andere ist hier am Turm. Wir sind noch mal Wunde, wenn du brauchst. Okay. Die sind zu zweit oben. Hier hat ein Hit da oben. Hat noch ein Hit da oben. Ich hab nur eine Patrone. Scheiße. Ich muss nachladen. Wo sind die denn genau? Oben in dem Türmchen drin. Zwei Stück. Äh, dann ist die Warte da rechts rum. Ja. Hat ein Hit. Da ist nämlich auch noch einer. Jetzt ist aber langsam gut hier. Hat auf jeden Fall gerade einen Hitcast hier. Komm mit hier. Oh, der ist irgendwo hart gebrannt. Das brant. Warum macht er den die Pump? Ich hör ihn, der ist hier. Ja. auf den turm scheint keiner mehr zu sein haben dann ist noch daneben habe ich habe ich sehr gut da wollen wir alle mal rein keine heilung mehr ich habe nur noch vier schuss hat er ist alles leer hier oben die er hat doch gerade noch eine gesunde schossen habe ich auch ja da habe ich auch gehört habt ihr die alle gelootet hier oben schon ich habe noch gar kein gelootet ich habe eingelootet den hier oben hat er ich habe jetzt zwei die zwei da habe ich ja also den habe ich euch und den habt ihr auch den ja ja habe ich gerade gut du auch marcel noch nicht aber ich habe nach guten okay dann kann ich ja los da liegt noch einer an dem berg genau schnappig wo ist noch einer oben liegen zwei liegt das denn hier nicht mehr nicht hier nicht mehr er wird die wieder holt hier nenne er liegt hier ich habe gesehen raus gebrochen was auch sein zu hause ich habe jetzt freigelassen und hier unten liegt ja auch noch irgendwo hier liegt eine waffe hier liegt eine waffe hier oben einige kill ja die haben wir ja die die hatte ich hier die habe ich das gotax hat gestorben hatte ich die da oben erwischt das ist vielleicht noch was vielleicht noch irgendwo anders eben eine getroffen weil ich habe die und den typen da unten das weiß ich da so nicht hintereinander hier liegt noch eine ja nach meinem stachel dread und stachel dread mit der werfe ja ich helfe dir mal ich habe wieder dreimal heilung das ist mal los zu dem boss als wir einen hundekäfig noch finden sollten oder hatte ich dir von hatte ich dir vorhin gesagt hinter dem weißen haus da da ist nur so ein käfig und ich muss nur noch eine halbe mit oder wann das vielleicht das feuer vorhin was ich so anhörte das so knackt und pfeift und so ich habe es ja auch gehört oder dachte das wäre sowas gewesen aber jeder boss ist weiß ist irgendwo noch eine eine brauche ich noch ein 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 eine eine ein 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 warum ich habe mich für alle sachen ja habe ich doch mal sagen das feuer in der mitte das feuer in der mitte du getroffen worden marcel schade na klasse hier liegt noch wiko und liegt wiko 2 noch wiko ja wiko wenn sie hier mit nehmchen voll Und Treadpads hab ich auch keine mehr. Igor, liegt da nicht voll rum? Steh auf. Igor. Wer schießt? Ich ne. Cool. Du 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 du. Hi hi. Oh mein Gott, ich bin halb tot. Miracle. Fuck yeah. Es ist zu kalt. Ach so ist besser. Also ich finde jetzt nicht gut, dass wir das Feuer dahin oberlich leiser gemacht haben. Ah, die Mücken kommen zurück. Nein Meister, wir gehen nicht gut hin. Wir bleiben bei dir. Ich dachte, ich war doch gar nicht mehr drin. Ich war der einzige Schrift im Raum. Oh je. Oh je. Oh Gott. Das ist so weihnachtlich. Das ist ein schöner Weihnachtsbaum. Das ist wirklich ein schöner Weihnachtsbaum. Kann man hier so ne Lichterkette umhängen? So ne schnell. Ja wir müssen nur noch. So ne schnell bunt blinken ne? Haptik hat geschossen. Ich nie. Ne. Ich hab nen Schuss abbekommen. Ich hab dir nicht gehört. Also hab mir jetzt nen Schuss abgeprallt. Guck nochmal. Na ich sehe nix. Kommst du rein? Aua! Ich hab mich denn eingeschossen. Marcel. Was? Ja. 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 Schön dass du eingeschaltet hast. Frisch. Frisch. Frischheit. 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 Schön. Mal gucken. Mal gucken. Was wollen wir denn? 6 stück geil event freigeschaltet kapitel 2 und da ist ich habe eine ein kieler ein kieler dann ach so warte ich kann ich habe noch ein hand schnippeln oder so ähnlich ich bekomme dafür 185 hand dollar ich bekomme dafür die gute von panem 171 okay ja okay genau dafür soll sagen dankeschön fürs reinschalten falls ihr gefallen hat das gerne leichter abo und die nie vergessen und morgen um 13 anschauen und einschalten tschüss tschüss ich habe einen neuen anhänger schmeißen weg ich schmeiße ihn nicht weg oder wenn das mal ist doch hoho 25 bei uns kostet ein scheiß trade zu entfernen warte ich werde damit nur noch mit 25 25 hi tam na wie geht's dir hand dollar oder hand dollar ne ne hand hallo tam hallo tam die hände wie geht's dir tam wie is it wie war deine woche bis jetzt und wie geht's dir wie steht's dir ach ne ich war wieder also ich mach schon mal ready ich bring nochmal kurz was weg bin sofort wieder da juhu ich hab grad so ne giening gedöhnt giening giening was hab ich denn hier ich muss dive killen ich muss die kasse finden und ich muss die hand mit der kopfschuss killen und wenn das 100 metern sind dann hab ich direkt zwei quests fertig warte was muss ich nochmal machen krass genau genau amor mit fire und emulator mit chokebombs genau und ich bin sofort wieder da viel spaß mach ich eine güte mit und habt ihr irgendwas richtig cooles am wochenende vor gehen morgen nochmal zum weihnachtsmarkt wer da ich habe mich schon am regen ich höre mich ja gar nicht muss gucken ob das stream geht sie uns zuschauen was gibt's cooleres ähm 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 ich hab mich auch überfragt ich wüsst'n ich wüsst'n ich wüsst'n nichts ist Ragun da? hm? ist Ragun noch da? Ragun Ragun ist doch weggegangen ist aber gegangen nein 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 war immer da oh Gott Entschuldigung für das Gähnen ich hoffe ich stecke niemanden an aber ich hab halt so'n Tief nö nö ich glaub ich brauch da nochmal ein Cappuccino hm äh der kann uns einen machen wer Findus? Fridolin kann dir ein Cappuccino machen sag ich ihm gleich welcher Fridolin? du kannst doch jetzt ruhig zugeben die wissen, dass wir einen Butler haben der im Westflügel hat da drüben wieder meine Warnung kam zu spät wie meine Warnung kam zu spät tja die Warnung dass schon wieder 13 Uhr ist mit Hans Schoder und Schörs eingeschaltet haben mittlerweile noch einen guten Mut und Shit hallo hallo achso wegen den Genen was? grad so ne Müdlichkeitsphase ich hab gute Gene so ha und dann es ist in den Phasen könnte ich mich wirklich einfach nur hinlegen hast du den grad mit einem Schlagring getötet? und ich würde dir einfach neee wenn du mich so fraß Imulator und also erstmal die Stacheli die brauche ich und die Mortis muss ich auch killen ja die Imulator brauche ich auch ich kille gar keine mehr musst du die mit Chokes killen? nein ich muss die mit Schlagring töten ja dann zählt ihr das? ja ja sehr gut ja guck mal ich hab alles richtig gemott ach ich muss eins killen warte nein ja ich mach gar nicht mehr macht jeder unter euch aus ich brauche sie mit den emerald was den klumpi brauche ich nicht ich brauche die mortis wieviel mortis brauchst du? auf der Reihe ich mach die ich brauche auf der Reihe und die dicken die muss ich auch noch ja da ist ein frische Box haze sind Hunde bebbededebbee padapupu ich bin ne angeflogen ich werde eigentlich hin ich mache das Spruch DIVE da lag feuerfest rum ich wollte mir das gerade einsammeln ich dachte ich hätte das andere schon gehabt den zweiten packt oder schwur und scheiß ich habe ich gerade 25 packt bei uns ausgegeben deswegen ich musste noch für den zweiten packt haben feuerfrei die wirst du gut erst mal umrufe ich versuche eben ganz schnell zur kutsche zu kommen unter der zu worte welche kutsche davon ist der kutsche ich will auch scheiße er ist nicht gestorben ich hab dann auch meinen letzten training wo es jetzt nicht brennt hier geht es eigentlich okay ich habe jetzt habe ich wieder dieses komische nach dieses schwammige kannst du mal kurz mal hängen achso ich hab schon hast denn was gemacht Marcel du hast die Punkte hier nebenbei vergessen achso ja nimm dir mit wo ist denn ach da hä wieso wieso kann ich das hier nicht aufheben du musst Platz halt haben ne die Platz ja du darfst genug du darfst nicht alle Trades voll haben hab ich nicht ich hab noch vier Trades voll hast du links ne 4 von 4 stehen nein 3 von 4 du brauchst 4 von 4 was du brauchst 4 von 4 ich brauch 4 von 4 ja weil das erste schon hast und für das zweite brauchst du 4 Spuren und wie soll ich die aus Köln und so so Hunter lösen ich will nur 30 Punkte zusammen in einer Runde gut das ist mal ganz ehrlich fucking los meine Güte meine Güte du wirst aufgehoben meine Güte diese Hives Hive danke meine Güte die Hive meine Güte meine Güte meine Güte meine Güte wir gehen zusammen ja ja aber ey wir laufen jetzt gemeinsam nochmal zur Kutsche ich bin nicht alleine oh 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 war das jetzt das der schwein der schwein der schwein der schwein der schwein das war der schwein war der schwein jetzt oder nein war das crappy jaja oder war das der schwein mhm 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 ne war crappy also das schwein ja danke du hörst mir gar nicht zu mhm kenn ich mhm mhm nein okay brotdose hallo Hand ohne Brotdose, Wurst. Ich hab irgendwie Fläschbelchen fest. Ich hab irgendwie schon viel. Wurst. Wurst. Brotdose. Danke. Ich wollte nur sagen, die ist leer. Waffe. Eine Waffe. Es ist auf jeden Fall richtig gut in meinem Rostmann. Oder generell. Was Falsches zu verstehen. Besonders, wenn jemand einfach nur Affe sagt. Und du sagst dann laut. Eine Waffe. Und der Mitarbeiter. Mir kann ja keiner rechnen. Der Mitarbeiter guckt ja auch jetzt nicht rum. Eine Waffe. Waffe. Echt. Das sieht so aus. Wörter, die man nicht im Kings hat. Eben von Geschäften oder Fluten. Von Bahnhöfen sagen soll. Ne Waffe. Ne Waffe. Das war auch ein Bildchen. Hier, mach schon eine Latte Macchiato. Dafür schäumt alle die Milch auf. Ich hab irgendwie, seitdem ich mit meinem Sex zusammen bin. Neue Lache. Neue Lache. Irgendwie. Neue Lache. Irgendwie. Irgendwie so. Indem ich so lache wie Ernie. Und so. Und so. Alter, die hive draußen. Ich seh dich. Bleib bei mir. Du hast nen knackigen Arsch. Wollt ihr machen? Ja. Ja ne ne nehmt. Nehmt ruhig. Wir sind welche. Bedient euch. Ah. Guck mal Mecker. Ah. Ja ja. Wir schießen welche. Ich sag euch, die sind direkt hier vorne. Boah, die wärmst du da? Alter, die heiß. Sind die alle vorne und drei auf der Ecke? Ich guck mal. Alter, ich glaub es sind vier. Wir haben hinten auf 285 weg einen. Irgendwie so auf 225 sind zwei. Und so einer auf 195 ist noch irgendwie einer. Ein bisschen weiter weg. Ich mach mal. Ich mach mal kurz hier oben dicht. Für zwei Minuten erstmal. Da da oben keiner langläuft. Ich mach mal kurz hier oben dicht. Für zwei Minuten erstmal. Der hat die Tür aufgemacht. Welche? Ach shit, nein. Ach der hat immer der Doppelpistel. Ach ff. Ach, ich konnte nur einmal hitten. Oh scheiß. Siehst du draußen? Ja, ich bin auch von der Balkon gefallen. Aufpasst, bei ihm ist direkt einer. Und ich könnte dich kein Dings holen. Ja, mit der Scheiß. Ja, mach mal. Ja, ich hab grad vier Sekunden Sicht. Ach so. Ah ja, okay, nein. Ja, warte. Das ist gut sein. Ja, der ist noch da. Ja, der hat sein Doppelpistel mit Blutungsmonet. Ja, ich hol dich das bei dir so weggegangen. Ich glaub, der läuft da wieder. Das neue Steam kommt an, hat einen erschossen. Danke. Hm. Okay. Da drin ist einer gestorben. Wir müssen gucken, wenn die nicht unten und unten haben die angewackelt kommen. Guck das davon. Hä? Also, ihr könnt mich eigentlich holen. Hä? Der gibt mir einfach einen Headshot durch die Wand und... Ah ja. Davon würde ich gerne die Sicht mal jetzt sehen, von wo der Stand gewinnert. Ach. Ich versuche, mich unten zu holen. Okay. Deswegen geht's nicht gut. Scheiße, ich treff nix. Äh, ist wohl nix. Äh, ist wohl nix. Ja, das freu ich ja auch. Hatte sich an wie so'n Sparks irgendwie... Mich? Nee, mich hat er mit, äh... Martini Henry. Ach, Martini Henry. Ja, ja. Aber... Ja, ja. Aber... Gute Nacht, Jeremis. Genau, gute Nacht. Danke fürs Reinschalten. Ja, gute Nacht. Schönes Wochenende noch. Du musst es... Es sind mir leid, bis wir gehen. Du hast heute ein Kürbisbrot entdeckt. Und es ist extrem gut. Oh ja, Kürbisbrot ist richtig lecker. Mit Käse. Mmh, geil. Mmh. Mmh. Yeah. Geil. Mmh. Der kleine Gurtag. Na, wie ist das? Wie ist es? Hallo. Schönen Start ins Wochenende. Bzw. Bist du dir gesund? Bist du dir gesund? Hallo, Niki. Hallo. Soll ich noch umschalten? Bei ID? Uh. Sehr gut. War das sehr teuer? Oh Gott. Oh je. Hört sich nicht so cool an. Nicht gut an. Nee, das ist echt nicht gut. Oh man. Oh Gott, ja. Gute Person. Wir werden weiterhin... Dann haben sie schnell wieder weggesehen. Oh je. Krass. Oh Mann. Ist aber jetzt nicht von der Erkältung dann, oder? Ist jemand Falsches gegessen? Stimmt, ich erinnere ja noch. Hm. Weißt du, warte ich nicht mal mal alt bewährte es hier mit. Über deine Feder. Was hast du bei der Feder? Oh, das ist ein Traumfänger. Aber die Hasenkote, die werde ich mir dann irgendwann auffangen und dann hab ich Glück. Oh Mann. Na ja, ist ja trotzdem einfach beschissen. Ja, ist doch doof. Kannst du, kann man ja drüber 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 drüber. Ich finde es auch jetzt nicht schlimm, darüber kurz im Stream zu reden. Nö, alles gut. Eine Sache, die kann man sich ja nicht aussuchen, ne? Man kann jetzt noch nicht sagen plötzlich, so nein Bauch. Ja? Nicht übel werden. Jetzt mal nicht hier mit dem Bauch. Oh Mann. Ähm. Gehen wir eben, während wir im Dings sind, ein Cappuccino machen. Also ich mach den eben. Alles klar. Was? Soll ich den machen? Wenn du unbedingt möchtest. Ja, aber dann kann ich vielleicht noch irgendwas gucken. Okay. Bis gleich. Jo. Ah, ich müsste eigentlich noch irgendwas mit Giftschaden nehmen, ey. So kack. Egal. Ah. Ich müsste eigentlich noch irgendwas mit Giftschaden nehmen, ey. Ja, ruhe dich schön aus. Und ähm. Ja. Und ähm. Ich weiß nicht, ob du Tee trinken magst. Ja, hau dich am besten hin und auf mich. Geht das schnell wieder vorbei. Ja. Ja. Ah, Zwieback ist so ein Zeug, das würde ich vielleicht nicht unterkriegen, ey. Ich muss sagen, ich mag das mit Milch zusammen, aber das ist, wenn man halt krank ist, wenn es einem dann übel ist, ist es nicht so gut dann noch Milch. Ne, eigentlich nicht. Oh. Und auch. Du ne. Genau. Ach ja, der schlecht macht noch ein Cappuccino, ey. Oh. whereby. Aber wenn es mythisch skiber kann, doch nur eine riesige Anw airlift aus dem Ich davon kenn. Ja, er почему? Wo? Oh. Oh. Kommt ja dalissen der Amylste. Wir brauchen dafür ещё – was ist, wenn wir dafür interessieren, nicht? Wir können ja währenddessen darüber reden auch nicht klar. schon mal Emulators oder so suchen. Ich muss ja Make Enemy hat das Bleed. Ach Mist. Nee, Quatsch. Eliminate Emulators with Shock Bombs und Banished Bosses. Nein, ich bleib noch. Ich bleib noch. Der Hives braucht keiner, oder? Nee, ja. Hier sind Wauwies. Da ist ein Dickerchen. Ich glaube. Nee, die habe ich schon fertig. Die brauche ich gar nicht mehr. Da. sie wie ich wusste so schön eingeschaut hat so ein show da weise noch ein guter chat hallo läuft bereit geplant ist geplant ist wenn wir dahin gehen oder alles klar nikki dann ja schaut euch so schnell gut geht aber ich glaube einfach hat er wieder stadt auf der arbeit also viel zu tun ja aber ich glaube ich war schon mal hier aber ich glaube es ist ein paar wochen her oder stimmt hat er immer eine kasse gefunden gleich ist da warte ok ich sehe keine kasse hallo 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 ja genau ich glaube in der zeit war ja auch einmal da bin mir aber nicht sicher ja das lachte denn so blöd ja nö alles gut so die die schöne sein und dann die mussten punkte sammeln für einen punkt damit ich nicht sterben gab es jetzt noch mal ab 36 punkte oder ich hatte 35 punkte ich habe auch jetzt mal dem wo man nicht sterben kann oder es ist der nicht ich weiß ich hab den da sieht aus wie ein dreieck das sieht aus wie ein dreieck ja wie so ein teufel mit ohren äh mit teufeln mit kördern ne dann ist feuer das ist nicht feuer doch der mit dem teufelsdings ist feuer der nicht sterben kann der hat so ne ähm vage doch marcel ah moon hm 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 ja ja vor zwei jahren ja mein name ist mein name mein namen wohn zerstört wie ist er noch liegt denn da ist er nicht schlimm aber wenn eine hochnahme zerstört ich weiß nicht ich weiß nicht könnte ich sagen so ja ich möchte mich jetzt umbenennen lassen die gehen raus die sind im ausgang ach leck mich doch im arsch ich war doch schon hier oder nicht wo sind die der ist tot die kommt nicht raus die müssen das aufheben ich geh ran die müssen auf der rechten seite vom schiff sein nein shit den wir es heilen sollen einer hab ich auch schön ok lebt nur noch einer ja der andere ist auch noch in der näher dahinter irgendwo oder dazwischen ja nein schön ok nein so ja die ist jetzt halt die muni 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 raus bis hier weil noch einer drin war du kannst über die ganze web laufen deswegen ich bin gerade so verschwunden wenn wir nach ständig ich komme dazu einzuloten hallo hallo ich habe nur die zwei im wasser deswegen dachte ich ja gut du hast alle gut von weggerannt bist du ja weil da keiner rausgegangen weil da keiner rausgegangen das ist einfach weil jessica die einfach gelootet hat deswegen die hat einfach gar nicht gefragt und ich weiß ich wurde alt und klapprig genannt ja okay aber das kann man aber bei dir aber auch irgendwie so folgen ton bekommt einfach bei deinen namen gleich gute besserung wenn man einfach besser reagiert du kriegst direkt mit gute besserung wie gute besserung das steht nicht mehr dem dies ratio und warum können die fliegen und ich nicht vor fliegen sind kleinere wie eine andere keine andere fliegen art die sind halt klein weil sie halt dafür sehr gut in obst sich ein bisschen damit können keine ahnung und die können fliegen weil sie es können so gute berühmung und fliegen was ist die kunst einfach deswegen wo machen wir es weil wir es können ja machen wir es weil wir es können das ist nicht nehm mal vor so ne fliege ich hab mir grad so ne rollstuhlfliege vorgestellt die so rumfliegt aber an so nem kleinen rollstuhl sitzt warum sollte die dann rumfliegen wenn sie im rollstuhl sitzt keine ahnung dann braucht sie nicht im rollstuhl sitzen wenn sie fliegen kann hä dann wird sie im rollstuhl rumfahren ja aber manchmal kann man mit dem rollstuhl aber manchmal kann man mit dem rollstuhl nicht übers wasser fahren mit dem rollstuhl nicht übers wasser fahren dann muss man fliegen ja die kann doch vorher schon fliegen die muss nicht bis zum wasser warten meinst du meinst du fährst mit dem rollstuhl erstmal bis zum wasser und oh so ne scheiße jetzt muss ich wieder beim rollstuhl sitzen oh meinst jetzt will er fliegen oh blöd ahaha ja denke ich mir auch ahaha 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 naja top werfung ich kenne die genug die es nicht können und es tun aua wer hat mich mit ner shotgun angeschossen wo denn ja die aus dem fenster wo aus der hütte Naja, natürlich. Ich will ja vorne fliegen ohne Beine. Er hat dir die Tür zugemacht, oder? Ich war ein schreckliches Kind. Ich habe den Bienen früher die Beine ausgerissen. Alter. Ich hatte mal eben meine Schulkollegen, die hat dir einen Spinn die Beine ausgerissen. Was, du hast 40? Harte Landung. Du warst 4. Ich war 40. Hat einen Hit da oben. Habe ich, der liegt da. Es sind nur noch 2 da oben im zweiten Stock. Naja, ich beobachte den einen, der nicht wieder gut wird. Naja, steht der wieder auf? Ja, der eine ist direkt hier. Naja, ich beobachte gerade den einen, der nicht gekühlt hat. Oh nein. Da ist ein Stacheldfall oder sowas. Mein Gott. klar von wo ich war da oben am fenster ja ich bin nach hinten runter gefallen da kann man nicht durch fenster hüpfen weil die da auch direkt eine falle gelegt haben ich glaube ich mach dir immer ein bisschen stress nicht löschen ja bin hier drin ja ja ich konnte mich gerade auf das fenster aber der gerade ich weiß ich komme gar nicht weg ist so ein schweiß geworfen den schweiß geworfen Lenk sie ab, ne? Lenk sie ab? Ich hoffe, sie haben schon Viren. Lenke sie ab. Da oben? Ja, ja. Ich kann den überhaupt nicht gesehen, irgendwie. Ja. Hat sie eine Bounty oder seid ihr da nicht? Hä? Ihr habt nicht eine Bounty, oder? Oh mein Gott. Oh fuck. Oh Gott. Ja klar. Ja. Ja. Eine Schottie. Ja, Schottie. Hat er dich dann nicht. Ach, Mann. Du bist zu gut. Hüfff. Hüfff! Okay. 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 Ah. Fuck. Na fuck. Ja ich muss es dir erst mal! Was soll ich denn machen? Schade. Ach... Ach, was ist der Becktaid? Ich habe es viel Ärger bekommen, da ich einen Mitschüler geschlagen habe, der Käfer getötet hatte und als es rauskam, warum wurde die Strafe aufgehoben, also warum ich ihn geschlagen habe. Zum Verständnis, ich war acht und hatte ordentlich durchgezogen mit fetten blauen Fleck als Resultat. Oh je. Ja, es ist nicht, ja, also ich war noch nicht stolz darauf, dass ich das armen kleinen Fliegen angetan habe. Mittlerweile ist es sogar so, dass ich dann auf dem Boden einen Regenwurm liege. Dann hebe ich den auf. Sieben? Also ja, weiß ich nicht, weil ich das scheiße finde, wenn man darauf rumtrampelt. Die Hunter? Nee, macht nix. Warum bist du gerade so leise geworden? Ich bin leise? Hallo? Du bist gerade ein bisschen leiser geworden. Weiß ich nicht. Müssen wir mal nachgucken. Oder jetzt? Weiß ich nicht. Eben warst du gerade ein bisschen leiser, als wärst du weiter weg gewesen. Nee, ich bin noch da, genau wie ihr. So, falls es euch gefallen haben, Leute, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Löckchen natürlich nicht vergessen und nächstes Mal zur Anschauen und mit deinen Schalterin. Tschüss. 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 Ich habe gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir sieben Stück hatten. Ihr seid ja mit einem Stein drauf rumgehauen. So ein Feuerkäfer. Oh Mann. Ach ja, gibt Schaden. Na, so muss ich das wieder mitnehmen. Ich werde mal eben kurz einmal den Stream neu... Ach Mann, ich habe einfach keinen Hunter, der eine Waage hat, also den ich spielen kann. Ja, du kannst auch jeden Hunter mitnehmen. Du kannst dir die Waage auch während der Runde holen. Ja. Ja, das kannst du dir dann den Schwur, den Schwur kannst du einfach an den Dings, Versorgungspunkten, kannst du den leisten. Gibt halt nur Hunter, mit denen du spielst, die sind halt speziell gebunden, aber alle anderen Huntern kannst du dir geben, was du willst. Genau. Okay. So, mal gucken, wie er jetzt läuft. Gnöme ich die andere jetzt nochmal mit? Oder lasse ich die? Die könnte ich zum Beispiel noch spielen. Ja, komm, die spiele ich erstmal noch. Die Musik eigentlich. Da ist die Musik. Yeah. So. Nachluden? Oh, ich nicht. Kann ich mal holen? Ja. Okay, nee, ich habe so schon nachluden. Goll. Aber ich habe auch nachluden. Goll. Mit dem Hunter, den ich mir gerade geholt habe. Okay. Und ich habe Dings. Hier kanalisieren. So. So. Gut, auf dem Handy habe ich nur 360p als Auflösung. Das ist auch gut. Echt? So maximale? Ja, hoffen. Ich habe es. Aber ich war generell schon echt, ich weiß nicht, früher war ich echt fies zu den Tieren. Aber ich habe es halt noch nicht mal mit bösen Absichten gemacht. Wie zum Beispiel sind ein paar Fische, war auch so, ich weiß nicht, da war ich so vier, fünf rum oder so. Wir hatten halt ein Aquarium und ich wollte die halt streicheln. Ja. Sind halt ein paar draufgegangen. Weil ich sie auch freilassen wollte, mal aus dem Lassim, aber woanders hin rum wackeln können. Im Kühlschrank, im Klo zum Beispiel auch. Die sind halt gestorben. Meine Eltern kamen dann und haben gesehen, dass da irgendwie, keine Ahnung, zwei oder so auf dem Boden und wie die da noch so rumgewackelt haben, weil sie nach Luft geröchelt haben. Na echt, Luft hatten die genug? Aber ich wollte ja halt nur streicheln, damit die ein bisschen rum in die andere Welt sehen. Ich wollte jetzt auch ein bisschen Party mit den Feiern, im Bierglas geworfen. Ja, du hast es. Trinkt auch mal einen Schluck. Oh Mann ey. Das war vier. Ja, deswegen durftest du ja nicht trinken. Deswegen sollt die Fisch da auch. Oder ich hatte immer so ein Zoo draußen gebaut, aber ich hab dann halt, damit die Tiere nicht abhauen, hab ich dann halt leider denen die Beine abgerissen oder die Flügel. Ich wollte den halt Zoo bauen. Ach, der Nachbarskatz. Die Nachbarskatz, du brauchst jetzt nicht mehr ab. Ich hab'n das eingehört, ich hab'n so ein Schautentau'n. Was? Ich hab'n so'n Rakuten-Modelschettel. Hallo, hallo, hallo. Ey, warum ist denn... Ey, ich bekomm'n gleich hier die... Hä? ...Krise meines Lebens. Ich hab'ne Scheiß-Shotgun ausgewählt. Ja. Und was hab'n ich nicht? Ich hab'n nur ne Pistole. Ach so. Ich hab' nur ne Pistole. Ja, wir werden schon ne Waffe für die finden. Ey, das nervt mich gerade. Wir werden eine Waffe finden. Mal gucken, wie jetzt läuft's mal. Spannend hier. Hier, kannst du auch. Niemals. Warte mal eben. Gebt man streamen? Warte mal eben. Warte mal eben. Oh, warte mal. Ich muss mal eben kurz... Moment. Äh. Warte mal. Na, fiat schon. Sag mal, sind alles Mortys irgendwie so... Wecke... ...Schmort oder... Wecke Mortys sind die. Ermordet? Ja, ich brauch' auch noch zwei die ich mit Schlagring da... ...plattmachen muss. Ich hab' kein Sound. Hey, irgendwo. Hier hab' ich kein Sound. Hey, Grimmis. Hä? Nein? Hallo, Grimmis. moment hörst du uns hier ist mein bluetooth kopfhörer gehen die mir sehr gut ich gehe davon aus so wissen wir seine weltkönster sind nur ich höre ich nicht das gut okay dann gehen wir nach kings nick hallo na wie es ist hallo hier ist überhaupt kein mord die letzten zwei drei runden keine ahnung war es wurde schon bosch gebände schnell waren wir dahin ja was du hast doch was auch bei kingslank ja was hab ich keine antwort bekommen ach so ja ich hab auch den sound dran aber nein sonst kleben die immer ein wie am arsch mit honig aber also arsch mit honig ach so ja okay kommen wir jetzt etwas völlig anderem ja wieso das heißt doch so die kleben eine marsch die hände am hinteren oder so dass man oder die kleben ja mars aber sonst da gibt man ja schon kund als zb auch Ja, aber der Arsch auf mit Honig. Der Arsch mit Honig. Da ist wieder der Arsch mit Honig. Ja, das höre ich auch aus, als wenn ich mir ein Brot geschmiert habe. Der Arsch mit Honig. Da ist wieder der Arsch mit Honig. Das ist der Arsch mit einer Scheibe Käse. Der Arsch mit dem Essen. Ich werde gemobbt. Weißt du, wie es mir geht? Du wirst geliebt. Warte, aber eine Hive. Die Hive hat ja auch gar nicht schon geliebt. Ich helfe dir beim lieben. Hallo? Ich helfe dir beim lieben. Ich wüsste nicht, dass du auf sowas stehst. Ich höre die schreien. Wo ist die? Ich kenne die Frage, habe ich Honig am Arsch? Was war das? Worte, die kenne ich nicht. Ja, wie Honig am Arsch? Ich kenne Honig im Kopf. Genau. Ich kenne sie nicht. Ah, da. Ah, da. Komm her. Hm. Uh, ist die Trade? Hier ist hier. Hier ist Quater-Master. warum brauchst du heilung weil er kuscheln wollte ein bisschen zu viel kuschelt doch noch mit der was anhängig und mir war kalt also irgendwas ganz komisch ich habe meine schritte bei den hand gar nicht mehr gehört so still wieso die schritte von charakter wenn man läuft die weg ich bin verlebt auf mich ganz einfach gegangen hat keine heilung drin ist aufpassen die rennen vielleicht gleich runter ja die rennen raus hinterher Wo rennen die denn raus? Attacke! Ach, da runter! Scheiße! Als ob die hier kein... Als ob die hier so keiß... Kann später mit den Spielen kommen? Mann, hau ab hier! Ne, nicht der. Ne, nicht nur. Wir rennen am Rand entlang. Ja, wir sind schon beim Wurz. Äh, ok, ich hab die Waldschöpfe vorbei. Neu-Wort-Kreatione. Wir sind gleich beim Ausgang. Ja. Ja. Ich hab den getroffen, da hinten. What's up. Aber geil. Ist halt nur ewig und drei Tage unterwegs, aber... Ja, da hat er ja nicht mal AP abgezogen bekommen. Bestimmt, was hast du denn mit geheilt, ey. Los, weiter. War auf jeden Fall ein Phantom oder sowas. Solange ich der Opa war. Also wär das jetzt ein Kopfschuss gewesen, dann hätte ich das auf jeden Fall geschafft. Ich glaub nicht, weil der Staubel wäre aus der Entfernung. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Beim Kopfschuss? Ich steh gleich drin in der Mausgang. Warte, ich blockier's gleich. Nein! Ach man, hier sind wir nicht drin. Sehr gut. Dann machen wir den nächsten hin, wollen wir's? Ach man. Ich glaube, jetzt sind wir auch in der Nähe von. Ich will nicht den nächsten hin, wo wir's. Juck mal Pelikan. Weil ich ihn kacke. Ich sag kacke. Äh, ein Pferd geht ab. Äh, 150, 135, so Richtung vor. Nein. Entschuldigung. Ich hab den grad gesehen. Ich brauch auch nur noch einen einzigen. Ich brauch noch zwei. Ich brauch eine Kasse. Oh nein. Hier ist ne Hive. Fortan ein Hive. Nö. Nö. Doch ich. Da ist ne Doppelhive Hälfte. dass sie jetzt einfach fast rausgezüchert wurden hey licken schade diesmal habe ich kein glück dass da oben an einem turm steht mein gott Glaub ich euch. Er wird geschehen. Wie anspieß. Reagan kill ihn. Warum? Nein, ich hab doch gesagt kill ihn. Achso. Kill ihn. Er muss mit Schlagkring halt machen. Hier ist noch einer. Ja. Nee. Doch. Ach nee, du musst eh. Ich hab kein Dings mehr. Achso. Er wurde dann gerade ausgeräuchert. Ja, ich hab den gerade weggemacht. Weil ich zieg das auch noch ab. Ja, ist ja gut. Es war auch zu husten. Weiß nicht, ob die im Haus drin sind. Nee, die schießen halt doch so. Ja. Ja, Mann. Die geben einen sofort. Ja, mit einer Winfield. Da ist einer der entgangen. Ja, den, ähm, links. Wo hat er links? Den Weg hoch. Oh, danke. Hm. Hm. Schießen hier. Ja, beim Stein. Ja, auf der entfernt habe ich mit der Schottinix. Aber der hast mich ja sofort gesehen. Aber der hast mich ja sofort gesehen. Der ist tot. Sehr gut. Sehr gut. Oder die wurde mit Nekobold. Ja, loote die mal. Ja, ich loote die. Ich loote ja schon. Metall. Kapps. Was? Von wo? Von 165 nochmal. Von da, von der Ecke. Wir müssen gucken, dass sie die gleiche Runde wieder wieder da steht. Habt ihr ihn noch einmal getroffen? Ich schau mal Gas auf. Ist dahinter irgendwo? Oh, schön. Hier hinter ist auch mal irgendwie einer. Alter, dieses Klimbim muss ich abmachen von der Worte. Ich dachte, da stück gerade einer. Ist ja schlimm. Die steht wieder da hinten. Oi. Die hat sich wieder geholt. Oder keine Ahnung wen. Ich renne. Ich versuche mit der zu rennen. Ja, jetzt ist der Headshot. Ja, ich auch. Oh, was ist denn das? Sind das irgendwelche Flash-Schläge-Spieler? Weil der hat auch einen komischen Namen, ey. Und die wird auch. Wenn ich diesen komischen Namen schon sehe, dann bekomme ich EFT-Feld. Ja, die hat uns beide direkt einen Headshot gegeben. Dir und mir direkt so hintereinander. Ich hole dich mal. Ich hole dich mal. Oh, ich glaube, die knallt mir sofort wieder weg. Ja, und wo denn? Das war jetzt ein anderer, der mich gefühlt hat. Ja, ich brenne. Äh, der ist direkt beim Eingang da. Aha. Oh, Uli. Links! Links! Von dir! Ob der brennt? War das die Konkubine, die dich jetzt auch gekillt hat? Äh, ne. Der Typ habe ich, glaube ich, gekillt. Ja, das war der Typ. Also, ich sehe keinen Hunter. Bei mir wird kein Hunter angezeigt. Ja, bei mir gerade auch nicht. Boah, ey. Was ist denn das gerade? Die knallern ja richtig weg. Aber wo ist jetzt die eine, die ich die ganze Zeit gekillt habe? Lebt die wieder? Da gut. Schon ein bisschen nervig, wie oft die immer wieder. Ich glaube, die wurde auch mit Nekro wieder geholt. Ich sehe sie nicht. Oder hat sie selber irgendwas wieder geholt? Ja, eigentlich relativ gut. Du bist schon wieder weg. Wie, ich bin weg. Der Lobby. Ja, stimmt. Warum verschwindest du eigentlich im Master Lobby? Hast du keinen Bock auf uns? Ich bin doch bestimmt noch da. So. Ja, haben wir drei Stück. Cool. So, bin ich doch. Ach, ich muss Water Devil. Also, muss ich eine Pistole mit Gift mitnehmen. Die war nicht alleine. Die eine, die so ein paar Mal. Ja, okay. Wieder geholt wurde. Ah, alle wieder wilde Namen. Wilde Namen, ja. Nein. Aber ich schmeiß erst mal hier mein Dings da rein. So, ich glaube, jetzt lief das gerade besser vom Stream her. Okay. Hast du das anders gemacht? Ja, ich hab die Aufstüse jetzt nochmal runtergestellt gehabt. Oh. Ich hab jetzt kein Gift damit freigestaltet. Aber ich mach trotzdem Silence. Dann kann ich die leise killen. Das ist einfach passiert. Hä? Ich hab da eine Patronen reingeworfen und dann kam nichts mehr. Ich dachte toll, jetzt krieg ich nichts mehr. Aber jetzt kommt die Animation und ich hab 30 Blood Bonds bekommen. Ah klar. Geil. Ich hab vorhin 930 Hand-Dollar bekommen. Ja, scheiß können sie da ab, ey. Das ist ne Menge. Das ist echt viel. Ja. Ne. Der komische Geklimper-Kanal ist wieder weg, ey. So ein Scheiß. Ne. Das will ich nicht. Hast du den Anfänger ran gemacht? Ne, ich hab alle abgemacht. Den Scheiß will ich nicht mehr. Warum? Weil der Anhänger größer Scheiß ist. Weil ich hab vorhin gedacht, da ist auf einmal jemanden. Und dann seh ich dann später mal. Weil der Anhänger nur da rum baumeln. Und ich dachte dann, da unten kommt es mal einer angelaufen. Ne. 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 Der Scheiß. Das ist der größte Mist, den sie eingebaut haben. Wirklich. Ne. Doch. Ich bin Banel. Ich mag sowas. Überzeugter. Ja, aber noch nicht in so einem Spiel. Das ist ein Glücksbringer. Ja, der hat mir kein Glück gebracht. Ich dachte, da ist einer. Und dann war kein Glück für mich. Ja, wenn du halt nicht richtig guckst, dann ist das dein Problem. Dann brauchst du eine neue Brille. In so einem Spiel brauchst du einen geklimperten oder nicht? Ich will weniger an der Waffe haben, nicht mehr. Gott. Der Scheiß, ey. Je mehr an der Waffe... Da kann er sich an eine Poperze kleben, aber noch nicht an der Waffe, ey. Dann scheiße. Oh. So ein Arschloch-Piercing, oder wie? Ja, scheiße. Oder so ein Arschloch-Plag. Und die Bombe da noch nicht vor der Kämmer rum. Alles klar. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Ich... 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 Alles? Alles gut. Mir ist so eine kleine Mini-Haarsträhne nur im Kaffee... Irgendwie... War das gerade im Kaffee. So lange nicht noch mehr Haare rauskommen, oder ist gut? Nein, vor meinem Haar war eine Haarsträhne kurz im Kaffee getrunkt. Achso. Ich hab mir gerade vorgestellt, wie so ein kleines Dementor oder so ist, dass der Kaffee rauskommt, ey. Hm. So, wir umschalten. Das Prinze ist Prinze nur noch. Ah, endlich mal wieder eine andere Map, ey. Hm. Richtig. Dann ist ja schon wieder 13 Uhr. An Showdown. Schön, dass eingeschaltet hat. Meinerweise in der Munra wohnen und chat. Hallo. Hallo. Och nee, jetzt fängt das direkt am Anfang ja so komisch an zu... Nachtzieher. Ich mag auch nimmer. Warum gehe ich jetzt kennen? Ah, ok. Gute Nacht, ähm... Grimmis. Gute Nacht, Grimmis. Gute Nacht, Grimmis. Dank fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Na. Bis Montag. Tschüss. Na. 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 Was ist das? Was denn? Irgendwann ist Richtung 100,520. Alter. Ey. So ein Sonnenjaule. Was für ein Jaule? Das ist Geld. Ich brauche ne Kasse. Ich brauche ne Kasse. Was denn? Oh, wieso geht's? Alter. Er steht nicht auch, sondern euch. Ja, gute Nacht. Euch. Und noch viel Spaß. So viel Spaß. Euch noch ne gute Nacht. Danke, die auch. Ja. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich weiß gar nicht. Alter, was falsch ist vor gewesen? Ich weiß nicht. Ich hab's nicht mitgekommen. Ich bin hier verwirrt. Ich suche Kassen. Ich weiß nicht mitgekommen. Ach, ich muss wieder Gwons killen. Töten, 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 töten. Töten, töten, töten. Hier ist einer mit Fakkeln. Dann kann ich den Töten. Ja, mach weg. Dann müsste für dich zählen. Ja, ich brauch drei Stück. Wann mal. Ja. Hier läuft die inzwischen sehr gut. Haben sehr viel Spaß. Wir haben sehr gute Runden. Also geht, ja. Hast du den gekillt? wir wurden gerade die punkte nicht angezeigt ich wollte grad schießt die punkte angezeigt da war die punkte nicht über den kopf drüber ich hab das mit diesem blauen gewöhnt es ja auch aus so dass ich mag das so aber warum magst du uns nicht mehr da ist einer mit der fackel und ich habe ich dich noch nur sie sich deswegen ich habe jetzt noch eine kasse und scheiße da ist da ist da ist da ist da ist Ja, ein Faul. Ich geh da rein. Bin drin. Am Zaun draußen war einer. Geht's keiner drin? Ich geh kein. Der ist tot. Hier ist irgendwo einer. Hat einen Hit abbekommen. Hat einen Hit abbekommen. Habe einen. Bei mir ist noch einer. Oh Gott, nee. Oh, komm gut. Von der Rechtskarte noch einer vom Zaun. Ich habe von links und von vorne auch noch einen Schuss abgeführt. Wie viele waren denn hier? Also, ich habe da noch zwei. Ich glaube, das haben wir. Oh, mein Gott. muss ich heilen muss ich heilen muss ja ich würde von zwei anderen leuten angeschossen ich auch ich habe ich habe den die eigentlichen auf deiner leiche sind gerade drei leute auf deiner leiche sind gerade drei leute und das sind noch zwei andere leute hinter den anderen zaun dahinten hinter bei dem weißen haus hinten zwei teams moment ja ich muss kurz auf klo auch gleich wieder und und So, da bin ich wieder. Ja, wir haben noch mal kurz eben was erledigt. Ich muss ja noch kurz noch die Wäsche aufhängen, deswegen. Fagun? Ich glaube da ist gerade ein AFK. Oh, ich hab Quatermaster. Ja, nice. Hm, kein Überständer. Wie der Schottie? Hm. Oder ich ein Doppelpistil. Hallo, hallo. 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 Wie der da? Wippi. Wippi. Danke euch auch. Danke. Okay. So. So, da muss ich einfach mal kurz die Wäsche da aufhängen. Ah ne, falscher Knopf. Der muss ich wegnehmen. Erstmal noch Wäsche nebenbei machen. Da muss dann aufgehangen werden. Äh. Alles gut. Oh. Oh. Ich muss Wasserteufel killen. Ich auch. Mit was? Mit dir? Das ist glaube ich egal. Ich auch. Ich muss auch welche killen. Ja, warte. Dann nehme ich hier Gift-Dings mit. Doppelt. Doppelt-Silence-Gift nehme ich da mit. Okay, dann nehme ich eine andere Waffe. Ne, ich behalte einfach. Ja. Wenn du Gepanzerte für mich mit Gift tötest, musst du das für mich auch zählen? Ja. Ja. Wäre cool, wenn du das dann machen könntest. Ich hab nämlich nicht wirklich irgendwas mit Gift. Das ist voll herrlich. Also nix freigeschaltet. Ich hätte zwar jetzt eine Giftbombe mitnehmen können, aber die kann ich dann mit einem einsetzen. Das sollte theoretisch auch zählen. Ja, ja. Wäre schön. Wellenhunde muss ich mit Feuer. Okay. Schauen wir mal. Das ist ja gerade, Leute. Ja. Okay. kann ich einfach umstellen einfach die qualität umstellen vom stream das ist besser einfach umstellen wie wenn das stimmt kann ich einfach die qualität umstellen ja ich hab eben auf ready oder hat noch mal jemand irgendwie weggedrückt ich kann einfach die qualität umstellen während des streams also die auslastung vom ränder und so das sehe ich gar nicht das sehe ich gar nicht beenden müssen mal gucken ob das jetzt läuft sonst klingt er wieder da oben und hat es bei euch eigentlich auch so ordentlich richtig schön geschneit ja gestern ne war da glaube ich genau gestern hat es schon geschneit gestern und über die nacht und heute morgen kam hier noch richtig gut was runter also es geht es ist ja ist ein bisschen was da ist es schon noch kalt also weiß ich nicht also sie ist noch richtig ordentlich weiß ja hier auch aber also ich sag mal ist jetzt standard schnee von der menge her ist jetzt nicht wo man sagt so alter es hat man würde sagen man hat es hat geschneit aber ich hab mal nachgeguckt das ist gern zwei meter ok ein meter auch nicht also keine ahnung vielleicht zehn zentimeter wenn überhaupt also glaube ich nicht mehr schön dass ich eingefallen habe sonst schon aber mit der weise noch guten munnen und shit hallo 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 hä hä ich muss höllenhunde mit feuerteufeln So. Ähm. Vor mir sind Hunde. Jaja. Feuerteufel. Und was brauchtest du noch? Klumpis, ne? Ja genau, Klumpis mit... Gift. Giftschaden. Ok, also Klumpis und Wasserteufel. Ja, aber Wasserteufel brauchte ich ja auch. Ja genau. Ähm, die war halt nicht. Äh, ich brauch noch 3 Runde. Tsch, 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 tsch. Tsch, 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 tsch. Was feien wir? Reilt. Oh, ich darf für einen Klumpi. Ja, hab gezählt. Ja. Sehr schön. Sag ich auch mal zur Kutsche, wie ich sag. Bei einem, guck mal wie die Kutschen jetzt auch markiert sind. Mhm. Ja, wenigen Sachen, die du unterbekommst. Ja. Du, 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 du. Zeug rollen. Sieht aber gleich aus. Ah, was? Was? Wo? Ich brauch nur ne Schwarzwurzel. Warte, hier ist ne Hive. Wollt ihr da ne Hive? Wollt verdammt mit? Was? Ja. Wollen wir nach Darren oder? Ist das Wasser Schwarz? Ja, Darren würde ich sagen. Das ist irgendwo noch einer, glaube ich. Oh, ne, hier vorne. Da gibt's ja lau. Wunderbar. Geil. Hier ist noch ein Spezialmonie, wenn du da brauchst. Geil. Zwei Schuss. Ja. So. So. Ne. Gehen die rum. Oh mein Gott. Oh, hier muss ich doch mal irgendwo ne Kasse geben. Ehh ne Kasse. Kassen soll's aus. Das kommt davon, weil du vorher immer so greedy warst. Versteh ich jetzt nicht. Kassen angehen. Versteh ich. Sag mal, wollt keiner den Hinweis da vorne mitnehmen? Ich dachte, ihr hättet den mitgenommen. Genau. Sonst kommt ihr da immer hin, weil ihr euren komischen Traitor habt. Ne, hab ich ja gar nicht mehr. Ja auch nie. Bei mir sind welche. Oh, das ist schlecht. Oh, was? Ein Schuss auf mich? Auf mich? Also da hab ich ja wirklich nicht verdient, dass die auf mich schießen. Ne, aber ich bin halt noch weiter weg. Auf mich? Wirklich? Hä, wo sind die denn? Bei mir! Ich seh... Da oben! Einer ist tot. Da oben hat einer nen Hit. Der Pastor. Aber ich hab auch einen gekillt. Also es ist noch der einzige da. Der lebt. Der Pastor hat einmal nen Hit. Der Pastor ist der einzige, der lebt. Habe ich es tot. Was verhebst du mich auch? Oder Agu? War die nur zu zweit? Nein! Also... Ich hab eben gesagt, dass ich die eine schon gekillt habe. Ja, ich hab nur den Pastor getötet. Also ich hab nur eine eine gekillt. Dass wir ja gerade zu zweit sind. Achso. So, sag's doch doch. Hab ich eben gesagt, dass ich die Frau hier vorne gekillt habe. Du musst deutlicher reden. Du musst deine Zähne auseinander machen. Wer ist hier? Warte, wo war jetzt noch mal die Frau? Und der Pastor liegt da. Ach hier ist die Frau. Er könnte looten also. Kannst du nachlooten? Äh, lö. Der Pastor. Warte mal. Wo ist der andere nochmal gewesen? Also den kann ich nicht looten. Da hab ich noch einer. Hier hab ich schon. Wo liegt hier noch einer? Auf ping, immer noch. Den hab ich gelootet. Dann hab ich keinen anderen. Weiß ich nicht. Ich kenn nur den. Ja, da liegt doch noch die Frau da unten irgendwo rum. Achso, nee. Ich hab die Frau gerade mit dem Typen verwechselt. Nö, den kann ich auch nicht mehr aufheben. Scheiniger Anerkorn. Ja, weil du nochmal auf ping, dann. Oh, oder? Oh, das war krass. Hä? Hä? Plötzlich Feuer, aber... Feuer. Feuer. Hinter dem haben wir gefasst. Wo rennen wir eigentlich hin? Ich glaub der Boss ist bei Sister... Stinks bei Sister oder... Bei äh... Also für Unterschiede hab ich... Mehr auswachen bei Oli. Ich hab's getreten. Ich hab's getreten. Richtig, ja. Richtig dolle. Das sah eben im Augenwinkel aus, als hättest du den Fuß genommen und den ins Gesicht wird an. Oh. Zählt er? Jo, zählt. Ja. Goal. Okay, kommt wieder meine Freunde. Da oben ist ein Klump. Ach, die braunt gar nicht mehr. Nee, ist schon gut. Ist schon fertig. Ich kann die ganze Zeit stehen. Da kommt immer wieder... Da kommt immer wieder voll. Wo ist der? Fuck. Ja, da. Jetzt hast du getötet. Toll. Ich will nicht mehr. Ich kann die mehr. Ich mag nicht. Kommt ihr? Ja, doch. Aber sicher doch. Moment. So. Alter, das sieht auch immer komisch aus, wenn ich die Karte aufmach. Ich weiß nicht. Das sieht immer aus, ob einer die Karte dreckig gemacht hat. Ob da einer so Erde drauf geschmissen hat oder so. Ja. Warte, den brauch ich. Den brauch ich. Ja, ich hab wieder Mücken bekommen. Geile Mücken. Geile Mücken. Das ist deine Umgebung. Das ist deine Umgebung. Oh, mein. Warum lacht ihr denn? Verstehe ich jetzt nicht. Hä? Was ist denn... Was ist denn... Was ist denn... Alles klar. Okay. Alles klar. Okay. Let's go. Der Boss ist bei Seven Sisters. Huh. Was ist denn hier? Oh Mann. Geile Sch... äh... Geile Sch... In deiner Nähe. Was? Geile Stiche? Geiler Stecher. Geiler Stecher. Geiler Stecher. Die Mücken meinste. Ah. Das wird... So eine Mücke. So ein... So ein Mücken... So eine Mücke. Geile... Oder geiler Stecher. In deiner Nähe. Naja. Ja so war das. Äh... Genau das war das. Toll. Ja schön Moon. Danke. Ich wollte nur noch meinen Balken haben. Oh Marcel... Marcel... Bamm. 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 Ich hatte aber die Kackfühle gerade über das Rampf. Hatt ich also Bamm. 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 Warte mal hinten. Ich hab die Mücke. Brigitte? Brigitte. Ja auch Brigitte. Brigitte. Ja auch Brigitte. Brigitte. Da ist ne Falle. Ich starb bei Rigiddy. Neun Meter, wo ist denn der Typ? Ach ne, 32 Meter. Hörst du auf. Jaja. Ok, die wissen, dass ich da bin. Warte. Als ob ich war doch davor. Kannst mich nicht mal aufheben. Warte. Aus dem Bounty. Was? Kann doch nicht sein. Wir wollen alle mal ein Bounty. Wir wollen alle mal ein Bounty. Was bin ich denn falsch mit denen? Sind die nicht ganz knusper? Knusper, knusper, knäuschen. Wer rammelt an deine Häuschen? Was? Genau das. Das habe ich da letzten Weihnachten auch gesagt. So knusper, knusper, knäuschen. Wer rammelt an dein Häuschen? Genau das war das. Ja. Gut. Löschen. Löschen. Als hättet ihr das schon wieder vergessen. Wie? Hm. Was ich dir das gesagt hatte? Du hast was gesagt? Ach Marcel. Ach Jessica. Ach Marcel. Oh, ich habe den Handarbeiten. Ah, Mann. Kannst du denn nochmal bitte Gift mitnehmen? Na gut. 745 Handdollar bekommen. Schön. Ist eigentlich eine Lanze eine Miliwaffe? Ja. Ja. Dann gehe ich mit Lanze rein. Wollt ihr mit Lanze? Auf keinen Fall. Warum denn nicht? Ich muss mal mit Feuerschaden gucken. Ich finde das, was ich gewinne. Ich habe jetzt gelesen. Finde eine Kiste. Ah. Keine Kiste. Finde eine Kiste. Finde eine Kiste. Lalalalalalalala. So. Ich bin langsam ganz schön teuer, ey. Mein Gott. Ich bin langsam ganz schön. Alle, Opern in household. Hallo, ich bin langsam ganz schön. vor allem finde ich das immer heftig wie die denn schnell die im Moment sind also die hat man eben gerade ganz kurz aus dem Fenster geguckt und dann durchs Geländer und hier und da und durch und dann weg schon heftig war das heftig was? auch nichts auch nichts ich muss doch kurz mal gucken ne ich hab grad nur gesagt wie schnell die da gerade wieder bei waren durchs Geländer schießen ja aber da haben dann wieder mehrere Teams oder nicht oder? weiß ich nicht kann auch sein dass da irgendeiner einfach einzeln irgendwie rumgelaufen ist von dem dreier Team ich hab die aber auch irgendwie nicht gesehen da da oben war einer drinnen da hab ich auch irgendwie auf den geschossen aber da hat er sich auch so gedacht ach nö du das mach ja den Bärentypen da oben habe ich auch nicht getroffen ey mich hat wieder so Büffel Cosplayer da weggeschossen schön dass ihr eingeschossen habt und mit der weise noch einen guten 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 Chat hallo 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 darkness was Asiaten achso fängst du schon an die Mut? hallo darkness was Asiaten hallo darkness was Asiaten ja ich muss hier auch mit Feuer weg machen hier ist Armored hier ist Armored komm mal den brauch ich nicht die du brauchst nicht die du brauchst nicht die du brauchst nicht die du hab ich doch schon fertig hab ich in der letzten Runde gesagt schon das ist fertig ok mach trotzdem machst du das davon ein Bies hört hier eigentlich überhaupt irgendwer wem zu? hallo schön dass du da bist schade warum rennen wir hier weg ohne den Hinweis zu nehmen ja weil ich dachte wir oben stehen ey hier rennt immer keine Ahnung wie da hin nimm ich auch mal die Punkte mit bevor ihr davon weg rennt danke voll nett von dir also zwei Hais brauch ich nur ich brauch wasser Teufel ohne Kasse eigentlich äh Morty und ein Hai Morty und Hai die sind Kronen gefallen die sind so geil und steif ok was? was? ok es hat sich gereimt nicht im Anlass oder? in ihrer Welt schon Kartoffelsalat und steif und sie gereimt wirklich hat man genau gehört hallo 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 wirklich hallo 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 es ist einfach manchmal irgendwie ich weiß nicht ich weiß nicht wild jaaa es ist das gesteigerung wilder hallo 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 ich muss ja mal eine Kasse geben für dich nicht ich habe leider keine Kasse für dich hallo hallo ich bin schon wieder am singe hallo wunderschön ne hallo 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 uschi hallo hallo ana uschi ist nicht mehr die volle schiebe ich weiß aber was willst du sagen ein schwein ein schwank aus meinem leben und auch wo sonst ich werde jetzt so durch auf der map krass gegner die weiterkommt tschuldig dass du schneller gewesen hätten die nicht gemacht tja jetzt nicht mal schöner bewegt hier du bist ein wasserträufel wasserspaß ich habe eingetroffen na klar kommst du jetzt nicht mehr kommt ihr auch rüber? nö, lass mal du ich habe jetzt nicht, ich habe jetzt keinen snack gekocht tschuldig oben aus dem fenster hey sir der kopf war da der kopf ist aber da hat einen hilf hat einen Mann irgendwas habe ich getroffen ich bin drin ich war mir so klar gewesen, boah, jetzt guckt er am rechten fenster ja ach, geht doch scheiße ich kann es versuchen vielleicht mit dem ja, pass auf, die sind oben ich glaube die meisten sind nicht oben da ich habe mich dann ich habe mich noch über mein Papa ich wufe ich will ich es Wo kommen wir denn jetzt hier? Noll. Der ist da hinten. Nice. Der ist da hinten. Nice. Hast du alle drin? Oh sehr gut. Sehr gut. Schön. Ach Gott. Da rennen doch welche. Ja. Wir müssen kurz teilen. Wir müssen erstmal versuchen den Neko da zu holen oder so. Ach so. Du hast auch Neko okay. Jetzt komm mal rein. Oder so. Oh Gott jetzt kommen die genau zu mir gleich. Ich will nicht. Danke. Ihr versteckt mich einfach. Alter da ist jemand an der Tür. Ja ich muss mich erscheinen. Ich glaub das war ein trade. Kannst du mal sterben. Meine Fresse ne. Alter. Ich hab drei Schüsse abbekommen. Die geht schon weiter. Ey. Jetzt irgendwo nicht mehr ruhig geheilt. Also die wurde umgeholt. Verfolgung. Oben. Oh Mann. Oh ist noch einer. Das ist noch einer. Keine Ausdauer mehr. Keine Ausdauer mehr. Mein Leben muss erstmal wieder. Ja. Alles gut. Ja komm her. Ich krieg den Ausdauerspritzer. Warte. Du hast 10 Minuten. Die ist draußen wieder. Ja. Ja das außen auf 30. Ja ist down. Ja ist down. Äh. War gut. Sof. Komm mal hin. Ah. Danke schön. Ich bin ich. Ich kippe momentan so bei jedem Furz um. Alter. Eww. Eww. Warte. Warte. Wer hat nachlooten? Äh. Nee. Ich hab nachlooten. Dann lootet mal. Wer hat nachlooten? Ich hab nachlooten. Ja nicht. Ich. Hey krass. Wie viel hab ich gekillt ey. Alle. Oder so. Ja. Toll. Genau. hier unten liegen drei stück ja sei eh warte ja noch nicht alle moment nein ob wir die hier schon drin gelootet haben wenn da oben einer liegt ja okay die mit dem anderen bau und die gehen raus ich glaube ich habe auch so gut wie ja ich weiß nicht doch der auf dem weg liegt ja noch hier oder wo ne wo war der denn ja da du 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 ne was hier oben ist ja noch jemand die meinte ja die könnte oder oder hat man die die ja doch ne die die haben schon da war ich einfach frech von dir ja wo auf dem weg liegt die eine nochmal da ja die hier die hier ist ja auf einmal hinter mir irgendwo gelandet also ich habe noch nicht noch alle runter hast du die oben auch ne da noch nicht ja war einfach frech die die kriegt drei die giftschüsse ab und die sagt ja ich lauf weiter und ich denke ja na klar das ist doch ne reifkeits an deine giftschüsse ja ach da ach oh ach 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 ja ich brauche noch sechs stück ich auch wasserspaß braucht also ja aber da ist aber dann siehst du doch momentan ja ich habe ja ich habe ja ist da nicht ein auge oder was durchgestrichen ist bei dir ja dann siehst du erst nach der runde weil du schaden gegenüber hand hast während der runde nicht siehst wie viel kielst du hast und so damit du dich nicht spoilern beziehungsweise keine infos bekommst falls mal ein hunter getroffen hat aber nicht weiß ob wir den erschossen also nicht das könnte es ja jedes mal danach gucken achte okay das tod kannst du dir mal hier killen die botter wasserspäbel die zweite ich mach hier nicht erst an welcher wir sind auch zwei moment haben wir nicht irgendwie mit giftschaden weg die haben wir doch fertig wir können laufen ja ich habe jetzt fertig wir sind die oben groß das war noch ein dicken gehen kann ich den noch weg streng das ist eine kutsche Ja, da ist noch nichts mehr. Aber ich habe da einen Trade geholt. An der Kutsche? Ja. Ach so, die Dinger, ja. Die ist hier eine Kasse. Die ist hier... Warte, Jo? Nein. Nein? Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich muss mich auch nicht in der Kasse gehen. Oh no! Oh no no! Oh no! Ja, sind wir auch. Uh! Quest für dich! Zwei Quest für dich! Geil! Mit nem Gewehr? Wahrscheinlich nicht. So. Die Tür hier aufgemottet. Nein, hast du die nicht? Nee, ihr auch nicht. Sonst haben die gemottet. Ja. Ih, war das nett? Du du du. Du du du. So, das ist nur ein paar Hunde. Was? Ich wollte die kaputt machen. Ich hab nur ganz gemacht. Braucht ihr aber für ne Quest. Achso. Warte mal, ich bin noch nicht drin, aber hier sind Punkte. Geht da mal bitte raus. So. Könnt ihr wieder rein, ich komm jetzt auf. Okay. Ich würde laufen an deiner Stelle. Was hast du wegen getan? Lauf. Oh. Ach. Warum bist du stehen geblieben? Hä? Ich hab gedacht, ihr redet wegen... Och Mann. Ich hab gesagt, laufen. Ich bleib jetzt stehen. Ihr redet wegen der Mann. Wegen der Mann. Wegen der Mann. Ich dachte, ihr redet wegen der Mann. Ich dachte, ihr redet wegen der Lanze. Och Mann. Ja, sag ich. Ich hab wegen der Lanze. Ihr habt doch gar nix gesagt. Sag, laufen. Er redet. Drei, zwei, zwei. Mal stehen. Mal gucken. Was ist denn? 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 Ui. Oh, so fliegt jetzt. Das hat mir wieder. Was ist? Boah. Wenn Jess das sehen könnte. Boah. Ich seh das gleich. Du Apfel. Du Apfel. Apfel. Du Apfel. Lost. Mann. Boom. Wie hältst du das denn? So. Ähm. Zwei Kills. Sieben insgesamt. Naja. Ach, da ist man im Mund schon endlich. Mensch. Naja. Hat sowohl den nächsten... Sieben Kills? Sieben. Hat sowohl den nächsten Bus genommen gehabt. Naja. Falls ihr gefallen haben solltet, lasst gerne ein Like. Das Abo. Und morgen um 13 Uhr. Ich hab vier gekillt. Oh Mann. So. Sehr gut gemacht. Tschüss. 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 Äh. Ich hab nur ein und zwei Unterstützer. Mehr ist nicht drin. Mehr ist heute nicht drin. Ich hab zwei und ein. Lost. Töte Emulator mit Schlagring. Das geht ja. Verdiene Handdollar 600. 100 so 17 moped punkte nachloten hast du das hast ja schon 17 die ich ausgeben kann was liefst du noch heftiges moped heftiges modell dieses heftige moped hier ein moped heftiges moped so schlag ring haben wir und hand dollar sammeln ja gut also nichts besonderes diesmal eigentlich andy wie immer wie immer also so genau für die leute die gerne noch kostenlose spiele haben möchten heute um 17 Uhr startete wieder neues kostenloses spiel bei epic games ja muss ich hatte das schon gab schon auf jeden fall deswegen aber jeden tag um 17 Uhr 24 stunden zeit abzuholen ich glaube bis zum 29 dezember oder so zumindest bis ende des monats gibt ja jeden tag ein kostenloses spiel das ist nicht immer jede woche jede woche ja aber jetzt jeden tag du musst jeden tag okay du hast jeden tag bis 17 Uhr zeit und heute gibt es beziehungsweise gibt es noch weisen wie heißt das chase turbo aber 90 prozent von den meisten spielen spielen wir sowieso nicht ich kenne das genau das sieht ja aus wie früher die spiele so nur in besserer grafik aber ich verstehe den stil wie geil ist das denn da müsst ihr mal spielen gotax fällt das jetzt schon ab ja das sieht aus wie damals auf dem super nintendo und so aber in besserer grafik aber das stil so wie cool ist das denn genau falls ihr euch doch mal irgendwie was bei epic auch holen wollt gibt es momentan ja auch wieder rabatte könnt ihr gerne auch die kreative kurs schönes eingeschaltet hat so ein schönes hallo Hallo. So. Mit? Ne, da war der falsche Kopfhörder mit dem, wo ich drücke. Achso, stimmt. Warte. Stimmt nicht. Ausrufezeichen. Remoti, falls ihr bei den anderen auch gut zu gucken wollt. Ne, aber mir nicht. Ah, ist ein Moppet. Heftiges Moppet. Heftiges Moppet. Heftiges Moppet. Heftiges Moppet. Hast du meinen Multi bearbeitet? Den war da nicht bearbeitet? Mein Multi. Ich war da nicht dran. Ich wusste nicht, dass ich es so geschrieben hab. Okay. Achso, ich war da nicht dran. Ja, die Fahrt, aber das steht doch immer da. Was der Battery. Na, irgendwie, genau. Äh. Wolfshead. Battery? Battery. Wat, dog battery? About five sür. Boardshead? Water and jams? Ah, ah, ah. Es brennt. Es brennt. Kommt alle aus dem Hause. Wolfshead. WoегодleiHead. He vot-heh-heAT also heiß muss ich scheinbar doch wieder mit feuer irgendwie killen heiß muss ich echt ich muss immolators killen spitzamoni hat ja zum beispiel die lebelle oder mosien glaube ich wo sie noch lebelle die recht spitz an die muni bildschirm besorgen ja ich auch wasser damit zwei aber auch noch zwei ja aber ich brauche noch mehr da könnt ihr euch zusammentun da habt ihr vier ja ein pferd geht ab mindestens zwei pferd hunde das ist gerade richtig die party da hinten rennt einiges man kommt noch an hinten was 90 ich hab doch kein speed muni drinnen fang mit den hunden alle dran shit ich hör sie hit hat ein hit das ist noch einer scheiße wo ist ja auch von mir ich weiß nicht das ist ja ernst steht da deine ecke rum ich pushe die beiden und dann klickst du natürlich mal das ist auch weg nein ist mein handtag jetzt auch weg da rennt nur noch einer alleine rum wat der guckt sich gerade unsere leichen aller ja leider in zwei ich hab mir gedacht das wäre einer wollte da einfach helfen und dann bin ich in zwei reingerannt ich dachte mir so oh nee ey ja einen davon habe ich noch gekillt und gotax hatte mit dem anderen gerade noch ein trade das eine team ist tot da rennt gerade einfach nur einer alleine rum und loot ich jetzt uns alle guck mir das mal an ne tschön ja wir machen die dann erstmal alles looten oh 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 ist denn heute schon Weihnachten oh geil Bescherung Guru der kriegt jetzt Punkte das ist das ein scheiße aber Hunter ist jetzt weg oder? ne der ist noch nicht da ich hab genug Punkte gehabt ein bisschen nervt mich das schon mit diesen Herausforderungen dass man immer so 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 fast so relativ so naja waffen gebunden ist sie da fast so ja was geht also finde ich hinfügen ach das geht mir grad irgendwie vor auf den Keks Entschuldigung da war ich nichts mehr da ist die Musik achso da verspannisht von schweigern zu zu von 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 Ich sing ein cooles Weihnachtslied mit Immolater. Immolater, yeah. Geil feines Lied, Immolater. Achso, ja. Da gibt es auch noch ein Lied, Immolater, yeah. Spielt es dann, wenn ihr wollt, zum Geburtstag, Immolater. Das Lied kann man immer sagen, Immolater. Keines Wanderers Lied. Oh Mann, ich komm gleich wieder. Bis gleich. Laufen auf Ready klicken. Hat bestimmt keiner nachloten, wir gucken mal kurz. Naja, hat keiner nachloten. Ich glaube nicht. Du, 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 du. Du, 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 du. Ah. Ich hab dir entschieden, das geht nicht. Hier lernt es noch einige Sachen, ey. Hier werden wir Leute angeschrieben, ne? Was werden wir Leute angeschrieben? Ach, schon gut, dann wurde es rausgefüllt, dann ist gut. Achso, ja. Ich, okay, ich verstehe. Ja, 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 ja. Ich hör nur Leute vom Fahrrad fallen, aber sonst ist alles gut. So. Oder einen halben Herzkasper kriegen, wenn man auf Toilette geht. Mhm, wenn man dann oben steht. Ach, dann bin ich wieder. Wie, wie. Wie, wie. Ich hab gemerkt, dass ich mich nicht gemutet hatte. Hattest du nicht? Nee. Aber das hat man nicht gehört. Also ich hab nix gehört. Nee, ich hab doch nur gehört in real life. Was? Das hätte mir noch nichts gebracht. Ich hätte es trotzdem gehört. Also das, wenn das sieht, hab ich anscheinend verpasst. Kenne das nicht. Emulator. Brauchst du nicht mehr Sorge haben, dass die Wand durchfliegt, ey. Bei den Explosionen. Ja, schick dir mal den Clip. Ich hab letztens so heftig genießt, dass man trotz Tür zu und so das im Stream hören konnte. Im Westflügel. Im Westflügel. Im Westflügel. Ich hab ja nicht so... Aber wie ist denn die Hütte so in Malibu, he? Was ist denn? Malibu-tastisch. Ja, die ist... Verzuchst damit, ich bin ja nicht in Malibu. Also eh schon. Weck mich doch am Zuckerli. Schön, dass ihr eingeschreitet habt, so ein Schauder. Meinerweise aber gut ohne Chat. Hallo. Und ich drück erst mal E. Weil ich sie das nicht. Hallo. Hallo. Ja, Mensch. Das war ein Teuliger. Hallo. Hallo. Richtig, richtig gut. Alter, ich hab 56 Schussball. Wir können. Let's to go. Was ist denn dabei? Ähm. Ich hab hier meinen Nagern gedöhnt. Weißt du, was ich dabei hab? Da hab ich Speed-Muni drin. Und ich hab doppelt gezilanced mit Doppel-Speed-Muni drin. Und da die sich dieselbe Muni teilen. Pew, pew. Also die Immolators, die will ich jetzt gleich killen, ne? Oder brauchst du die auch noch? Kill. Ja, ich brauch Immolators mit Schlagring. Vier. Ja, ich hab'n Schlagring. Und ich kill' die dann. Wieviel? Wie musst du die killen? Ich muss einfach nur kill Immolators. Dann kann ich das ja auch machen. Dann kriegst das ja auch. Mann. Frau. Marcel. Frau. 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 Ja, steif. So lange wird du nicht mehr bei dir was hast. Dankeschön. Ich hatte einen kleinen Schokowirer gegessen. Ohh. Oh. Oh, es ist für die Abschmatzen, ey. Oh, Schokowirer ist geil. Freu mich auch auf euch. Ähm. ok schließen die vom golden rüber oder was ich habe keine ahnung wann ihr aus dem wald das irgendwie auf 0 345 ja von dort irgendwo ja okay ich habe jetzt mal eine schotter hat rügelst du warst ja der heißt es gut dass es mal sterben 4 schulst noch was alter dann kommt uns kommt direkt alle hinter Ich helfe, ich bin fett und bleib am Baum hängen. Was? Ja, steht da irgendwo im Feld mit Fenning rum, also keine Ahnung. Keine Ahnung, die haben sich irgendwo aufgetabt. Schaut mal, schleicht da eine. Sind das denn mehrere Teams? Keine Ahnung. Ja, Überraschung. Zip Christ. Der ist direkt vor mir, vor dem Feld da drin, keine Ahnung. Der steht einfach da im Feld drin, pass auf. Links, links im Feld ist der. Das war ein Trait, oder wie? Nee, die lebt noch. Die hat gar nichts abbekommen. Oh Mann, ey. Das sind wirklich zwei verschiedene Teams. Klar sind da zwei mehrere Teams. Das war nicht die von Golden. Na, kleiner. Boah, was ist denn das Grach? Das ist voll Apfel. Da muss ich wieder neun handeln. So, ich hab mir auch mal rechts verschoben. Tschüss. Ich spiel jetzt einfach was, worauf ich Bock habe, ehrlich. Ich spiel jetzt was, worauf ich Bock habe. Bis dahin. Mit diesem Scheiß. Kann man sich doch nicht geben, ey. Scheiße. Der kann sich übergeben. Ja, alle richtig. Geil. Geht's hoch. Das nochmal. Ah, das ist... Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die Cultural Packs, die hat jetzt auch verschiedene Munition, noch zwei Munitionsarten dazugekriegt. Das weiß ich nicht. Ich kann ja nicht sagen, wie die hat auch... Die hat auf einmal... Die hatte vorher, glaube ich, nur Brand- und Teilmantel-Munition oder so. Blutungs- und Feuer. Jetzt hat die auch... äh... Vollmitteljacket und Gift-Munition. Okay. Okay. Krass. Ja, wusste ich nicht. Nö. Ich auch nicht. Ich hab mich nicht gerade ausgerissen. Also, hä? 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 Was bräuchte denn ne... Feuerschaden? Er hat trotzdem Feuerschaden. All geil. Ich bin noch kein Emulator. Ja, wir sind ja auch nicht weit gekommen gerade. Danke. Okay. Und die hat uns alle nur mit dem Fenningler hier gerade weggeballert. Ja, guck mal, ich hab Mutti Piu 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 Piu. Kannst du jetzt eigentlich rechts einen anderen Vertrag auswählen? Weil da ist dann ne Flamme drauf. Gibt's den auch ohne Flamme? Nö. Okay. Wäre ja auch gewesen. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, Mono muss auch nochmal Ready drücken. Warum? Weil das muss... Nimm einen mehr. So, ich guck mal, komm, soll ich da machen? Warum? Ja, wenn du mir in den Kurs gibst. Dann warten wir auf den. Hallo? Hallo, schön, dass du da bist. Oh, wir werden gerade minus neun Grad angezeigt. Was? Geld halt. Ja, minus neun Grad. Ich glaub, bei mir sind minus fünf. Bei mir ist Wüste. Wüste. Wüste? So, man müsste jetzt aber auch nicht. Klingt bei dir, aber wenn ich da reingehen würde, würde ich irgendwie umkippen. Er ist warm im Malibu, ne? Ja, ist halt echt. Aber geil ist, hier gibt's Rumpfrufe. Du kommst mal schneller, wenn ich nur das Fenster aufmache. Es zieht. Ja. Bei 28 Grad zieht's draußen. Da würde ich gerade gar nicht klarkommen. Mir ist so schon warm, ey. Ich hab Fenster auch. Ich hab letztens einfach mal versucht, ein Pullover anzuziehen. Ja, mach mal nicht. Ich hab den ganzen Tag so geschwitzt. Und ich konnte nicht mal ne abends... Ich weiß nicht, im Winter stand ich mal einfach vor. Schön bequem im Pullover und so. Schön bequem Pullover? Das passt nicht in einem Satz. Der meint Marcel, man braucht in einer Wohnung keinen Pullover. Pullover ist nur dafür da, um den draußen anzuziehen. Ja, wir sind da, wo's kalt ist. Also generell braucht man keinen Pullover an sich. Ich hab leider keinen Fall rein zuvor unterwegs. Ich besitze einen Pullover. Ich besitze auch nur einen Pullover. Ich besitze auch nur einen Pullover. Wir besitze ich nicht. Das ist einfach scheiße heiß hier. Das ist einfach scheiße heiß hier. Schön, der ist eingeschaltet. Ich hab's anscheinend. Hallo. 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 Du, 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 du. Ich kann froh sein, dass ich ihn so sehr liebe, dass... das mitmach. Kannst du die Heizung auch runterdrehen, mein Tier? Ja, bei mir ist's auch angenehm, aber wenn du reinkommst, oh, es ist kalt. Ja. Aber dann geh ich wieder raus und sag tschüss. Es ist angenehm. Es ist nicht zu warm, aber es ist auch nicht kalt. Ja, aber für dich, ja. Es ist zu mittel drin. Oh, für mich ist's zu kalt. Also passt doch. In der Poppe ist Raben. Hey, alles mitgenommen. Da. Ja, komm her. Tschü, 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 tschü. Sag ich dir, was ist dein Arschramm? Also, also pieksen. Was? Ich hab... 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 Marcel, ich hab... Uffa, da ist sogar ein Rabe drauf. Cool. Ich hab da ein Loch, willst du mal... Naja, ich kenn das schon noch. Du weißt, ich hab... ...nach... Na... Ich hab da noch, willst du mal anlassen? Mhm... Ne, nee... Pass mal. Was für Sätze kommt raus. Ja, du... Hilfe. Man, das kommt ganz so mal, wenn du steckst so. Das hast du an letzter... Nicht letzten, aber vor einigen Monaten mal gesagt... Bei dem... Zombie.. Teamstar... 18- divorce. So, stimmt. Ist ja auch... ich denke überhaupt nicht siehst du habe ich wohl gewonnen nehmen die es selber sehr gut ich kann mir nichts holen und frau also mücken weg geworfen okay ja ich brauche eine schwarzwurzel schwarzwürzel schwarzwürzel so eine blutwurst mit senf oder angebratene blutwurst so ja oder einfach blut ich ne ja was ist das blutwurst beschrieben ist das dahinter ist ein vor mir was wie ihr wachst stellt euch da vor ich würde mich heilen ich schreibe mich ich bin weg hier danke für die hilfe sag einfach danke für nichts du wirst dann muss ich aber los ja nur manchen also ich hab das jahre schon nicht mehr gegessen jetzt hier hin so auf ey was denn ich werd angeschossen ich brauch rein und stellt euch da jetzt vor ja komm dem helfen hm das schießt doch noch ah nee das ist am Arsch ey ich hab den Schrein weggeraten ja hab ich gehört ja hab ich gehört hallo boah ich hab die punkte nicht gesehen muss ich heilen sorry mein Gott hier du kommst um die Ecke geschlichen hin wo ist es hin grad ne wo ist es hin grad da hab ich nur live gehört oh du kommst du kommst jetzt bin ich jetzt hin ich hatte nur da oben ein fenster ich habe eine ist tot von hinten werde ich wurde ich abgeschossen Ja. Er hat eine Mauer. Hat die Hütte? Einmal getroffen. Moment, der zwei Hütte unterlegt immer noch? Hier ist eine rechtsweg. Der Blut uns im Schaden. Mein Gott, du blöde die Harte. Ich gucke mich im Hallen. Es ist tot. Es ist tot. Jimmy, es ist tot. Ich hab's halt niemals mit einer Schrotflinte. Ihr könnt den Looten. Ich hab's Nahten looten. Mein Gott, ey. Dann treff ich die nicht mit einer Waffe oder... Ich glaube, momentan bin ich so... Ja, Melee-Waffen kann ich auch gut mit den... Die Leute killen. Wenn das im Nahkampf ist. Jo. Jo. Das andere. Wo war der andere? Irgendwo da. Oder drinnen. Nein, 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 nein. Nein, nein. Das passt mir hoch hier. Nein, 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 nein. Zeig mir doch. Jo. Ich weiß nicht. Nein, du Papa. Hättest du so spektakulär machen können, pass auf. Hier drauf. Da sind sie rein. Die wir rasiert haben. Hm, wie? Na ja. Ich hab zum Schluss grad nicht mehr mit einer Schrotflinte getroffen. Also was? Man, ich hab so... Richtig rasiert haben die alle hoch. Hör zu. Wollen wir nach fort? Wir müssen nach fort. Schnell, 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 schnell. Ja, ich lass mir Zeit. Ich brauch Heilung. Ich bin fast halbtot. Nur halbtot? Fast halbtot. Also bist du eigentlich noch oben drüber. Und ein Viertel eigentlich. Jetzt hab ich wieder Giel. Hab's dir die Tür eingetreten? Ne, ja, ich hab schon ewig nicht mehr gegessen. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich das jetzt noch mögen würde. Ich weiß halt, dass ich das vor Jahren mal gemocht habe. Ich mag Gott. Muss nicht essen. Hohle einfach mich ja verbrüchen. Und zwar hatten wir zu Weihnachten immer so ein Paket bekommen von so, das ist halt so Wurst gewesen in Dosen, die halt von einem bestimmten Metzger oder so kamen. Und da war Frühstücksfleisch oder so Leberwurst, also hausgemachte und Blutwurst. Und das war halt schon lecker. Aber das ist, wie gesagt, schon Jahre, Jahre, ja. Dann haben wir da mal richtig viele Dosen vongebracht. Goll. Ja, weil meine, ähm, weil, äh, von der Familie her, weil ich hier in der Nähe gewohnt hatte. Ähm. Und das haben wir dann immer zu Weihnachten und Weihnachtspaket. Das war schon echt, das war schon lecker. Das war gut. Bin gut. Ja. Hm, scheiße. Moment, die haben die Bollt ja noch nicht aufgenommen. Warum? Weiß ich nicht. Die Schüsse waren nicht da bei vor, sondern sie waren hier irgendwo. Der Hype ist da. Doch, immer noch Mortis. Und da ist auch noch der Hype. Weiß ich auch keine mehr. Okay, nice. Ähm, der wird richtig heftig geballert. Ich hab ihn gekehrt für den anderen Afto. Nein. Kommst du denn da auf? Ähm. Wie hat der nicht gehört? Nein. Ich hab nix gehört. Ja, dann geh mal vor. Ich geh mal gucken. Nein, geh doch packen. Hab ich den Headshot gegeben? Ich seh den Kopf, der sich meinen Kopf hinkommt. Könnte mich da an die Seite gut holen. Ich war da an der Mauer gewesen. Von der Seite. Der nach da. Kommt keiner, will ich holen. Ich hol ihn. So. Zeichne ich nicht durch den Stütz da. Ich hab ihn. Ich hab ihn. Nein, Leute, die werden in die Sätze fallen. Oben am Fenster hat den Schuttabschott abgekommen. Und der ist ein Zombie. Ich glaube, das ist gut. Ich muss erst mal kurz regenerieren. Anlob, mein Name. Pum, puf, puf, puf. Okay, ich spiel den gerade bei mir so. Weiß ich nicht. Du warst auch gerade kurz am Knacken. Das ist schlecht. Was? Ach, da. Ja, da. Da, irgendwo an dem, an dem Wattfeld. Pum. Komm, ich krieg nicht von der Woche. dann hat dann im fenster muss ich eben heilen hatten hat äh ist es ein 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 Bist du das mal gesehen? Nö. Das ist so, ey. Warte mal, sind die da auch noch drin? Nee, die sind draußen. Ich würde es sagen. Wo sind die denn? Ganz aus dem Kompon raus oder wie? Von mir. Die sind bei der Trenne, ja. Direkt um die Ecke. Ja, hm. Der hat auch direkt ne Dolch. Schön. Einen hab ich. Warte auch mal der Dolch. Genau hier runter. Ja. Ja. Ja, hat nen Hit. Der ist am Bluten. Trade. Ich hab ihn auch geholt. Da muss ja irgendeiner sein, oder? Habt ihr schon rein? Nimm einen Bounty mal mit. Ja. Ja. Ich sag' alle. Okay. Ja, sag' doch, die zu dritt sind, der das ja jetzt nix will, ne? Ach, Mann ey. Ja, ich spiel so gut. Ja, spiel so gut, Podi. Dann lufet mal. Ja. Ja. Das ist der Kroner King. Ne Kron. Wo ist der mit der Aftung? Der andere oben hatte glaube ich eine Mosin Sniper, die habe ich mitgenommen. Aber wo ist die Aftung? Eine Ahnung. Mann, danke. Alter. Der hat auch nicht die Aftung, der hier liegt. Wo ist der zweite Handler von hier gewesen? Oder war nur einer da drin? Einer war noch oben im Gebäude. Hier liegt noch einer, der hat ja auch einen Durchgang. Also wenn du Nachluten hast, hast du einige zum Nachluten. Hey. Sag mal wieviel Bärenfalle sind denn hier? Ich habe keinen einzigen gesehen. Lass die oben liegen und machen sie zum Nachluten. Ei ei ei. Okay. Ich komme jetzt. Ganz oben liegen welche. Hm. Okay. Du 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 du. Sag mal, gehen wir mal los. Du 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 du. Ich habe jetzt zwei gesehen. Eins. Hast du noch mehr gesehen irgendwo? Nö, hier. Drei. Ich glaube ich habe drei Stücke da gesehen. Wo ist denn der dritte? Da oben liegen immer noch welche. Ich muss doch mal gucken. Ich kann mich nicht mehr bewegen und spiel großartig. Ähm. Also die nicht mal einer. Ja nicht mal einer oder so. Warte ich komm. Ja nicht mal einer. Den habe ich und den habe ich gelootet. Ja und den habe ich gelootet. Ja unten an der Tür. Ah. Und dann ist noch einer. So. Und wo ist noch einer? Da waren drei. Okay. Du bist ja gar nicht. Ich muss ja jetzt trotzdem hin. Okay. Ich gehe jetzt nochmal eben kurz meinen Tread abholen. Komm. So. Ich auch. Oh. Tü tü tü. Tü tü tü. Tü tü tü. Äh. Ich bin ja da. Und hab es nicht mehr in den Lörr geschafft. Bevor ich eingeschlafen war. Kein Problem. Oh je. Okay, aber das ist wichtig, also, das ist gut, wenn du dann ein bisschen geschlafen hast, vielleicht hat's halt gut getan. Geht's denn besser schon ein bisschen? Ja. So, heilen. Ja, wenn ja mal welche wehren, dann wäre das schön. Ja, wenn ja mal welche wehren, dann wäre das schön. Oh, ne. Oh, ne. Hat das noch irgendwas komisches gegessen gehabt, irgendwie, in Lebensmittelvergiftung oder so? Hat da irgendwas abgelaufen oder, keine Ahnung, Fisch? Oh, je. Das ist aber echt heftig. Oh, Mann. Oh, Mann. Wie lange hast du das schon? Ist das halt heute erst? Weil es kann halt sein, dass das heute so dein Part ist, wo du halt alles so laufst. Was halt, halt, der Körper halt, äh, stört. Und dann kann es halt morgen besser sein. Ich weiß ja nicht, wie lange hast du das denn? Ich weiß ja nicht, wie lange hast du das denn? Halbzeit pro Teutelgast mit Salami und zwei Stunden später ging es plötzlich los. Okay, krass. Vielleicht kann es einfach sein, dass, keine Ahnung, der Körper eben was stört oder irgendwelche Keime. Ja, das halt nicht loswerden will. Ich finde ich keine Magen-Darm-Kritte, weil das ist scheiße. Ja, stimmt. Oh, Mann. Trinkt aber schon fast mal verdorbenen Magen. Ja, irgendwie, wenn er nicht mal Wasser drin bleibt und so. Weil du musst ja eigentlich die Theorie zu Wasser trinken. Später. Ja. Ja. Ja, da brauch ich ja auch weiß nur das halt. Klar. Aber die Verdauung setzt doch sofort an, oder nicht? Nicht immer. Kommt immer drauf an. Kann auch später es kommen. Und je nachdem, wo das ist, heißt ja auch nicht, dass er dann direkt vom Magen aus ist, sondern halt, wenn er schon ein bisschen weiter ist, dann zersetzt wird und... Kann ich jedenfalls nicht gebrauchen, hab mein Chef heute Morgen gesagt, dass ich Montag wieder am Start bin. Hast du denn irgendwie Fieber oder Schüttelfrost oder so? Ja, wenn er halt nicht inaut, dann kannst du halt Montag noch nicht. Nee, vor allem, wenn es halt nicht gut geht. Ja, wenn man krank ist, ist man krank, das geht vor. Also, das ist... Ja. Das ist auch wichtig. Ich weiß noch, wie ich früher... äh, wenn er seit letztem Freitag krank geschrieben... Ja, aber dann ist es halt halt einfach mal so. Das stimmt, ja. Kann sein, kann sein, nichts mehr machen. Das möchte er halt jemanden, der... dann einen Tag arbeiten geht und dann vielleicht noch länger krank ist. So. Deswegen, der bringt ja auch nichts. Weil, den kannst du den Kram ja auch noch verschleppen, ne? Wenn das nicht komplett alles auskurierst, dann schleppst du das noch wieder mit. Ich friere wie... ja, vielleicht hast du ein bisschen Fieber. Ja. Ja, wenn du frierst, dann... Dann hast du höchstwahrscheinlich Schüttelfurst dann. Hm. Ja, wie gesagt, wenn es morgen nicht besser ist, würde ich da echt mal gucken dann. Weil das ist halt auch echt nicht gut so für den Körper. Nee, ich hatte das letztens, hatte das, ähm... Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber einer hatte das letztens halt, äh... Und am nächsten Tag ging es dann etwas. Wahrscheinlich irgendwie dann so ein Infekt... gehabt. Moment, warte hier nicht. Ich weiß aber nicht, ob das momentan gerade so rum geht. Warte mal eben kurz. Kannst du dir gerne noch sagen? Lass mir kurz die Folge werden. Dankeschön auf jeden Fall fürs Reinschalten. Oh. Morgen gerne wieder einschalten zur Handshowdown. 13 Uhr. Bis morgen, tschüss. 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 Alles ist raus, oder? Wie soll ich jetzt noch ausschneiden? So. Es ist so schlimm. Aber alles andere kommen ein paar Sekunden später sofort wieder, ja. Ach so, was verhalte ich dann bei ein paar Stunden drin. Was dann vielleicht irgendwie so ein bisschen was Salziges? So diese kleinen Brezeln oder Salzstangen oder irgendwie sowas? Mit dem Nahton halt sowas. Manchmal hilft. Ja, manchmal hilft sowas. So, ich bin auch mal gleich wieder da. Muss man eben kurz was weg. Juhu. Hat er einen Nachluten gehabt jetzt? Ja. Ja, der Hacker hat von vornherein Nachluten bei mir. Stimmt. Gut. Ähm. Ja, du musst auf jeden Fall auch irgendwie was trinken, deswegen. Ja. Weil sonst dehydrierst du zu stark dann. Was ich halt weiß, ist das halt sehr gut, äh, Kamillentee. Oder, also Pfefferminztee ist zum Beispiel auch wieder, hab noch Cola und Schokokrossis, ne? Ja, weiß ich nicht. Also das ist so. Warte, ich meine mal eben kurz, äh, warte, äh, ich hab hier noch den Gesundheitsminister, Moment, ich frage mal eben kurz, mal gucken, was er sagt. Hm, weiß ich nicht, Digga. Ähm, also Kamillentee ist auf jeden Fall gut, zum Beispiel Pfefferminztee ist auch wieder nicht gut, weil das kann halt auch wieder den Magen angreifen. Fenchel ist zum Beispiel sehr, sehr gut, magenschonend. Ähm, ja. 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 Bin auch mal eben kurz, Aufgabe, bin sofort wieder da. Also, das ist halt echt scheiße. Hab nur schwarzen Tee, ja, das ist jetzt halt auch so stark für den Magen. Ja, das würde ich, glaub ich, auch nicht so machen. Boah, ich hab das mal gehabt, das ist aber auch schon ewig her. Ich hab zum Glück, toi toi toi, immer nur so Erkältungen seit Jahren. Aber ich hab das einmal gehabt, also ich hab soweit ein gutes Immunsystem. Und ich hab mal früher in der Einrichtung gewohnt und da waren halt ständig viele Leute um mich herum. Und alle hatten eine Woche lang verschiedene, ähm, verschiedene Anzeichen von Magen, Darm. Andere hatten Übelkeit, andere hatten dann, ne, Bauchschmerzen, andere hatten Durchfall, andere hatten Fieber und, äh, Spucken und so. Und das ist alles eine Woche lang und ich bin die ganze Zeit verschont geblieben. Und dann gab's einen einzigen Tag, an dem ich alle Symptome, die die anderen hatten, also die waren dann auch wieder gesund, aber ich hatte dann einen Tag wirklich alle Symptome, die die anderen hatten, komplett. Ich konnte nichts essen, nichts trinken, mir ging's elend. Das war richtig schlimm. Und nur für einen einzigen Tag. Am nächsten Tag war dann wieder alles gut, aber... Und sonst halt zum Glück immer nur Erkältungen. Ich finde, das ist einfach nur schlimm, wenn man die ganze Zeit nur spucken muss und eigentlich gar nicht mehr kann. Das ist, weiß ich nicht, schrecklich. Das Komische ist ja, ich war einmal am Mittwoch was einkaufen, als ich wusste, PCR ist negativ und so. Sonst war ich nirgends außer meiner Bude. Und seit 18 Uhr geht's halt rund. Na... Manchmal kann das auch einfach sein. Also... Das ist halt so unterschiedlich, wie man sie auch anstecken kann, ne? Ich hab zum Beispiel mal überlegt... Also klar bringt das auch was, ne? Halt Maske zu tragen und so. Und Hände zu waschen nach dem Einkaufen. Aber... Man weiß halt vorher nicht, wer alle schon diese Produkte, für die man sich entschieden hat, halt mit in den Laden zu nehmen, wer die alles angefasst hat. So. Ja, stimmt. Und zum Beispiel auf so eine Art und Weise... Zum Beispiel du kaufst Spülmittel. Und dein Spülmittel ist gestern leer gewesen und hast heute Morgen dein neues genommen. Dann hast du plötzlich diese Keime von dem Frischgekauften vielleicht, wo dann einer irgendwie rumgenießt hat oder keine Ahnung, sich nicht die Hände gewaschen hat und dann hast du plötzlich da die Keime oder so. Das ist halt... Eigentlich müsste man, wenn man halt einkaufen war, eigentlich alles so einmal desinfizieren, damit man wirklich hundertprozentig sicher sein kann, dass man halt, ähm... Ja, nicht irgendwie sich ansteckt oder so. Was aber total bescheuert ist. Ja, gut, kann immer passieren. Zum Beispiel... Ja, als... Also... Marcel und ich vom... Das ist schon ein bisschen super lange her jetzt, glaube ich, über ein halbes Jahr, wo wir... Oder... Nee... Vor drei... Vier Monaten... Ähm... Nachher sterben die meisten Keime nicht immer nach wenigen Stunden auf solchen... Aber... Äh... Sterben die meisten Keime nicht immer nach wenigen Stunden auf solchen Oberflächen? Ich hab keine Ahnung. Kommt immer auf die Oberfläche. Am meisten... Also es gibt... Es ist keinem unterschiedlich und es ist Oberflächen unterschiedlich. So... Deswegen... Meistens irgendwie, wenn du so, ich glaube, Kupferoberflächen hast, war da, glaube ich, oder so, dann sterben die relativ schnell ab. Und... Kommt immer drauf an. Kannst du... Kannst du in die Porsche sagen, manchmal halten die auch mehrere Tage und sowas. Zum Beispiel Marcel und ich vor drei, vier Monaten hatten wir uns... Wir wissen nicht wie... Irgendwie hatten wir plötzlich Corona. Und wir haben uns nach jedem Einkaufen, wenn wir reinkommen, waschen wir immer die Hände. Wir haben Maske überall an. Wir haben Hände desinfiziert, wenn wir das gesehen haben. Also wir sind da wirklich sehr streng und waren wirklich kaum draußen. Eigentlich nur wegen Einkaufen. Einmal in der Woche. Und plötzlich... Weiß ich nicht... War ein paar Tage... War nichts. Und... Dann fing halt Marcel irgendwie an, krank zu werden. Und dann... Ein Fieberarmer nur. Ja. Und... Dann hab ich mal einfach nur gedacht... Hm... Wir sind die ganze Zeit verschont geblieben. Kann man ja mal gucken. Auch wenn wir sehr, sehr vorsichtig und so waren. Aber... Irgendwo... Obwohl wir uns Hände desinfiziert und keine Ahnung was... Nach jedem Einkauf mal nach jedem Post rausbringen. Es ist ja so nach jedem Müll oder Post... Äh... Hochbringen. Waschen wir ja auch die Hände. So, aber... Irgendwie... Haben wir uns angesteckt und äh... Keine Ahnung. Ich hab auch keine Ahnung. Das ist... Manchmal das ist echt ein Rätsel. Ja. Ich weiß das auch nicht. Aber naja. Aber wie gesagt, musst du halt mal gucken... Wenn der wirklich morgen nicht besser sein sollte... Ja. Dann musst du unbedingt zum Arzt. Ja. Weil übergeben sollte man sich nicht so lange... Weil Essen ist halt erstmal nicht gesund halt und... Allein wegen dem ganzen Wasserverlust und sowas. Ja. Deswegen... Als spätestens... Ja. 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 Ich hab mir da auch ein bisschen so Sorge... Ja. Ach. Machst du nix dann? Aber ja. Ne. Aber ich hab's auch nicht gemerkt. Das einzige was ich hatte... Ich hatte nicht mal Fieber und so. Ich war einfach nur so... Ich war einfach nur so... Noch mehr am Arsch. Also körperlich so müde. Und... Es war alles so anstreng... Also noch mehr anstrengender... Als... Ich es halt sonst... Ähm... Also wir sind aber auch... Also... Du hast ja glaub ich ein gutes Immunsystem und... Wir haben uns ja auch geimpft. Also... Drei Impfungen hatten wir bis jetzt. Ja. Deswegen mal gucken. Ragun! Ich brauche den Wald. Ja, Ragun ist nicht da und ich kann dich nicht einladen. Oh, Ragun ist da voll gegangen. Dann mach ich so lange mal die Spielszene wieder umstellen. Das sieht ja... Jetzt fällt mir erst mal wieder auf. Dann sieht ja... Hand sieht da jetzt wieder aus wie früher so ein bisschen. Wieso? Weil früher Hand auch so aus sah mit so einem Wald im Hintergrund und sowas. Äh? Ja, ja, ja. Aber dann hast du auch... Jedes Mal wenn du oben durchgeschaltet hast so die einzelnen Kategorien... Ist auch der Wald immer so ein bisschen weiter gerutscht und sowas. Musst du mal in den ganz alten Hand folgen und mir reingucken und siehst du das... Oder weiß ich gar nicht, sieht man das da irgendwo? Stimmt irgendwo. Da hast du... Da ist der Wald auch immer so ein bisschen weiter gerutscht und da gab es immer so ein Easter Egg. Da konntest du so doppelt klicken und da konntest du solche äh... Solche solche ähm... Flares abschießen. Dann haben die dann im Wald geleuchtet. Ich gucke gerade ob das hier auch geht, aber das geht irgendwie nicht. Schade. Hier? 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 Heißt du das? Ich habe die ganzen Quest schonmal fertig. Also diese Woche habe ich schonmal keiner mehr. Geil, ich schalte Chapter 3 frei. Da freue ich mir ja. Geil, ich kann mir für 1470 Blattbundes Geklimper an eine Waffe kaufen. Geil. 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 hallo sie beten muss noch mal einladen ja sorry ja gut ich habe mir spüren geschaut jetzt auf englisch gestellt und ja irgendwie hat er schon so ganz komisch geleckt deswegen ja du hast auch ein bisschen zwischendurch geknuspert ich habe auch keine ahnung wo immer war knuspert knäuschen zum schluss ja genau so brauche ich noch was ich glaube nicht ihr gebt musik ab weihnachten ja geil wie ist das scheiß chatkens ja hier drauf ich hatte eben auf ready die ganze zeit schon geklickt gehabt doch und dann wurde ich eingeladen so mal gucken ob es besser läuft ich bin so spannend hier ja gut neustadt hilft oft mal so ne ja also hoffen zumindest läuft es jetzt auch besser sollte es auch nicht mal rücken oder so nachdem ich die auflösung ein bisschen runter gestellt habe wieder für den stream da muss ich ja noch gucken wenn ich daher die ganzen folgen wieder runterladen dann auf meinem rechner die hochränder lustig ja hier muss ich auf 1080p zum besuchen das ist dann ne ach da wollte ich gerade die weihnachtsbäckerei anfangen von rolf zu koski in der weihnachtsbäckerei ich kann das nicht mehr hören meine mutter und ich hab als ich klein war hat mir das aufgehört ach ich kann das nicht mehr ich hab's im kindergarten gemacht ach ja in der kindergarten auch als ich dann praktisch gemacht habe eh als sie im kindergarten war musste ich das vorspielen eh ja klar stimmt von den schlümpfen wie von den schlümpfen oh mann ich bin mir so weißt du ich stelle mir einfach guttags als richtig knopfiges Kind vor da gibt es auch Videoaufnahmen von da bin ich da bläbber 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 schön dass du eingeschaltet hast heute waren wir dabei sind aber guten Mund und Chat hallo 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 wir haben rechts und links ähm ne doch nicht wir müssen da ganz so anders wir müssen da ganz so anders oh ich habe ein Auto mit wir haben rechts und links nichts du hast alle auf tomat hallilalolalö Was? Hallelöle? Hallelöle. Ein Hallelöle in dem Schritt. Hallelöle. Hallelöle. Da drüben. Hallelöle. Aber was Hallelöle? Hallelöle. Ich frage mich schon mal lieber noch. Hallelöle. Was denn? Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich frage mal den schönen Gesangsexperten hier. Hallelöle. Weiß ich nicht, Digga. Gehen wir jetzt hoch nach den ersten Blüten und dann rennen wir jetzt komplett rüber und dann bist du ein bisschen besser Wulffs-Dings. Nee, ich krieg das Presen. Presen. Ach, ich hab gar keine Quests mehr. Ich wollte grad gucken, welche Quests haben wir. Ist egal. Der ist halt ein bisschen schwindelig eben. Ist ja widerlich. Der war schwindelig? Ja, genau. Hast du wirklich getrunken? Ja, ich hab heute echt nicht viel getrunken. Ich bin bei der Hälfte erst. Ja, trinke doch mal. Ich trinke schon die ganze Zeit. Da hinten gibt's ne Kutsche. Wenn ihr Hinweise habt, lasst mich die nehmen. Ich hab Konduit. Ja. Hast du auch gekriegt? Aber ich würd da auch gerne für Punkte gehen. Nee, hab ich nicht. Wie, was für Punkte? Wenn ihr doch einen Hinweis habt, nehmen wir dann so Punkte passen. Nee, die kriegen wir doch alle. Nee. Nee. Ach, da wird die Haltreiber, weil da im Feuer steht. Ach so, shit, ich muss mit. Ah, ich muss die Grounds mit Messer töten. Mhm. Mhm, cool, danke. Ich geh nach vor. Ach, Mensch. Hier liegt ein Freddy. Hier liegt Bloodless. Ach, den kann ich noch mitnehmen. Ah! Ah! Ja, das war ich. Ah, was war das denn? Ihhh. Mein Bein hat grad ganz komisch gekrampft. Hat sein Bein gestampft? Gekrampft. Ich bin grad auch so richtig gezuckt, weil das so richtig unangenehm war. Es war so ganz komisches Krampfen da. Äh. Äh. Alter. Der steht nicht auf. Wie, was ist denn das jetzt? Hallo? Hallo. Das ist ja, wenn die Muskeln... Alter. Ja. Bei mir lockt... Bei mir lockt die Kamera wieder so ganz komisch. Muss he statewide. Für mich. 18 Punkte. Oh, bei einem Beinen… Oh, beim Beinen sich im gerade effekt... Culture martyr- Mit Beinjucken. Von einem leichteren Krampfen Oberstenkel, oder? Das muss ja vielleicht mal massieren, nur so kurz. Alter. Sind wieder irgendwo Gegner? Weiß in der Richtung, keine Ahnung, die Richtung 240 ist da wieder. Ist richtig ätzend, als ob da so eine Kulle ist, wo du dann so rein und dann brauchst du so Kraft aufwenden, um da wieder rauszukommen aus der Sicht. Ey krass. Das ist richtig nervig. Wo hab ich denn... Jetzt hab ich es nicht mehr. Hä? Okay, gleich mal überwiegen. 9... 2... 1... 1... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 1... 2... 2... 2... 1... 2... 2... 2... 2... 1... 2... 3... 1... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 2... was denn was war das für ein name ich glaube nicht dass ich habe bei mir den namen so stark ausgebildet die kreis gekommen sehen können 25 zentimeter wie im leben kleiner peter immer gesagt das geht um die nasen der boss ist hier das war bedrohlich es geht nicht um die nasen es geht nicht um die nasen nase Ich nicht. Ich auch nicht. Dann ist der Gegner gewesen. Nein, ich hab's weggeschmissen. Wer braucht denn den? Echt, ey. Schau mal vor, dass irgendein Gegner kommt. Die könnte mal flashen, wenn die reinkommen. Mutz. Echt, ey. Mutz. Gib mir, gib mir was sinnvolles. Äh, nen Dekol. Mit Tinder was sinnvolles? Was? Gib mir was sinnvolles, hab ich gesagt. Ich hab verstanden. Gib mir Tinder was sinnvolles. Genau. Richtig. Wurst. Wurst. Einfach Wurst. Es kommt so rüber, als wäre irgendwie so ein Ork aus WoW Wurst. Wurst. Der Ort aus WoW Wurst. Gib den. Wurst. Ich kenn sogar nicht. Ich kenn sogar nicht den Ort Wurst. Wo controlar harvest. Aber komm, der guck dir nicht so. Komm, komm, komm. Oh, du Küchen, hallo. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Jetzt würde ich mal den abschlabbern. Ich habe genau gesehen, was du unten machst. Ich war ein Grauli. Was ein Grauli? Grauli. Arsch. Hä? Darf ich eine Falle denn machen? Ja. Kannst du denn da auch? Ich bin auch. Ein Pferd geht ab. Ja, hörst euch. Pass auf, du Waschlappen. Mann. Waschlappen? Was? Liebe dich. Ja, ich sehe auch, ja. Cool. Kannst du sagen? Guck mal, jetzt haben wir uns ein Bett geteilt. Dabei teilen wir uns ein Bett. Oh, ne, ich die Ruhe. Kann doch. Mein Bett nicht hier schlafen. Nee. Da kommst du wohl nicht hoch. Mann, du ruhig. Hast du dir nicht gesagt? Ja, den ganzen Tag. Kannst du nicht jetzt. Wir müssen schon Standard. Oha. Was ist Standard? No. Was? Hier ist niemand. Ist auch das nicht. Wo gehen wir jetzt hin? Gehen wir schnell nach... Wackeln mit unseren Arsch. Wackeln nach Battery. Ey, wo rum? Wir sind in Battery. Gehen wir nach... Zum ersten Mal einfach... Bei Blank bin ich schon. Thesen! Du armer, mein Beinleid. Hey! Dankeschön für deinen äh, äh... Dankeschön, vielen Dankeschön. 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 Ich meine das nur lieb. Dankeschön. Vielen Dank. Ich hab's gar zu überwilden. Wem hast du lieb? Ich meine das immer nur lieb. Ich muss noch mein Trait abholen. Mann, du willst dich auch immer. Mann, du willst dich auch immer. Kommt ihr? Ja, ich hol mal eben kurz mein Trait davon ab. An dem links. Weil dann können Monster mich nie mehr sehen. Ach ja, ich muss auch kurz mein Trait holen. Dann kann ich nicht mehr burnen. Dann burnen... Nee. Doch, dann regeneriere ich. The Ring of the Eier. The Ring of the Eier. Du regenerierst Eier? Was? Äh... Ich bin hier komplett... Du regenerierst Eier? Ja. Ich habe gesagt, ich regeneriere dann mein Leben. Und dann hab ich so... The Ring of the Eier. The Ring of the Eier. The Ring of the Eier. Dankeschön. Für deinen verschenkten Sub an Schocki. Schocki, Dankeschön. The Ring of the Eier. Dankeschön. Vielen Dank. Shit, Mann. Könnt ihr euch jetzt mal beeilen? Ja, ich komme ja. Ja, es tut mir leid. Du bist vorgerannt. Komm mal. Freil mich auf. Ich muss mich noch heilen. Lieber fordern. Wo sind die denn? Ja. Direkt hinter der Mauer. Hab ich eine. Aufwachst du dir, wenn morgen... Alter, oben sind 3 im Haustrend und da hinten sind auch noch welche auf 15 und 3, glaube ich. Ja. Kaiser. Außerhalb war auch noch irgendwo einer. Ja, da waren nicht 3 im Haustrend. Ja, da waren nicht 3 im Haustrend. Wow. Jaja. Und 3 drin oder was? Ich hab 3 drin und 3 draußen gesehen. Einer ist gleich hinter dem einen Waggon hier. Ja, den höre ich auch irgendwie. Ich warte die ganze Zeit, dass er durch die Tür guckt. Bist du nur so durch den Dings hier. Oh Gott, bei den Schienen kommt auch noch einer. Jaja, da hinten. Da kann ich wieder Pistelkacken geben. Ja, genau. Und dann trifft er mich da. Ja. Ja, wie gefällt er mich denn? Der Spagat. Ah, was? Ah, Sparks. Ich komm nur mehr auf. Kopfschuss. Hier hinter sind noch welche. Oh, scheiße. Ja, ja. Habt ihr ihn getroffen? Ach, jetzt. Nein. Schade. Also heute hat irgendwie jeder Fenning drin gefühlt. Ja, gefühlt schon. Da ist echt viel Fenning unterwegs gerade. Ja. Und man. Danke schon nochmal auf jeden Fall. Für Luisa und für die Verschenke. Danke. Kurz an das Lidio. Direkt. Oh. So. Aber ich würde mich glaube ich verabschieden jetzt. Okay. Okay. Das kannst du machen. So. Wir machen schon mal ein Raid fertig. Dragoon. Weil die werden noch ein bisschen spielen und dann, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne nochmal rüber. ein bisschen mitzuschauen. Ein bisschen mitzuschauen. Ja. Vielen Dank fürs dabei sein. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bin aber nur langsam echt müde. Und, ähm. Guckt auch ein bisschen zu. Ein bisschen bis runter zu kommen. Und, ähm. Ja. Bedanken mich erstmal ganz herzlich fürs dabei sein. Ähm. Es werden wieder mehrere Streams kommen demnächst. Äh. Das kann sein. Ähm. Das vielleicht nächste Woche über nächste Woche. Irgendwann der Vibe ist. Dann werden wir halt EFT auch zocken. Mit Boom. Ähm. Aber wir müssen auch noch, ähm. Bioshock weiter spielen. Genau. Aber das machen wir. Ich weiß noch nicht genau wann ich online komme. Weil ich auch noch gerade Weihnachtsvorbereitungen und so mache. Und, äh. Genau. Ja. Aber ich würde einfach ganz spontan an online kommen. Vielen Dank. Noch viel Spaß bei den beiden. Und wir sehen uns zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Tschüss. Gute Nacht. Gute Nacht Boom. Tschüss. Ach scheiße. Hm? Kann ich jetzt noch raiden? Hast du doch schon angemord. Ja. Ach Gott. Weil ich habe gerade meinen Stream beendet. So. Ja. Aber wir müssen jetzt noch durch. Ist angekommen. Sehr gut. Dankeschön. Dankeschön für den Read. Ja. So. Ich habe jetzt. Vielleicht nicht mehr. Ach. So. Dann würde ich hier auch rausgehen. Und dann schaue ich euch noch ein bisschen zu. Aber ich bin im Lurk. Alles klar. Alles klar. Tschüss. Viel Spaß denn noch. Tschüss. 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 So. Ich mache das schon mal. Hallo Abro. Hallo Abro. Na, alles gut. Und Boom wurde erfolgreich rüber geschossen. Das stimmt. Moin. Moin. Hallo. Ich habe einen Bude gemacht. Genau. Ich bin eben kurz ein paar Sekunden auf Kraft, um schnell was zu trinken. Und ja. Bis gleich. Jojo. Und Abro auch schon fleißig, ähm, Eventen. Hm. So. Dann kenne ich noch das. So. 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 Was ich mich eigentlich schon mal gefragt hab, falls, äh, so, wenn mir grade jemand zu guckt, so, von der Musik her, die jetzt so im Hintergrund läuft, ist das eigentlich... laut, oder ist das doch so dezent? Dezent. Allo. Lange ich mich… dezent. Dezent. ich frage mich manchmal einfach nur das bewegt sich meistens also minus 40 bereich irgendwie minus 45 minus 40 so leise ist ja duke ich habe meine mir wurde schon mal gesagt das ballert immer zu viel ist zu laut und noch einmal runtergeschraubt aber ich habe bei er sollte hallo hallo also ich habe bei mir in obs hat so eingestellt wenn ihr oder wenn ich rede jeweils ist ein ducking drin dann in der musik dann wird die musik in dem moment dann immer kurz leiser dass sie dann nicht zu laut ist sonst ist jemand ein bisschen lauter und sobald einer redet dann wird jemand ein bisschen runter gedreht von obs ist okay lauter muss für mich aber auf jeden fall nicht okay okay ich hatte mir meistens immer irgendwie so ja du hast mir immer gesagt so minus 20 oder so aber dann wurden wir schon mal immer mal gesagt das ist zu laut ja auch genau sein das war sie schon ein bisschen lauter kommt kommt aber immer darauf an so was von der musik läuft und das war der grüße was ist es dann oder mehr mit wasser irgendwas oder so äh was ist los hier ist doppelgelt irgendwo oben okay du musst mal hier durch rein da sind drei geld säcke hast du gesehen da auf dem gang da sind ein paar stück gefahren sind da ist es immer zu verstehe ich neben die also wenn du heilung sie wird zu nehmen wirklich perfekt perfekt schade schade es ist ein normaler hinweis nein ein normaler hinweis es geht gar nicht gar nicht gehen wir direkt nach prüsen oder rüber vor uns sind hunde schade ich weiß ja nicht ob du hier Quester führst ich muss Bosse bannen warte mal höllenhunde töten gepanzerte mit gift schaden töten und was war das okay gift schaden aber jetzt aber gerade kann bei und die Hunde einfach ja doch guck mal kurz hier auf wo die Toilette auch klein oder wie es geil Schuhe ich finde das geil dass es für die Packs jetzt auch gift Mutti gibt ich hab die Musikpacks eigentlich mal mitnehmen ich freue mich schon wenn ich die große Packs mal gibt da also die hat jetzt die hat jetzt vier Munitionsarten und jetzt kannst du jetzt auch die Winfield also die mittlere Winfield nee die mittlere Winfield mitnehmen weil die auch mittlere mittlere Muni hat achso ja gut dann hast du dann mehr Munition hm stimmt das ist echt nicht schlechter mit der ja ja weil ich glaube sonst gibt es keine mittlere Munition mit gift Muni glaube ich boah einfach mal überlegen bei der Wetterlie oder die hat ja keine Gift ne also bisher nicht gehabt ich weiß nicht welche Waffen jetzt noch mehr Munitionsarten gekriegt haben aber ich glaube auch nicht dass ihr das jetzt hat weil ich hatte ja schon Wetterliminalat ja nicht okay hm ja halt ich treff die ich treff die doch mal für mich ja ich bin hoch halt halt also wann ist denn hier ein Loch drin ja deshalb cool ich bin auch noch nicht ich brauch Heilung mein Freund aber bis ich mir hier mal irgendwelche Änderungen sehe das dauert sowieso Die, ich weiß nicht, wie ich die seh, dann seh ich die. Ja, nur nur sehen. Wenn ich die seh, dann seh ich sie. Das ist so wie, ich lebe dein Leben, ey. Was für eine Aussage, lebe dein Leben. Ja, ja, gut, hier seh ich die. Halt, jetzt kann ich die jetzt grad eine Liedmacht vor, aber ja, gut, wenn er so aus der Welt wird. Äh, ich war das nicht. Oh, da ist noch ein Hinweis. Haben wir gar nicht genommen, ne? Wie gesagt, die Heilung? Äh, ne, stimmt. Stimmt, ich hab ja Google. Ich vergesse ja immer, dass ich die ganze Zeit auch den Hunter behalte. Noch. Toi, 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 Glück. Ja, Mensch, jetzt hab ich's gesagt. Hier geht noch irgendwo ein Fehler. Ja, hör ich auch. Wie die Richtung ist das? Norden? Ja, Norden, Nordost. Wir müssen das Feuer. Dann lebe dein Leben, ich hab noch mehr Weisheiten des Tages. Du weißt erst was, wenn du es weißt. Bam, bam, bam. Ja. Das stimmt. Du weißt erst was, wenn du es weißt. Ah, Gott ey, das könnte auch so Wandtattoos sein, ey. Mit irgendwelchen Sprüchen, ey. So wie bei der Couch. Du weißt erst was, wenn du es weißt. Lebe dein Leben. Du siehst erst was, wenn du es siehst. Du bist was du isst. Du bist was du isst. Ah, nein, du bist was du bist. Ne, du bist was du isst. Aber du hast doch Norden, Nordosten. Stimmt. Da, irgendwo in die Richtung. Dann atmen. Endlich mal ein Morty. Ach ne, die bräuchte ich ja gar nicht in die Quest. Verdammt. Ja. Ja, ist ja gestorben. Okay. Die Spine so hier. Oh. Oh. Lebe dein Traum. Denn er wird wein. Lebe dein Traum. Lebe dein Traum. Denn er wird wein. Lebe dein Traum. Denn er wird wein. Sind die drüber? Ja. Moment, die Spine nicht an. Aber jetzt. Oh. Scheiße. Hat er da gerade einer ne Lanze von? Nein! Einer hat nen Hit. Ja, einer hat ne Lanze. Ah, das ist ja sehr gut. Hm, ich glaube auch wieder. Die Frage auch. Hat der in der Lanze? Also, die Lanze haben heute aber auch viele dabei, oder? Echt? Habe ich mir nicht. Da ist mir das nicht so aufgefallen. War schon, war schon ein paar Leute mit Lanze heute. Scheiße. Habe ich nicht runtergefahren. Kannst direkt finischen. Vergöte uns. Hehehe. Schön. Nein. Warum kann man die nicht abwerfen? Man könnte die doch immer abwerfen. Der Lanze? Oder nicht? Können wir nicht immer F drücken, so wie die Haftbombe? Ja, das wäre ja schön. Der wird ja nie so schnell geschaffen werden. Ach, schade. Hunter ist weg. Danke. Tschüss Hunter. Ah. Hunter ist weg. Wuuu. Verdammt der Mist. Mirscht. 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 Wirscht. Ähhhhh. Huh. Tuhh. Keine killt. doch ein eingekillt mitnehmen willst du es noch mal machen mit lanze klar was sagst du die scottfield hat? ne die scottfield hat ja gar nix also die hat glaube ich dieselbe munition wie immer Mist das habe ich noch gar nicht warte mal was schaltet man das denn frei ach mit 10 erst ah schade ich dachte ich hätte schon diese drachen das drachenatmen da für die lanze ach so ja stimmt das ist das ist das von dem event full metal ammo habe ich auch noch nicht freigeschaltet für die packs ne ich schalte man ja später vorher das 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 richtig schön teuer positionieren richtig positionieren ich kann das sonst irgendwie nicht anders ich muss immer irgendwie so sitzen dass man bei einem unter anderen beim hier so das muss ich kann ich kann nicht somit so die ganze zeit so sitzen und beide füße so auf dem boden ich auch nicht könnte ich gar nix wie soll ich denn sonst hier sitzen ja so bein übereinander schlagen oder so aber meistens packe ich mal mein fuß runter ja das andere bein ach so ja das mache ich aber nur wenn ich gerade sind gerade sitzen momentan sitze ich eher so als ob ich gerade so lässig im film guckt so ja cool sind so so eine seite es geht ab ja so lässig halte ich halte ich mein arm so aus dem fenster so wir sind die coolsten wenn wir cool sind ja keep rolling 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 ja minus 10 grad gerade bei mir wat ok krass minus 10 bei mir ist minus 5 krass andererseits ja zwischen minus 5 und minus 7 je nachdem wo ich gerade gucke ja also laut der info gerade minus 10 ja über tafel auch lustig so minus 3 bis minus 4 rost moderat ach frost ok hat sie gerade irgendwie ein auto in lei rost moderat rost moderat rost ist moderat ach das hatten wir auch einmal in der werkstatt gehabt ey da wollte wirklich einer äh kam da mit so einem pot das ist ein rost rostlack an der wollte seine karre echt in diesen rost look haben ach du scheiße sowieso muss man echt machen hm du meinst du wie äh gibst du auch nicht äh wie heißt das hier sowieso Dekorationsgegenstände die so rostig sind so ein rost look haben irgendwie sowas ja ja es gibt auch extra es gibt äh äh extra lacker dafür ja damit du diesen äh diese rostoptik kriegst schön ist eingeschaltet mit dabei ist noch Raccoon und shit hallo hallo ähm ja es gibt ja von den guten alten Erderwerbungen merkt man zur Zeit leider nichts ja das stimmt wir müssen zur Zeit leider nichts ich bin auch froh dass das kalt ist das ist in meinem Sinne von kalt obwohl ich kalt nicht mag auch nie ja Blanchard ja kann machen ähm ne was gibt ja es gibt ja so Gegenstände wie Vasen oder sowas die anderen siehst du schon direkt rostig wo ich mir denkt warum würde ich mir rostig kaufen so dann würde von der Zeit doch dann muss ich so nicht also und wenn dann wohl ich eben schau da mit sich rostig wird ähm ich geh mal wahrscheinlich davon aus dass es an dieser boah ich stimmt ja so mal Marmorierung halt teilweise so liegt je nachdem ähm diese rostblüten und all so ein Gedöns damit das dann irgendwie so aussieht ich kann damit auch nichts anfangen das heißt auch irgendwie so besonders das heißt dann ist dann noch mal noch mal um einiges teurer und so oder keine Ahnung ich weiß nicht was das soll ich denke alter und rostig wird ja doch von alleine ja wenn die Leute sich das wünschen ja gut ich auch nicht halten ne ja weiss nicht mehr so es gibt ja bei manchen Karren ja bei manchen Karren sagt man ja auch ja da sagt man ja auch Loch an Loch und das hält doch so ja oh geil ach der ganze Boden ist durchgerost und ja weiss nicht ne aber wer es mag keine Ahnung ich nicht ich bin nicht mag wer ist mag vor allem sind diese sind diese Pötte richtig scheiße teuer boah ist das ganz schön teuer ja wird immer teuer wenn du da mal was machen lassen musst äh gehen wir jetzt den Pitching Pitching ja ne boah wenn es sein muss wenn es sehen muss geschäme das ist der Kutsche dann gehen wir noch mal zur Kutsche die Kutsche ich mag den Nebelsteil so da ist ein roter Nebel so es hat es so ja ich hätte ja noch nicht damit gerechnet dass sie jede Map so ist ich hab gedacht da guck mal zufällig dachte ich auch das hört sich für mich so an das ist nur so zufällig kommen würde damit kann auch kein Problem trotzdem momentan stürzt mich nicht na jetzt nicht wie wird für sich also auch immer nur dunkel würde nebel oh noch eine Ausdauersprutze ja gut weil ich habe mich auch noch mal eine große Ausdauersprutze angewarte ich habe zweit groß wird ich habe auch zwei große mitgehabt dann habe ich schon benutzt und ich habe noch eine kleine gerade gekriegt na klar jetzt habe ich 15 Minuten ne 14 Minuten 15 Minuten puren Spaß ja äh der Boss ist hier irgendwo ok ok der Spaß ist noch gleich sind wir kaputt von all dem Spaß ja ja oder Gegner also Kumpel Hinweise sind laut oh lauf hier mal nicht lauf hier mal nicht am roten Fass vorbei die sind nicht unten oder die sind nicht unten die sind nicht beim Boss drin die sind verzehnweise leise die sind ja sie gehören leise die sind auch eine Grenze das hat irgendwie die sind wieder leise ich glaube ich höre jemanden vom Nordosten hier oben ist eine Kasse Kassel die sind ja auch laufen sind die unten na die sind schon gelogen wow die haben ja doch schon geplatt gehabt wer schlägt noch irgendjemand ich kann nicht hier unterscheiden oder jetzt oben doch da hinten da hinten rennt ein auf null ja da kommen wir nochmal welche ich glaube es neue ach Mist wo denn hat nen Hit da dahinter jetzt glaube ich im Busch rein der von mir nein haben die keine Mücken mehr im Hintern sie waren direkt zwei Stück da unten ok lol ha ach der holt den schminzen ja ja nein nein da müssen beide rein die waren alle tot oder ne oder ne 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 Aber wo ich reinrennen wollte, haben sie einfach die Tür zugekommen. Ja, meine Scheiße, die Tür tut dir zu, ja. Ich habe sie einfach so zugekommen und habe mich wieder ausgeschoben, ey. Nein, geh weg, ja. Bleib draus. Die Fusion rollt. Ah, Wildmann. Der Wildmann. Ich habe jetzt aber wieder Bock auf Lanze gekriegt. Ich möchte nochmal eine Runde. Nochmal eine Runde, Lanze, da komm. Ah, wo du nochmal eine Runde gefragt hast. Ja? Ja. Ich frage doch immer nicht. Danke. Aber, pass mal auf, ich nehme mal die Coldwell jetzt mit. Ob ich eine hässliche mit. Aber ich nehme die mit Gift mit. Was ist eine hässliche mit Gift? Ja, ich hätte jede mitnehmen können, weil ich keine mehr übrig hatte. Und ich klicke auf die hässliche und nehme die, kaufe die ohne Skin. Ach so. Aber ich habe jetzt Poison Sins. Schatten, sie vergiftet die Jägerne. Vergiftet. Ah, okay. Ja. Deswegen, sobald ich die vergiftet habe, dann können die uns killen. Ah, minus sieben, ja. Und Nebel. Dabei kann ich mich noch daran erinnern, dass sie gesagt haben, ja, die Tage werden wieder wärmer und besser und jetzt wird es eigentlich immer erkälter und kälter. Ab Montag. Ab Montag. 4, 9, 8, 8, 4, 8, 6, 5. Also über Weihnachten ist knibbelig warm. So wie immer. Ja. So Weihnachten ist wieder alles trocken, warm, wir haben 15 Grad. Heizung an, let's go. Ey, ich meine, draußen hier ist die Sonne am Stahl, ne, Königer. Bikini raus, ne. Da kann ich mal ein Bikini wieder rausholen. Einen Bikini wieder rausholen? Einen Bikini. Dann machst du hier, warte mal, wie hieß das nochmal? Hot Tub oder sowas? Ja, genau. Also demnächst so Weihnachten rum, ne, gibt's von Godox ein Geschenk, ein Hot Tub-Stream oder so, hab ich gehört. Ja, du wolltest ja noch nicht so ein Alten-Bikini. Hast du mir dein Jahr gegeben? Du hast gesagt, dein alter Bikini, ne, ne. Es ist mir wie lange schon her ist, als du mir den gegeben hast. Das machst du ja nur noch ohne Bikini. Ja, klar. Verbrauchst du ein Kleidung? Du musst mich dreh, drehpropeller, siehst du. Alles wichtigste Dinger, so zu brauchst du zu hören. Flut, die. Wiu, wiu, wiu. Huch, da ist einer weggeflogen. Naja. Für 50 Subs bleibt's ja auch weggeflogen. 50 Subs, da fliegt der auch mal weg. Wie, da fliegt der auch nochmal. Und für 100 lasse ich noch das Martini-Glas von oben runter und dann lege ich mich da rein. Und dann hole ich die Martini-Henry raus. Ja. Dann hole ich den Martini-Henry raus. Ey, nee, Gott. Hallo, Fuchs. Hallo, Fuchs. Äh, hallo, Fuchs. Was ist los? Oh, bist du traurig? Was ist los? Was macht Fuchs traurig? Fuchs traurig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. So ein Schautort mit dabei ist nach der Gune und Schätz. Hallo. Du hast nicht auch mal eine Antwort. Ja, ich kam noch nicht dazu. Ich hab sie die ganze Zeit gelesen. Ich hab sie gesehen. Ja, ich wollte nicht drauf antworten. Ich kann's ja jetzt sagen. Hört sich gut an. Das machen wir mal so. Ich bin nicht einfach nicht gleich. Oh. Da brauchst du es jetzt. Du reagierst nicht auf meine Nachrichten. Magst du mich nicht mehr? Du bist doch gut. Kannst du mich sagen, wenn ich mich aufhüsten. Und sonst ist es nicht mehr für mich. Hilfe. Ich krieg viel für mein Fischpitz. So, ähm. Oh, warte mal. Guck mal, die Eile schreit hier auch schon rum. Das ist jetzt nicht mehr hartgefühlt. Ach, hier ist ein gelbes Fals. Ja. 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 So, wie sind denn die rote Fässer? Hallo. Hallo. Ist doch ein gutes Fässer. Sorry Fuchs, aber ich musste ja, ich musste was sagen. Es tut mir leid. Ach ja, stimmt. Du hast den Bus ja schon drunter. Ne, ja. Warte, ich wohne noch fallen. Moment. Ich bin echt fertig. Uh. Mach mal so. Ich bin echt. Uh. Der mach euch. Okay. Du hast noch nicht die Wurst. Ja. Ich wollte den Namen nicht sagen. Aber da hast du eh nicht wie ich. Was ich schraube. Was ich schraube. Was du den Namen? Seidens. Was ich schraube. Ich schraube. Was ich schraube. Ich schraube. Was ich schraube. das ist schon gut das hört nicht auf ich bin ich der jüngere ich bin 20 kunden später angekommen keiner bin ich verhaftet das war so ausgefloppt nebenbei alles gut ist da die ganze Zeit er muss nicht beachtet er muss nicht sich selbst zu kämpfen das hat immer einen kleinen Wort ich meine rechte ist nicht die Schüchte von Rangunats ich habe zwar die echte verstanden aber es kann gut ich habe zwar die echte verstanden aber es klang ja so ein Film habe ich auch noch mal gefuckt was ging es aber warum hat es so gut angehörte Filme das ist wohl Kunst das muss so oh Gott das kann das so weg oh hier ist ja gar nichts dran ah die Monitore wackeln schon ey was wenn ich lache lache dann wacke an der ganze Tisch und durch die Monitore die Monitore wacke an der Wand festgemacht die berührende sich nicht machen oh man ich will ja nicht mehr die Englagerbuch da ist ein Wenn ich mal bekommen wollte, sind wir alleine. Ich weiß das nicht gut. So viel los. Bis runter müssen wir laufen. Krass. Ist der ein Scheiß. Nix. Dann nehme ich das nicht. Hier ist Neko. 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 Steht ja einfach ein leeres Fass rum. Schabil. Lass das fast doch einfach da stehen, ey. Ne. Das sind diese ältere Mülleimer früher. Ältere Mülleimer. Wir konnten vorbeilaufen, dann können wir Müll reinschmeißen. Achso. Ah. Jetzt habe ich das Prinzip verstanden. Ich habe Müll mal so in die Gegend geworfen. Achso. Ja, ein Fluff. Wieso? Ja. Und 120 Jahre später, wenn sie immer was davon haben muss. Ich mache den Tees. Oh, warte mal. Ich nehme den Fridolin mit. Wusstest du, dass die Fridolins sogar da hängen? Wenn du hier, ähm. Diese, diese, wer ist denn das hier? Die Trade-Dinger da startest. Da, was du mal da gespielt hast. Wo es ja noch nix gibt hier. Da ist ja normalerweise die Map komplett leer. Weißt du? Echt? Da hängt sie auch? Da hängt sie auch da. Ja, ja. Also normalerweise ist nix auf dem Lab. Keine Monster, nix. Aber die kannst du dann mitnehmen. Die häng doch. Wo ich gestern ausprobiert. Echt? Die kann man nicht mitnehmen. Die kannst du mitnehmen. Da kannst du rumfliegen und so. Okay. Nix. Und, ähm. Du weißt doch bei... Gott, wo war denn das nochmal? Genau bei, äh, bei Lumber war's. Da ist doch unten die eine Truhe, äh, beziehungsweise die eine Tür mit den, äh, mit den ganzen Sachen da unten drin. Die ist da auch. Da kannst du zum Beispiel auch hier eine Brotbox looten und so. Dann kannst du da auch ein Wort rausbekommen. Und das behältst du? Äh, da weiß ich nicht. Das ist nur die nachgekommen. Da weiß ich nicht. Ich hab da alles weggeschmissen. Dann hab ich den rausgekommen. Dann hab ich den getestet. Keine Ahnung. Das ist nur die Scheiße. Wie verrochen. Hast du geschlagen? Nein, 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 nein. Ah, nein. Gott. Was? Na ja, hab ich nicht. Ach so, ich dachte, du kriegst gerade Panik, weil einer ist. Nein, nein, nein. Ich hab mir gerade die falsche Stütze reindrücken. Ach so. Hast nochmal geguckt? Ja, stimmt. Warte, kümmer ja. Ja, hier sind wir nix. Okay. Bam. Nichts. Oh, sicky. Enttäuschend. Warte, ist da noch einer? Warte, 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 warte. Doch, da ist noch einer. Hallo. Tschüken. Appa. Halt, die Spritze rein, du kannst hier auch noch mal zusammen. Wenn ein Fuchs wieder am Bahnhof ist. Das meinte er damit, wenn er sagt, er ist am Bahnhof. Ach so, ich dachte immer, der fährt mit dem Zug. Ach so. Der fährt dann wieder am Bahnhof. Ach so. Ah, verstehe. Was schießen die da hinten? Der ist am Appa. Ja. Die schießen immer dabei. Ja. Sag dem einer dabei ab, älse. Oh, warte mal. Falsches Compose. Hör, da ist einer! Scheiße. Mann. Ich mach jetzt die Falle da hin. Ich hab hier... Ja, ja. Du mich auch. Hier nicht an Fässer vorbei renn. Okay, gerade sicherlich zwei. Ich guck da nicht. Ich hab keinen gesehen. Kann ich mal wieder in Frankfurt abfängen? Was ist denn da vorne ein legitimes Fenster, wenn man durchgucken kann? Kleine Tür. Hier vorne. Ja. Die Tür, die sehe ich doch nicht hier. China hat's versehen damit. Warte, ich boller mir kurz mal rein. Kann nicht einer da reingelaufen? Hast du? Nee. Ich will auch nicht in den Haupteingang reinrennen. Ja. Was? Ach, von oben raus. Von oben aus dem Fenster. Shit, hab ich nicht dran gedacht. Was? Warum? Was? Was? Warte. so nicht also die eine einfach umgefallen ist du hast mir nicht zugehauen die wir hatten noch eine geschlagen ja ja da kommen wir hatte welchen boss hatten hier gibt es ja heilung ich brauche ja ich glaube da hinten noch irgendwer ja 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 das ist so weit weg ja mach mal tüts und hol mich wieder oder was Problem ist, die kommen. Egal. Romero's luck. Ja, es ist das. Das ist schlecht. Ja, haut zu. Wo denn? Der stirbt halt nicht. Okay. Ja, der nächste hat mich wieder angeschossen. Ich kann das nicht. Ich treffe mich nicht. Hey, aber wo bist du jetzt durchgestorben? Was war das denn? Der eine hat mich mit einer Uppercut. Der andere hat mich mit einer Uppercut abgeschossen. Die Tür war noch zu. Hat er auf die Tür geschossen? Ich hätte keine Ahnung. Oder dich, den schützt. Keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall einfach draufgeschossen. Die Tür ist doch zu. So willst du wieder hoch? Oh, mein. Ich hab nix geschlossen. Ah, was ne Runde. Komm her, mein Jan, nimm dies. Ich hab's ja mal selber blind. So, hä, wo ist der? Und ich so, hä, wo ist der? Ich glaub, der wollte aber nur schnell weg. Scheiße, ich bin blind. Der hat mich da nur drehend gesehen. Bitte, bitte, wirble. Cool. Oh, man. Oh, ich hab mein Handhanger noch. Ja. Ich hab heute echt keinen Bock mehr. Windfiel. Ich muss mir überlegen, soll ich nachlooten noch mitnehmen? Nachlooten? Kannst du machen. Man, wenn man mal welche findet, die schon gelootet sind oder so? Ja, klar. Kriegen wir auf jeden Fall punkte. Das ist schon gut. Ich hab mal Konduit nur mitgenommen. Jo. Heute geht mal eine Kohle. Heute geht mal eine Kohle richtig gut flöten, ey. Ja, mir auch. Meine Herren. Ich spiele das mal wieder so. Was nimmst du denn jetzt mit? Äh, ich nimm mal wieder Martini mit. Hm, geil. Ja, Martini. Mit Schwert. Eine Martini. Das, 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 das. Äh. Ja, klar, hilft. Das hilft immer, Boom. So, warte. Und Valko. Okay, bin sofort wieder da. Jo. Ach, Leute. Glatt, also, ist ja geil. Ich kann aber wieder Fenster. Oh. 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 Hatte ich zwar, hatte ich zwar vorhin mal wieder zugemacht, aber wird mir doch wieder zu warm, wenn der PC Baller und Bildschirme. Da kann ich wieder nicht abwenden, wenn du wieder so warm wirst. Ja, du, ich hab fast, ich hab fast immer Fenster auf, aber dafür läuft die Heizung auch so gut wie nie bei mir. Das ist schon geil. Ja, ich hab's vorhin mal zugemacht, aber irgendwie da halt. Ich hab vorhin mal zugemacht, war ja, Patrick. Patrick, so schön. Das ist wirklich, oh. Wirklich, richtig warm. Ich muss da so wieder aufmachen. Spart Geld, ja, auf jeden Fall. Ich weiß ja auch nicht gesund, wenn die, wenn die ganze Wohnung so runterkühlt. Füllt ja nicht runter. So warm. Das war schon noch. Das war schon noch. Wenn wir jetzt noch rufen, indem wir halt wieder warm essen. Ach man ey. Und shit. Hallo. Hallo. Ist warm. Muss keiner verstehen. So. Ey, ich bin halt so, ich bin halt selber schon so ein wandelnder Ofen. Das ist, ich geb halt nur, glaub ich wärme auch von mir aus schon ab. Ja, ich auch, aber da bin ich ja nicht so kalt. Äh. Wo soll ich denn hin? Nö, bist du nicht. Na hä? Was? Wir lassen aber den Weg vorbei. Oh, ja. Ich hab grad gesehen, dass der Weg besteht ja die Kürze. Ich dachte, kann ich mich nicht mehr mitnehmen. Kann halt sein, dass sie das Feuer jedes Mal anders angeordnet ist. Zufällig? Weil auf die Karte guckst du ja auch nicht aus. Ja stimmt. Könnte sein. Deswegen. Ja. Ja, kommt da. Es müsste man mal wahrscheinlich genauer beobachten, dass wirklich zufällig ist. Kann sein. Aber ich hab das bei der nächsten Runde sowieso schon wieder vergessen. Ein paar FPS glaub ich. Ja. Ist ja schon weniger. Durch die Feuer. Ja. Also, kann ich dir nicht sagen. Ich hab permanent 90 FPS. 90? Okay. Ja, bei mir ändert sich das nicht. Ich hab einfach das Gefühl, der Stream läuft auch ein bisschen sauberer. Wenn ich das alles so ein bisschen beschränke, dann 90 FPS läuft bei mir am besten. Ruckelt dann auch nicht oder sonst irgendwas. Okay. Also hab ich jetzt für mich so... Also mit Stream... Hä? Da ist einer! Ja! Und wo? Habe ich? Ich seh so... Was? Moment. Ich seh doch doch jemand laufen. Ähm. So. Ach, ey. Okay. Wieder Kohle verloren. Ne, warte, falscher Knopf. Der hier. Ich hab das auch erst nicht richtig erkannt. Das war wieder dieser komische Büffel-Cosplay da. Und dann... Ich dachte, das wär ein Zombie oder so. Was da rumläuft. Ja, hab ich was gedacht, ey. Scheiße, Mann. Ne. Ist auch echt kacke mit dem ganzen Zollen da. Ja, die können wir mal durchschießen. Mhm. Deswegen hast du auch deine Grafikkarte nur so wenig ausgelastet. Habe ich als neuer Dings. Ein letztes Mal... Ein letztes Mal, wo wir gestreamt haben, habe ich das glaube ich noch nicht gehabt. Also am Mittwoch. 90? 90 FPS. Naja, mit Stream allen drum und dran. Das läuft bei mir permanent. Geht auch nicht weiter runter, läuft am besten. Ich hab aber selbst bei OBS diese Ruckla nicht mehr. Bei dem Vorschau-Build. Ja, ich hab auch mal 90 gemacht. Mal gucken. Ich hab mir das Gefühl gehabt, der geht da meistens auch runter als... Weniger als 90. Weil der einfach die Max-Grenze 90 nimmt. Und dann nimmt der aber trotzdem und sagt irgendwie so, ich lauf schlechter oder so. Deswegen hab ich das früher nie festgesetzt. Also es läuft gefühlt für mich flüssiger. Okay. Na gut. Los geht's. Was ist das? Stimmt, ich hab immer noch. Ey, mir fehlt die ganze Zeit. Ein Hund. Ne? Was? Was? Was fehlt dir? Einen Hund. Ne, warte mal. Ne, warte mal. Ne. Ne, warte mal. Ne, ne. Ne. Ne, ne. Neneeneene Ah, zwei Gepanzerte brauch ich noch mit GeForumni Kommissme So Kevin Linus, er trug vor dem Mond und Lusiener unvorstellbare Schmerzen. Wer hat Schmerzen? Kevin Linus. Kevin, wer hat Schmerzen? Ja. Der falsche Heilige. Okay. Aber siehst du, Boom hat das auch gedacht. Dachte mir nur, die Zombies sehen aber komisch aus. Ja, die Zombies haben wieder Büffel-Cospeel gemacht. Das ist halt echt so. Irgendwie verstanden. Aber waren zwei, oder? Ich habe immer nur einen gesehen. Ich kann es ja nicht mal sagen. Ich habe die hinterher auch nicht in die Hache geguckt. Ich habe nur den Grauen gesehen, glaube ich. Ja, den Grauen habe ich. Ich dachte erst immer, ja. Deswegen dachte ich auch, vielleicht haben die beide den gleichen Skin. Der kann ja auch sein. Das ist echt die Beach Boys, ey. Weihnachtslied von den Beach Boys. Was? Weihnachtslied von den Beach Boys? Ja, ich habe 90 FPS eingestellt. Und ich meinte das Spiel so, ja, 70 reichen. Schön ist eingeschaltet. Das ist auch ein Showdown. Wenn ich da weiß noch, war gut. Und shit. Hallo. Hallo. Hä? Du hast gesagt, du hast konstant. Ist egal, wohin. Wenn ich jetzt gerade auskann, habe ich so 77. Ja. Ja gut, vielleicht geht er mal kurz irgendwie auf 89. Aber egal, wie ich mich drehe und ich versuche mich auch immer schnell zu drehen und bewege mich. Ich habe immer 90. Ja. Bleibt. Kriegst wieder Maximum. Ja gut, vielleicht wird er auch generell weniger als 90 bei mir. Hä? Aber der lief von eigentlich schon mal besser. Das sind wir gestern, als ich mal getestet habe. Keine Ahnung. Ja gut, ich habe auch generell nur glaube ich kann noch 90 kommen. Weil bei Hand. Bei Hand verstehe ich das sowieso nicht. Das sind nur 70 FPS, hat mich nicht am Spiel. Weich? Wumms neilf? Jetzt habe ich beides mal ein Messer mitgenommen. Mach dir hilf. Achso, ich dachte, du hast ein Wurfmesser. Achso, ich habe schon ein Wurfmesser mitgenommen. Du hast ein Wurfmesser mitgenommen. Du hast ein Wurfmesser mitgenommen. Achso, ja, weil ich so ne. Komm her. Du hast noch 1-2-2-3-2-3-4-5-1-3-5-1-4-6-1-4-6-1. Ähm. Lassen. damit hand ist das so generell so ein bisschen komisch meine ich habe bei mir 30 90 drin aber teilweise geht das so in die knie das statt ich 160 fps habe teilweise nur 100 fps habe je nachdem wie man guckt und macht und tut das geht dann so weit runter es ist krank er hat hand ja aber nur bei hand nur bei hand zu schlug ja wenn die mal wieder für den dlss hätten wir aber oder hier was machen die ich die 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 Blankert. Wow. Du musst unbedingt noch ein paar Dinge fahren hier. Ein paar Pünktchen. Wir können irgendwie so wenig Pünktchen zusammen. Ach, davor den sind mal Pünktchen. Hier ist noch mal Geld. Ach, Biss. Ich will mal den Trailer erfordern. Ähm. Wäre cool. Cool. Guck mal, wie ich den Start schon mal sehe. Geht doch gar nicht. Hä? Hast du irgendwann mal Runde gemacht? Äh, ich hab gerade einen Hund weggeknüppelt. Oh, sehr gut, danke. Gern. Hä? 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 Äh, bloodless. Scheißbäune. Überseh ich immer. Ich hab kein Gespür für Geld hier. er sehe ich nicht einfach schon ins geheim sind das leberwurst snacks so kleine schnittchen so mit leberwurst so ganz so ganz so ganz kleine dinge so geschnitten klein geschnitten mit wurst und schießen und leberwurst also damit zum halben hähnchen drauf hier ist ein schnittchen mit einem halben hähnchen mit einer doppelten currywurst und pommes spezial boah hör mir auf wie sehr hätte ich mal wieder bock auf pommes spezial das kriegt man hier aber nicht der krisse krisse ist nicht mal die bürge kennen die das nicht kokosnüsse kennen die aber sonst nicht mal ordentlich currywurst handvoll ja es fehlt aus dem loch warte ich fliege hier mit der mücke rein wo ist der? der ist außerhalb glaube ich da von außerhalb schief irgendwo eine ist doch im links drin ich weiß nicht über rote fisser ne nicht am gelben pass vorbeilaufen ne in der hütte da bin da in der hütte drin das problem ist jeder nicht weil das gegen die sonne ist so komisch milchig sehe ich auch nicht da schieße einfach wie ein gitter der genau irgendwo ein pferd hat bei uns bei mir hier wenn sie halt hier geschossen haben guck doch nochmal guck doch jetzt mal ja nicht da hinten schießen guck hab ich das ist gut da hinten sehr gut jetzt holst du den scheiß aber nicht mehr hier wieder nicht mehr so komisch der buchsmajor stürme jetzt wollen wir ja ist er am looten schön oh shit ich glaube ich nix nicht rum oder ja sind wir unten auf 240 komm näher wir haben Knappes rein hier sind wir unten hier sind wir unten hier sind wir unten hier sind wir Direkt unter mir ist einer und hinten auf 210 ist noch einer. Ja komm ich hab aber nix mehr zum schmeißen oder so. Die sind beide wieder dahinten auf 210. Da in der Hütte drin oder was? Ja oder dahinter sogar ein bisschen. Ja. Hat nen Held in der Hütte. Achso da hinten glaube ich. Hä? Hat den grad mal kurz gelootet. Da hat nen Hit. Wo sind die? Da hinten grad an der Hütte. Gehen die Hütte da drinnen? Ja. Habe ich. Ach Mist. Einer ist rot. Ich fahre ran. Ist links noch mehr. Hat nen Hit? Ja. Hat nen Hit. Hat nen Hit bekommen. Jo. Sehr gut. Schön. Ist gerade durchs Fenster gesprungen. Das ist gerade durchs Fenster gesprungen. Uh. Speed Muni. Kann ich da gebrochene? Ne Currywurst hatte ich auch schon ewig nicht mehr fällt. Da muss man gerne holen. Boah ich hätte so gern mal Standard für das. Geht doch nix. Ja. Sind dann Standard. Doppelte Currywurst, Pommes Spezial und Krautsalat mit Sahne. Meine Standardpommesbude wusste sofort immer was ich wollte. Krautsalat mit Sahne? Krautsalat mit Sahne. Ist lecker. Mit der Currywurst. Ja als Beilage also. Und Sahne. Achso. Du musst ja was gesundes bei sein. Du musst was gesundes bei sein. Normaler Krautsalat. Normaler Krautsalat. Normaler Krautsalat. Normaler. Ne. Genau das war das. Normaler Krautsalat. Nix anderes hier. Hey mit Sahne. Das ist geil du. Ja. Weil ich denke mir wenn ich eine doppelte Currywurst mit Doppelter Pommes Spezial kann wohl auf den Crossland mit Sahne verzichten. Kein. Ne. Oh my God. Oh my God. Ah. Nein. Ach die einen Krautsalat immer mit Sahne? Die haben auch nochmal gehabt. Aber seit ich denken kann habe ich die auch mit dem Krautsalat mit die Sahne gehabt. Currywurst mit Krautzalat. Krautzalat mit Sand. Der kriegst du doch, wenn du eine Pommes-Spude gehst. Hab ich noch nie gegessen, aber könnte schmecken. Krautzalat mit Sand ist der normale? Ich kenne den normalen mit Essie und Ö. Sonst gar nicht. Ja. So, was haben wir denn? Schnieke 5. Okay, wir haben mich alleine. Oh, warte mal. Komm doch mal hier. So, was haben wir? Moment, wo ist das? Ich habe jetzt mal ein Last-Match. Schön. Eine schnelle, knackige Runde. Wenn ihr genauso schnell und knackig seid, lasst gerne einen Like, Abo, ein Blick natürlich nicht vergessen und morgen um 13 Uhr zur Anschauung und wieder einschalten. Tschüss. Tschüss. Test. Oh, warte mal, ich komme gleich wieder. Ich habe gerade gemerkt, Teamspeaker wäre Verzögerung bei mir nach nach ein paar Stunden. Ich muss ja mal kurz Teamspeaker neu starten. Ja, ich muss ja mal kurz neu starten. Ich habe mich schon gewundert, warum das so spät antwortet. Ach so, okay. Oh ja, der American Style ist auch geil. Alter, ja, ich war mal in so einem American Diner gewesen. Ich sage mal, in unserer Lieblingsstadt war ich mal in so einem American Diner gewesen und da hatten die dann auch. Ich glaube, ich glaube... Ja, schmeckt gut, kenne ich auch. Ja, der ist auch geil, stimmt. Im E-Salon gab es das auch mal. Da gab es auch so richtig, da gab es auch noch so richtig amerikanische Burger, also jetzt nicht groß, ne? Also diese typischen Burger, die die da immer haben, sind ja... Die musst du schon immer mit zwei Händen, ne? Nee. Nicht so, dass du es nicht so wie so ein Meckesburger, den du in eine Hand nimmst oder so, sondern mit groß. Nee, der ist so ein richtig geilen und so was. Ja. Aber... Ja, wir machen den genauso, meinst du ein halbester? Ja, der ist richtig geil. Der ist noch besser als Kohl's. Der ist ein halb Stunden. Der ist richtig geil. Also ich bin normalerweise nicht so der Salatesser, aber... Ich esse gar keinen Salat. Der einzige Salat, den ich esse, das ist... Ja, wenn es ein Fleischsalat ist. Ich bin wirklich meistens nicht so ein Salatesser, so... So... Keine Ahnung, so Blattsalat oder so, brauchst du mir nicht mitkommen, das ist nicht meins. Ähm... Scheiß Blattsalat. Ich misse... Ja, wie heißt denn der eine Salat? Das schmeckt irgendwie relativ gut. Kartoffelsalat. Ich komm... Da kannst du Kartoffeln immer weg. Die hast du Kartoffeln immer weg. Nullespecken oder Nullesalat. Ähm... Achso, warte, ich muss mal kurz einmal... Ja... Ich komm nicht mehr auf den Namen. Kannst du kurz überlegen? Das ist auch so ein Krautsalat, das ist auch so ein Krautsalat, glaub ich, der ist so leicht orange. Okay. Ich komm nicht mehr auf den Namen, ehrlich nicht. Kautensalat? Weiß ich nicht. Kannst du überlegen. Bin sofort für den Moment. Jo. Ne, 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 nicht Möhrensalat. Ne, ne. Ach. Mist. Komm nicht mehr auf den Namen. Was? Irgendwas mit P? P? Ähm... Plastische Currywurst. Die Wurst an sich selbst gemacht, Currywurst um drauf, Currypulver, dazu Pommes nur mit Mayo. Ja... Das ist schon echt geil. Ich mach die meistens auch noch selber, so von der Süßigkeit, äh, von der Süße her nämlich meistens so Ahornsirup, das mach ich dann meistens noch mit geräucherter Paprika, so, vom Gewürzen her. Dann Zwiebeln schon selber rösten, dann auch noch miteinander rein. Kleiner Schmack Knoblauch rein. So mach ich meistens die Currywurst selber selber. Ja... Nicht drauf. Ich hab echt ein Brett vorm Kopf gehört. Die kann man meistens auch fertig kaufen. Äh... Aber ich glaub, da ist auch irgendwie so was sahneartiges drum, da drin. Ich kann ja nicht mal den Geschmack beschreiben. Echt nicht, keine Ahnung. Kann man... Ich wüsste jetzt auch nicht, wo man den dann irgendwie, äh, wie behebt. Ich wüsste jetzt auch nicht, ob man den jetzt irgendwie im Restaurant oder so auch kriegen würde, oder ob man den da auch kriegt. Der ist einfach so... Der ist, glaube ich, nur fertig. Den kann man fertig kaufen. Dann kriegst du meistens nur so kleinen Pötten. Ich glaube, ich weiß, wie der aussieht und wie der schmückt und so, aber... Ich meine irgendwas mit P. Ich meine irgendwas mit P. Also der fängt mit P an, glaube ich. Irgendwas mit P. Ja. Das ist so, das ist so blöd, wenn man den ganzen Zeit so ein... man nicht drauf kommt. Also den hatten wir früher mal, äh, immer sehr oft auch dabei, wenn wir gegrillt haben. Also so beim Grillen wird der auch so... Was ist denn da drin? ...beigessen. Ich glaube, das ist auch so ein Krautzeug. Ölgur. Nee, 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 das ist... Bulgur ist es auch nicht. Krautzerlake. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, so ein Showdown. Mit der Weiß noch, Herr Gunn und Chat. Hallo. Hallo. So. Ich muss nicht mal sein... Nächstes Mal beim Einkaufen muss ich mal drauf achten, wie da heißen soll ich das sind. Man muss ja dann nicht das Wissen zu finden sein, wenn ich in die Krautsalat eingebe. Das ist bei Bilder oder so bei Google. Ich bin mir auch gerade nicht richtig sicher, ob das wirklich ein richtiger Krautsalat ist. Ist das sicher kein Mörder? Ja, das wüsste ich ganz genau, weil dann... Ich glaube, da muss ich das wegschmeißen. Was? Wird ich den wegschmeißen? Das Mörrensalat. Hui. Was? Ich mag keine Mörren. Was? Äh. Hm. Oh, ist doch die dünnen Wölkchen. Ich mag das meiste Grünzeug. Ich mag sich doch komisch anhören, auch wenn ich größtenteils vegetarisch und vegan esse, aber ich mag das meiste Grünzeug einfach nicht. Ich mag das meiste Grünzeugen. Wenn ich einen veganen Burger esse, dann esse ich, dann esse ich die Bötchen und wo noch sonst. Ja gut, die sind ja, die sind ja meistens also so auf Erbsen-Protidien-Basis in so einem Gebührens. Das ist sicher schon ganz gut. So die Schnitzel oder Würstchen. Alter. Die sind meistens auf Erbsen-Basis oder so. Ja, wohl. Das sieht schon krass aus. Ähm. Was heißt die ganzen Sachen? Also was heißt die ganzen Sachen? Ja, wenn du sagst, du machst dein ganzes Grundzeug nicht so. Also Gurken esse ich gerne. Welche? Oder alles? Schlank Gurken, eingelegte Gurken? So Senfgurken, Gewürzgurken, normale Salatgurken, die esse ich schon ganz gerne. Okay. Grünkohl, Sauerkraut, sowas ist das. Ja, die Kasse lässt du sogar da. Der Snob. Aber so Karotten oder Kürbis oder so, damit kann ich gar nichts anfangen, ne. Ja, Kürbis ist bei mir auch so, meinen sie nicht. So, Akkorten sind geil. Tomaten und so. Kürbis ist auch gut. Ja, Kürbis ist auch nicht meins. Alter. Oh ne, so geilen Tomaten so weit. Oh. Ne. Hmm. Tomaten ist auch nicht meins. Ich glaube, wir müssen woanders hin. Also getrocknet, die Tomaten wiederum ja, Ketchup wieder nein. Ketchup gar nicht? Ne, Ketchup ist auch nicht meins. Matjes Salat ist auch. Vor uns ist einer. Hat nen Hit. Der ist einfach tot. Ich hab ihn erschossen. Ja, und ich hab auch drauf geschossen. Matjes Salat. Matjes Salat ist super. Matjes Salat ist auch. Oder Heringstück. Heringstück. Das ist doch, Heringstück ist doch der, der so, ähm, so. Alter, ich muss mal aus dem Feuer rollen, ja nicht mehr. Hä? Oh, beim Turm. Hat nen Hit. Am Turm hat nix. Ja, ich auch. Hä? Du noch nimmst ja Fleisch. Oh, ich freu mich grad so früh. Oh. Ja, ja. Oh, jetzt hier. Oh, warte mal. Laut. Heringstück. Nö, live. Alter, weiter von der Flammenwand, wie sie. Dezent. Ja, Matjes Salat ist geil. Gut, in jedem Fall. Ne, aber hier, ähm, 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 was ist denn, hat man gerade mal gesagt, von unserer Hering, ähm, Hering, Heringstück. Da mag ich sowohl den roten, als auch den weißen. Ich glaub, ich, ja doch, ich kann dich, der rote, der rote, der rote ist doch so, der rote Beete. Ja, genau. Ja, den hat man auch mal mal geil gemacht. Der war mal nice. Wir müssen da unten hin. Der war mal geil gewesen. Hat hier auch immer mit, ich glaub, ich hab so mit, mit, ähm, mit Äpfel und, und, und so Nüsse reingemacht und sowas. Genau. Mit Apfel und Zwiebeln. Ja. Bock da drauf. Hm? Äh, Hunde, mit 75. Mit Kartoffeln. Ja. Hm. Schönen die Kartoffeln. Oh, ich muss mal wieder so einen Heringstipp holen. Hm. Warum reden wir eigentlich wieder heißen? Ja, stimmt, weil irgendwas mit Körbeow ist. Ich hab gerade verstanden, der hat mein Opa geil gemacht. Der hat mein Opa geil gemacht. Also, geil gemacht den Salat. Was? Hm. Hm. die hat den geil, die hat den, die hat den geil gemacht. Hm. Hm. Gehacken. Das ist, das ist ja schlimm, ja. Okay, jetzt. Ja, mein Opa geil gemacht. Ja, dann, der auch. Hat den Hit? Ist hier irgendwo hinter. Wo? Ja, ist da unten den Dusch drin? Hör mal auf. Ja. Da kommt noch eine an. Scheißkäfer. Ich lade mal eben kurz nach. Kann grad nicht. Alter. Das ist ganz schick mit den Nuggets, Ja, ja. Hat den Hit? Immer noch auf 15,30. Ist das gut, ne? Keine Ahnung. Ja, die stehen da irgendwo in die Dusch drin. Hat den Hit. Habe ich auch gelesen. Oh, ich muss mal nachzahlen. Dahinten? Hallo. Hat den Hit? Scheiße, links war auch noch eine. Ich dachte, es war nur eine. Nein, dann ist es zu zweit. Der eine heißt Sparks Zuckerberg. Okay. Ich habe ein Problem. Ach, geht doch. Hackel. Genau. Ach so, Mund hat geschrieben. Ja, ja, sag ich ja, Fuchs. Ist wie Tarkov, Grundregel Nummer eins, ist es immer einer mehr. Ja, das halte ich zu. Das ist immer irgendwo einer. Dann hat mich so ein bisschen an Star Wars. Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Welche Farbe hat der? Ist das der? Ja, Ach, Krautsalat. Der hat ja mal nur Krautsalat. Ist das der? Brokkoli. Das sind Brokkoli, das ist halt Lieber Salate. Chip, doch drei. Brokkoli. Brokkoli. Auch weil ich so Krautsalat mit Speck. Mmmmm. Was ist denn? Also wir hatten einmal zum Grillen früher gehabt, so einen geilen Kartoffelsalat der bestand aus Hälfte, Hälfte, einmal normale Kartoffeln zur anderen Hälfte Süßkartoffeln mit Ei und Bacon und boah, der war echt voll lecker Ich hab noch nie Kartoffelsalat mit Süßkartoffeln gegessen Ja, hatte meine Mutter mal gemacht Der war einmal mit normalen Kartoffeln einmal mit Süßkartoffeln dann mit Ei und Speck und so was also mit Bacon aber richtig lecker Hört sich gut an Aber Süßkartoffeln, Pommes und so sind auch lecker Das stimmt Die sind echt geil Wir reden zu viel über das Essen das ist nicht gut Und dann ja hat er wieder Spaß mit deinen E-Modes ich tanze so eine Musik mit ich habe heute noch mal so ein Bild gefunden ja du hast ein Bild gefunden ich habe heute noch ein Bild gefunden ja warte mal ja gut kann ich gerade schlecht zeigen aber das ist so ein kleinesüßen Schildkröte da steht mit so einem Ditto-Face so ungefähr okay da war es so eigentlich lustig aus warte mal schicken kann ich das schicksalte warte mal was ist das ja doch du 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 oh Gott verurteil dich ich finde das cool schön das eingeschaltet hat so ein Schildkröte mit einem Paragon und jetzt hallo 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 die kleine Schildkröte du 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 so da wollen wir mal gucken wann haben wir denn hier ein leckeres warum ist denn was ich komme doch nicht hoch oh du 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 oh Gott da klein der jeden beton ist doch na der klein hat mich vermöbeld äh ja ist ja gut Ja. Alter. Ich komme mir vor wie auf sich das Holzvereine. Äh. Ist du in Church? Hm. Ja. Oh. Tütütütütü. Oh Gott. Ich geh dich. Ich geh dich. Ich geh das Wasser. Und so viele Raben alles. Das ist anstrengend. Okay. Laufhin die Strömung. Was ist das denn von Gold? Was ist das denn? Hey. Ist hier ein halber Auto von Zurück zur Zukunft gestartet? Was ist das denn? Wo ist er vom Pferd? Ist er zu schnell gerannt? Warte mal. Hier ist eine Kette. Ist das nicht hier so aus wie Ghost Rider oder so? Nee. Der schlug doch ja auch mal Ketten rum. Ghost Rider vielleicht? Äh. Ach jetzt haben wir Verluste irgendwie glaube ich. Boah da wäre geil wenn da so irgendwo auf dem Map so zwei. Oh ich muss mal die Thumbnails durchgeben. Weil die Leute vor Bilder gemacht haben. Ob es irgendwo von dem Map so zwei Dinger gibt. Und dahinter. Und dahinter direkt. Bisschenweise davor so eine Kutsche. Lol. Also wegen Hölle und so ein Gediff muss ich gerade mit dem Pferd mit den Ketten irgendwas gerne an Ghost Rider irgendwie denken. Ja aber da ist aber auch nur ein Strich gewesen. So. Das war so komisch. Ja er fährt doch Motorrad Theoretical. Ja aber das war ja. War das nicht so? Ja. Der Motorrad ja schon aber danach hätte der Motorrad nach dem Pferd. Und deswegen dann sehe ich den. Wegen Reiter. So. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Ahnung. War eine Vermutung. Nee du hast gesagt das stimmt. Weißt du. War eine Vermutung. Ja vermute Verschmutung. Da schießen wir. Doch. Ich habe mich am losen Mund. Wo sie es dann fährt. Das Ding hat sich gerade von selber bewegt. Das wusste ich es dann. Ähm. Da haben sie es dann. Ja. Ach komm. Gut. Nee da geht doch nicht lang. Ich muss ja jetzt schießen kann noch auf die. Oh schlicht. Ich muss ja jetzt schießen kann noch auf die. Wo ist der Wopped Warp? Da. Och. Es fällt schon um. Wo denn? Ne. Ne Doktor. Ich möchte es nicht. Rettig an vom Kopf gehauen? Ja. Du du. Ruhig geworden? Ne. Ne ne ist noch. Aber wo? Die können in jeder Ecke rumgaben hier. Drei Etagen im Hause. Unter uns ne. Guck's wahrscheinlich. Da sehe ich halt aber auch nichts. Jetzt ist der Hinweis leise. Ja gut wir sind mal weg hier. Da ist immer noch rot. Jetzt kann man die wieder irgendwo in Ecke rum. Was? Ja. Hier unten. Zwei. Einer. Zwei glaube ich. Warte. Habe ein. Sehr gut. Ist leise. Ist oder laut. Der andere kommt von auf den Norden. Schön. Hab ich. So. So. Kenas. Überleg der hier so ein Stich. Hier mich halt da vorne heilen. Na das ist aber nett. Da wollte ich noch mal ausleuchten komme. Ähm. Was? Ne 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 ne. Ne 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 ne. Ich will mir das mal heilen. Ich verstehe der Prinzip von heilen nicht. Na klar kommen die jetzt auch noch. Oh. Sortierblumen problematisch. Ich lenk die ab. Ich lenk die ab. Ich habe eine. Nur fake. Ja ok. Das ist fake. Ja. Ich lenk die ab da. Ja. Weil wir waren ja Feliz. Hattest du irgendjemanden gesehen gehabt? Ne. Hier liegt auch schon noch einer. Ja. Über uns läuft irgendwas. Über uns schleicht jemand. Über Holz. Ja. Ja. Das ist ein Zombie, was da läuft. Ich hab keine Ahnung. Das ist ein Fenster aufgeschossen. Ich geh mal oben rein. Ja, schon gut. Okay, gut. Hier auf einmal. Was ist hier? Oh, frech. So, genau was. Hier ist hier noch zum Lupen. Ja. Hier oben wüsste ich erscheinen. Öbris. Öbris. Wir haben das nicht gelootet. Ich hab die Leilung. Ja. Schön gemacht. Ich geh mal eben kurz hoch zur Kutsche. Ich werd mal kurz einen 2-Wade holen. Drei, vier. Da lagen jetzt fünf Hunter, glaube ich. Hier fünf? Ja, eine lag da schon vorher. Okay. Geklärt haben scheinbar. Ja, und die vier gerade. Die ersten zwei. Dann unten eine. Dann die gerade. Sind fünf schon aus dem Spiel. Na gut. Na gut. Dann müssen wir dann mit rechts natürlich einfach mit dem Bounty rausrennen. Mh. Sind wir hier noch ein Fridolin mit? Könnte passen. Tü, 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 tü. Fridolin. Du geiler Elefant. Was? Da wird schon wieder irgendjemand gebraten. Wie wird hier noch gebraten? Da schrie wieder jemand voller Schmerzen. Ach so. Na, in den Flammen. Ach, gönne. 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 Hast du eine Ausdauerspitze? Eine? Eine? Nein, ich habe zwei großen. Alle. Du rennst mir hier weg ey, ich komme mir hinterher. Ich habe zwei große Ausdauersprutzen mit drinnen. Die bewingt sich zu Kutsche. Die sind an der Kutsche, der hat, der braucht nur noch einen Hit, der ist hinter der Kutsche. Einen habe ich noch irgendwie gehittet. Ich muss nachschauen. Ach man. Ok, der andere Sau dahinter. Schön. Habe ich? Oder? Ich glaube schon. Sehr gut. Oh. Schön. Tü-tü-tü-tü-tü. Na dann. Komm zum nächsten Boss. Ich bin ein Spaziergang. Ja. Irgendwie gerade. Oh ja. 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 So schön war ich auch nicht. So schön war ich auch nicht. Die sind einfach gut gefunden. Die Leute mit der Taschenlampe. Was denn? Ich hoffe, die Leute sind jetzt mit der Taschenlampe hier rum. Hallo. Oh ja. Oh ja. Das ist mir schon begegnet jemand. Ich weiß. Mir auch schon. Haben wir reingedrechnen, dass ich den erschossen habe. Taschenlampe und Axt. Ja. So. Kinder sagen wir mal ein paar Pünktchen hier. Alter, wieviel? Was für Dinge habe ich den hier bei? Und was? Ach ja. Feuer. und sobald ich hier was ist das, hör auf, ich will beim Boss rein rennen Alter, komm mal runter Alter, seit der Boss dir so ruckelt ich hab dir nichts getan, ich bin nicht okay, wir haben dir kurz einen Molly vom Kopf geworfen, aber so nachteilig, ne komm her ich bin ne sauer ich auch ne, komm her kann ich auch boah ja, das kann ich nicht, ich bin nicht, komm runter bin ich ich bin ich meine Maus hängt hier bei dir, wenn ich mich hier angucke komm runter ich sehe hier nicht so so uhr 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 da ist gar nichts krass, ne ne echt nicht wirklich gar nichts gar nichts einen noch kreis gar nichts mehr da ist auch nix Wunderschöne aussehen. Ich mag's. Sieht's doch schon gemütlich aus draußen. Draußen brennt. Aber draußen ist heiß. Wer draußen die Welt eingefroren will. Das sieht schön aus. Die Welt brennt. Das sieht schön aus. Ja. Guck mal da hinten. Ich würde das öfter gerne brennen sehen. Es sieht aus wie Twitter. Es brennt. Na da brennt es auch. Das sieht aus wie Twitter. Es brennt. Äh. Warte ich geh mal gucken. Fridolin flieh. Warte. Warte. Hm. Es ist kein Popcorn dabei. Sput. So. Wir müssen irgendwann wieder runterziehen. Oh hier liegt die Hülse noch. Das ist ein Wickel. Oh es ist so wieder schön hoch. Hahaha. Alter ist das cool? Der Geräusch hat in ein paar Wochen auch. Das macht man zu Ostern. Diese Geräusche. Ja ja. Die Leute wundern sich. Das macht man oft zu Ostern. Ich glaub es noch welche sind. Warte ich kann aber gucken. Nicht sie können. Ja hier sind überall Leute. Nein. Scheiße. Hallo. 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 Doch. Aiming ist on point. Jaa. Da sind Leute, ja. Tü 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 tü. Überall. Jeder. Geil, ich fang an oben. Tü 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 tü. krass runter ja ist ja gut heiß tü 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 So, da kann man ja mal laufen hier. Noch 4 Minuten Ausdauer, wir können. Warten die Waytracing? Was? Ne, ist da kein richtiges Feuer. Das ist eben genau von der Boote verlockert. Ich hab halt geguckt, wie die Traditionen funktionieren. Halt's auf. Ne, ist ja kein Waytracing. Ist einfach nur irgendwie ein PNG-Bad auf dem Wasser gelegt. Du hast so ein Bild aufs Wasser geklebt. Ja, das ist halt keiner. Ich hab ja keine Animationen gesehen von dem Feuer. Oh, oh. Das tut weh, oder? Nee. Du weißt doch, du weißt, was weh tut das hier. Boah. Ist das so ein Glas hingeschmissen? Ja, das ist die Glas hingeschmissen. Wenn einer ein Licht läuft, das tut ihm weh. Eigentlich hab ich äh... Feuer da reingeworfen. So, ja. Feuer. Feuer. Feuer, Feuer. Feuer. Boah. 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 Genau, ich bin aber gut hier, ne? Warte, ich verbinde dich. Das war schön. Danke. Gerne. Das war schön. Das war schön. Ich glaube, ich bin aber fertig jetzt. Boah. Ja. Wir kommen langsam auf die Möglichkeit. Mal gucken, was haben wir denn? Viel, viel. Viele, viele bunte Smarties. So, was haben wir denn? Ja, sechs, ne? Alles klar, guten Nachwuchs. Dankeschön fürs Reinschalten. Guck mal, sechs Stück. Geht da einfach. Mensch, du hast die Folge zu Ende. Geht da einfach, ey. Dankeschön. So, einmal kurz gucken. Gute Nacht, Wuchs. Gute Nacht. Bleibt doch auch geil. Und so. Sind alle geil. Und ihr seid erstmal richtig geil. Bleibt geil. Und ein Abo und Glückchen natürlich nicht vergessen. Damit ihr informiert werdet. Tschüss. Tschüss. Wenn wir ja nicht keine Musik annehmen. Gute Nacht, Fuchs. Oh, ich hatte nur zwei Stück davon. Frechheit. Ich hatte nur vier davon. Frechheit. Das ist... Sind denn MMR gar nicht gesungen müssen? Weil auf vier. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich habe ganz ausgeblendet gehabt. Aber, hatten sehr viel Spaß gehabt. Ja. Auf jeden Fall. War gut. Ich hatte 1.312 ausgelassene Frames. Okay. Echt? Weit ich zumindest dann. Keine Ahnung. 0,1%. Ich weiß es nicht. Wie viel hattest du nochmal? 1.312. 416. 416? Ja. Ja. Keine Ahnung, was das ist. Kann auch von vorhin noch sein. Als ich das umgestellt habe. Aber. Ja. Ja. Läuft das nicht auf UDP? Schließlich frage. Schließlich frage. Ich meine. Das Streaming-Gedünns läuft auf UDP. Wollte irgendwie sein, ja. Hat er mit dem Fan zu tun? Hm? Hat er mit dem Fan zu tun? Ja. Weil das dann dadurch verschmerzt wird. Wie viel dann mal ausgelassen wird. Das hast du ja dann manchmal. Ist ja nicht. Ja. Hm. Ich guck gerade. Du hast ja durch UDP kannst du ja auch. Machst ein bisschen Verlust manchmal. Das kommt ja auch nicht geordnet an. Und hier und da. Deswegen kann so manchmal. Das kann ja verkraftet werden. Ähm. Du hast ja bei fast allem Online-Dienst gedürnt. Was Streaming und so angeht. Ich guck gerade. Ich guck gerade. Ausgelassene Frames durch Renderverzögerung 530. Übersprungene Frames durch Codierungsverzögerung 349. Und dann wohl noch irgendwie ein paar durch ausgelassene Frames im Netzwerk. Ich guck. Ja. Keine Ahnung. Steht zumindest. Naja. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß gehabt. Neue Map ist da. Bzw. Auch das Event läuft. Und falls ihr selber noch Bock habt. Zu dem jetzigen Zeitpunkt habt ihr noch 60 Tage Zeit zum Leveln. Und ich glaube man kommt einfach auch relativ gut voran. Wenn man hier und da mal ein bisschen mit spielt. Deswegen. Ich bin jetzt auch schon. Ja. Ich bin jetzt auch schon fast bei Level 10. Also ich level grad Level 10. Deswegen. Echt schon? Ich bin jetzt bei 10. Ja. Also ich. 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 Noch nicht fertig. Okay. Den Dragon Breath schalte ich jetzt frei. Als nächstes. Deswegen. Okay. Hast du das mit den Herausforderungen? Schon fast. Du wie ich? Welche Herausforderung? Dann hast du ja auch noch mal Eventpunkte extra. Ach du meinst die. 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 ins Bett, kuschelt euch ein, legt euch hin. Macht euch schön gemütlich warm. Vierter Advent. Also Fenster auf. Vierter Advent und so. Ich werde mein Fenster weiter auf haben. Du hast sogar nachts das Fenster auf. Ja, ich habe auch nachts das Fenster auf, klar. Gut, guten Nacht. Ich habe eigentlich fast das ganze Jahr über Fenster auf. Alter, ich kenne auch solche Leute, die haben immer das Fenster auf, wo ich mir denkst du sag mal. Ich kenne Nachbarn, die haben auch, wo ich mir denkst du sagst, na klar, hast du das Fenster jetzt auf. Na ja, so. Guten Nacht, schlaf gut. Na ja, Leute, haut euch hin. Guten Nacht. Wir sehen und hören uns. Na, tschüss. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wenn nicht, dann werdet's wieder. Tschüss. Tschüss. Aber Bohm hat recht, minus 20 Grad. Oh Mann, ist das warm, ich glaube ich muss noch das Fenster öffnen. Ja, das ist mein Mod. Das ist halt echt so. Macht's gut. Tschüss. Ich mach mal mein nächstes Lied. So, dann lass ich nur durchlaufen. Tschüss. 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 Tschüss.